Musik Ripperbahn, Hafen und die Worderkahn Da viel ist Hamburg überall bekannt Doch in der schönsten Stadt der Welt Gehört zum Leben nicht nur Geld Du willst Sport, Musik und den Chat Mit Freunden feiern, richtig fett Über www.elbrocker.de Hast du alles, was du brauchst Du wirst es sehen Let's rock Elbrocker Let's rock Elbrocker Let's rock Elbrocker Alle Antwort auf den Elbrockport Let's rock Elbrocker Aboi, moi, moi, wir Rocker Und bleibt schön locker Das Forum, liebe Leute, ein echter Kracher Die Idee kam von Turbo Das ist der Macher Doch ohne Steffi Tom, Tom und Pit Terror, Mietze, Krümel, die machen auch mit Elbrocker Kirsche Heifisch, Mr. X Und ohne all die anderen Wär's nix Denn bei www Elbrocker.de Lernst du Freunde kennen Du wirst es sehen That's rock Elbrocker That's rock Elbrocker That's rock Elbrocker Alle Antwort auf den Elbrockport Let's rock Elbrocker Aboi, moi, 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 ihr Rocker Und bleibt schön locker Hast du am Abend Nen Absturz erlebt Und morgen danach Kaum nur was geht Und während im Glas Die Alkazelle zerscheunt Riecht du im Wort, was war So hast du mich versäunt Riecht du im Wort, was war Alle Antwort auf den Elbrockport Let's rock Elbrocker Aboi, moi, moi, ihr Rocker Und bleibt schön locker Let's rock Elbrocker That's rock Elbrocker That's rock Elbrocker Aboi, moi, moi, ihr Rocker Und bleibt schön locker Yeah, 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 yeah So, da sind wir wieder Tag, 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 Tag So, raus aus der Kirche Rein ins RP Jetzt mal sagen Hier die große Hafenrundfahrt Kommen sie näher, kommen sie ran Hier werden sie genauso beschissen Wie nebenan So Oh, dann machen wir mal Gesehen hier, ne Puh Puh Haben wir lange nicht mehr Gesehen hier, ne Oh Gott So Schauen wir mal Ah, wir haben ein schönes Update bekommen Grüße gehen raus Antäuschi Äh Großartigen Job Ich habe aber Fragen Gleich mal so Gleich mal so anfangen hier So Äh Ein Pferd wäre toll Wird vom Vorteil Und dann bedarf Ich habe Fragen Kann man jemanden den Entwickler holen? Nein, Spaß 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 Ey, was sind die denn alle so Ey, sag mal Die sind doch total bescheuert Ey Alter Alter Ich Schick den wirklich in Urlaub Sind die bescheuert oder was? Ey, sag mal Oh nee Irgendwie unangenehm Oh, ist das unangenehm, ey Oh, fuck Fuck Ey Ich kann nicht weiter Never feed the trolls Never feed the trolls Aber vielleicht lasse ich den Magnum sterben Zweitschau So, also, äh, wo wollte ich hin? Genau, hier wollte ich hin In dem Sinne, weil, ähm Update Ach du scheiße Ach du scheiße Okay, die Hälfte von dem Update verstehe ich nicht Ich sehe nur, dass da Gebietssystems eingefügt ist, aber Gewichtsystem eingefügt und noch altes System mit Item Slot angepasst Kleidungsbuttons eingefügt Blur-Effekt bei verschiedenen Aktionen eingefügt Inventar vollständig neu aufgebaut. Automatisches Systemanpassung der Waffennamen. Erzählen nur im Free-User, wenn Exporte verwendet werden. Fehlerberufen, dass keine Waffen gegeben werden konnten, wenn sie nicht gültig ist oder in der Konfiguration nicht existiert. Neustrukturierung der Seitentasten. Fehlerberufen bei gesperrten Inventar. Man in schwarzer Schrift sind aber unsichtbar. Combat-Log-System. Ah, okay. Optimierende Präsenz im Discord. Ich verstehe nur die Hälfte davon. Aber ist bestimmt toll. Hm. 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 So, womit fangen wir an, wenn wir live gehen bzw. online gehen? Erstmal mit unserer Runde. Möchte. Is that no Miram? Hm. Ja, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 2, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 9 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 16 17 19 20 21 21 22 23 20 25 25 26 26 25 26 27 28 27 28 28 da rennt die mir schon wieder vor die Pfoten oha da kommt ein Zug das kann unangenehm werden das kann unangenehm werden Untertitelung des ZDF, 2020 Miss Buffalo, die müssen noch unter ihren Lieblingsbaum Da waren wir schon Nee, waren sie gar nicht, ich hab das überprüft Haben sie geschaut, wie ich sie aus dem Stall geholt hab? Na, naja, jetzt fangen sie mal nicht so an, ne? Auf dem Rückweg müssen sie noch mal unter ihren Lieblingsbaum Ja, dann bringen sie mal die Kühe mal zu ihrem Lieblingsbaum, ne? Nee Das sind ihre Kühe Ich bin nicht Mama Kuh Sie sind Mama Kuh Sie werden eine gute Bärta So, meine Damen und alle, schön in einer Reihe hier jetzt, ne? Auch ein bisschen Ernsthaftigkeit dabei Wir haben alle schon eine Menge Zeit hinter uns heute, ne? Das ist für uns alle die sechste Stunde Sagen sie mir nicht, dass sie wieder einen Joint haben Dann nehme ich sie diesmal mit Aber mir ist das Lafanten gekommen Was? Mein, mein Riesengras zu fach Ach du, meine Nase Ja Unvorstellbar Ich glaube, dass, ich weiß nicht, entweder, ich glaube, also, also, seitdem sind sie mit der Kutsche weg Jetzt sagen sie mir nicht, ne, jetzt sagen sie mir nicht, ich hab sie mit der Kutsche Da müssen sie aufpassen, bitte, passen sie auf mir auf Ne, der ist nicht immer gut Ich weiß nicht Vielleicht hat eine ihre Kühe, die hier, die dicke Bärta, die, den gefressen wohl hat Oho Ja, ich werde Deputy Matters da heransetzen an den Fall Ja Der Fall ist verschlotten in den griechischen Box Ja Okay, gut Das ist der Erste Der Erste seiner Art oder der Erste Mein Erster Das war ihr Erster? Ja Oh mein Gott Ja, das ist ja nicht so schön, ne? Nein, vor allem, wie soll ich jetzt weiter tüchten? Das geht nicht Ja, dann müssen sie sich ein anderes Hobby suchen Jetzt muss ich wieder in Bissen und Sträuchern suchen Da bin ich gleich Nee, sie sagen das, Herr Matters, der kümmert sich darum, dass sie einen neuen Zuchtbock bekommen Ich denke, das wäre ganz wichtig Ja, ja, aber das müssen sie Herrn Matters persönlich sagen Wann ist sie da? Ich glaube morgen Morgen? Ja Wann morgen? Äh, nachher aufstehen Ich muss ja die, die, also sein, sein, sein Weibchen muss sich ja irgendwie beschäftigen Ja, das sind Informationen, die brauche ich nicht Naja, sonst stirbt sie noch vor Sorge Ja, dann lassen sie die doch hier auch frei laufen, damit die, äh Dann mache ich jeden Tag, kriegen die einen Auslauf Ja, sehen sie, und dabei haben sie dann, äh, den Zuchtbock, äh, verloren Also, wenn ich hier nochmal gucken würde Nee, nee, ich bin nicht auch Da ist Herr Matters viel besser ausgebildet Auf dem Schieb? Ja, aber Herr Matters ist dann viel besser ausgebildet als ich Ja, aber vielleicht kann der Matters mal gucken Ja, der Matters kann, ich schicke den, ich komme morgen persönlich mit ihm vorbei Ja, aber mit der Kutsche? Wieso denn mit der Kutsche? Vielleicht ist er da drin irgendwo Der ist nicht in der Kutsche, ich habe die Kutsche vorhin nochmal umpacken müssen Und deshalb habe ich, hätte mir der hier Zuchtbock aufgefallen Ich schaue nachher nochmal nach Das ist ganz schön Sie sind aber auch manchmal ein bisschen sehr sensibel, ne? Wenn du meine Tiere jetzt tun Naja Das ist bei ihm wahrscheinlich wie mit ihrer Waffe Nee, eher wie mit meinem Stern, aber ja doch, ja Ja, okay, wenn dem Stern so ein Krönchen, was ist, so ein, so ein Zacken gemacht wird Dann ist das ja auch Ein was? Ein Zacken Aua Warte mal, du Ich bin ein Joint, oder was? Entschuldigung Geht's noch? Vielleicht überdenke ich das nochmal mit dem Joint, oder so? Oh Gott Das ist ja un... Das ist... Ich kann hier echt... Und der... Diese Frau ist jetzt wahnsinnig vom Pferd... Oh ja, es ist ja gut, es ist ja gut, es ist ja gut, es ist ja gut, es ist ja gut... Oh mein Gott! Das ist die perfekte Rückwärtsrolle von meinem Zahn, meinem Petro, darf ich lieb. Ja. Ja, gut. Ich reite dann mal zurück nach Valentine und werde die Schriftstücke vorbereiten, damit der Kollege Mathers morgen ordentlich informiert ist. Ja, und ein paar Minuten in die Kussricht rollen, damit der Schochback ein bisschen was zu essen hat. Der ist nicht in der... Haben Sie eine Beschreibung? Er hat so kleine schwarze Schreifen hinten an den Hinterfüchen. Was hat er hinten? Kleine schwarze Schreifen. Nicht grüne. Dann schwarze. Vorne sind die Füße grün. Der hat durchsichtige Flügel. Wie sind die Flügel? Durchsichtig. Und einer ist vielleicht abgeknickt. Er sieht aus wie so ein Hase mit einem abgeknickten Ohr. Okay, ich... Ich wiederhole... Und der guckt, der neugt immer den Kopf auf die rechte Seite, wenn man ihn anguckt. Der Graswilfer sieht aus wie ein Hase mit einem abgeknickten Ohr. Und dann zirbt der immer vor Freude, wenn der einschiebt. Ja hoffentlich zirbt der überhaupt noch. Ich hoffe. Mit der Metters machen Sie mich jetzt nicht ein. Wieso Metters? Ich bin Magnum. Metters! Das fällt gar nicht auf. Fällt überhaupt nicht auf. Ja. Jetzt hören Sie mal auf. Was ist... Alter, das ist ja unfassbar, ey. So, äh, Sie suchen hier überall mal und ich suche in der Stadt überall mal, ja? Ja. Wunderbar. Das ist ganz lieb. Ja, gerne doch, gerne. Wollen wir das nochmal vermischen? Plakat... Ja, das ist der nächste Schritt. Das entscheidet dann der Deputy, ne? Ja. Ja, dann... Äh, ja. Ja, dann mache ich mich mal ganz, ganz geschwind auf den Weg, ne? Ja, ganz schnell. Nicht, dass der da herrenlos umhirnirrt in Wellenthal, ne? Ja, und dann vielleicht noch gebrechen wird. Ja, ich werde auch noch weiter reiten nach Blackwater und so, ne? Damit, falls der schon weitergelaufen ist, ne? Ja, Sie sind super nett. Na ja, klar, gerne doch. Tüdelü. Auf Wiedersehen. Oh mein Gott, ich muss hier weg, ey. Ich muss so schnell weg. Sie hat nämlich nur ein Halm zu viel geraucht, die... Pfff. Alter, Alter, ey. Und dann hat er ein abge... Abgeknicktes Ohr, wie so ein Hase. Alter, Alter, oh mein Gott, ey. Und ich habe heute Morgen noch zu ihr gesagt, das ist nicht gesund, Mädel, dass du so früh wach bist, du. Habe ich heute Morgen noch gesagt. Pff. Ey, ich kenne die echt wirklich, ey. Also, ich behaupte ja schon, dass ich einen Dachschaden habe, ne? Aber... Ja. Ja. Da ist nicht mehr viel Platz auf der Magnum Skala, ne? Bei dir da, du. Kaffee zu wenig, sorry. Pff. Pff. Ey, aber merkt mir mal das Ernst in DC oder Spaß, was für vier Wochen Urlaub ist. Er ist tatsächlich bei mir? Ich habe den nicht. Hast du den in die Kutsche gepackt? Ich habe gesagt, hier kontrolliere das. Ich werde das nachher kontrollieren. Ähm. Schein. Nein, nein, natürlich bin ich nicht vier Wochen. Aber es ist sehr unangenehm, da gerade zu lesen. Also, es ist sehr, sehr unangenehm, weil... Ey, Leute, ey. Ey, der Server besteht aus 500 Leuten, keine Ahnung. Also, das ist gerade sehr unangenehm. Ich... Ich weiß, ich... Ich bin so ein kleiner Spinner, der viel polarisiert. Aber für mich ist das da gerade nicht schön. Also, ich weiß nicht. Ich mag das nicht. Das ist nicht schön zu lesen. Wie sollen sich andere Spieler da, da... Die sich jeden Tag den Arsch aufreißen. Wie sollen die sich dabei fühlen? Weiß ich nicht. Ich weiß ja, dass das lieb gemeint ist, aber ich finde das gerade... Ich weiß nicht. Vier Wochen Urlaub schön wäre es, ey. Ich heiße ja nicht Matters. Bin ja nicht so fan wie Matters. Schönen guten Tag, Herr Topla. Jetzt muss ich meine Kutsche rausholen, um einen Grashüpfer zu suchen. Ich fasse es nicht, ey. Ich fasse es einfach, ey. Da parkt er auf meinem Parkplatz. Howdy. Howdy. Ah, rien, rien, rien. Ich habe einen neuen Punkt für unseren 32-Punkte-Plan für Valentine. Oh. 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 Magnum! Magnum! Johnson! Was geht ab? Das fährt hier nicht. Ne, versteht. Hast du recht. Ja, klar. Cool. Ne, wie geht es Ihnen? Äh, bescheiden. Was los? Ähm, ich muss einen Grashüpfer suchen. Äh, will man damit? Ich muss einen Grashüpfer suchen. Ja. Miss, 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 äh, 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 wie heißt sie denn noch? Buffalo sucht ihren Grashüpfer. Grashüpfer? Ja. Komplett unangenehm. Äh, Pferd, mach mich nicht fertig. Audi. Pferd, mach mich doch nicht fertig. Nein, was machst du denn jetzt? Schreien sie mal nicht so rum. Oh mein Gott. Ey, ich hasse dieses Pferd so sehr. Ja, das merkt es. Schöner Sattel. Das war mal ein schöner Sattel. Ey, ich wollte auch drauf setzen mit so einem Stück. Aber wissen Sie was? Aber wissen Sie was? Was? Jetzt ist der Sattel richtig schön weich. Ja, super. Ein bisschen Heilschlamm am Sattel. Ja. So, bist du auch mal fertig? Nein? Wenn Sie jetzt, äh, äh, weitere Strecken reiten oder so, dann, äh. Dann war bitte noch mal fertig, mein Schiff. Wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt Kutsche kommt oder so. Ah, dann, äh. Komm. Oh, meine. Uuuaah. Hallo, von der Schlaf. Wir haben ein sehr gutes Badehaus hier. Ja. Ja, dann machen Sie das da doch mal am Balken fest. Dann mach ich euch jetzt einfach hier vor. Oh nein, ich muss mich hier hinlegen. Nein. Also, meine. Ich geh Bahn. Viel Spaß. Kann ich ein fremdes Pferd putzen? Eins und andere Pferd zu gehen, genau deshalb. Ja, ja. Halt. Bleib dreckig. Ja, beruhig dich. Oh mein Gott. Warum denn das, Hansen? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ah, muss doch, kann doch noch gar nicht so weit weg sein, oben bei der Ranch. Oh, da steht jetzt hoch. Oh, da steht jetzt hoch. Oh, da steht hoch. Oh, da steht hoch. Miss Buffalo? Miss Buffalo? Oh, hallo. Oh, da steht hoch. Oh, da steht hoch. Ja, ja, ja. Oh, da steht hoch. 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 Da steht hoch. Oh, da steht hoch. Oh, da steht hoch. Gutschie. funnik. Was war das denn? Warum wird die denn angeschossen? Da ist ein Schwein. Nicht dass der Weste jetzt hier irgendwo liegt. All right. Das war's für heute. Howdy. Howdy. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich mach das. Was machen wir mit den Schweinen? Okay. Gerade eben schon jemand Bescheid gelegt. Ja, zur Not müssen wir die erschießen. Also dann ist das so. Die Schweine. Ja. Warum denn erschießen? Nein. Ach so. Ja, wie kriegt man die her... Ja, die kommen mit mir raus. Wieso stehen sie wieder? Ich denke, sie sind verletzt. Ach, sie wissen schon, wer ich bin. Das ist doch sehr gut. Mein Name eilt ja voraus. Was? Ich kenne jeden. Weil ich kenne Marce. Okay. Und was sind denn das für Schweine? Die laufen ja... Das sind meine Scherde-Schweine. Das ist Fridoli. Das ist Macklimus. Und das ist... Gunibert. Und das vierte Schwan. Wie ist das? Ich hoffe nicht. Wenn du nicht wirst. Das wichtigste ist jetzt erstmal... Also, du willst dich da noch frei? Nee, der first is mad. Was? Das wird es jetzt richtig. Hallo, hallo, hallo. Ja. Bis Buffalo, was ist passiert? Da kamen Banditen vorbei und dann haben sie mich angeschlossen und wollten mein Schwein mitnehmen. Mehrere Banditen. Naja, eins ihrer Schweine. Ich bin sicher, dass es mehrere waren. Also... Ich habe einen gesehen, aber die kommen immer zu mehreren, denke ich, oder nicht? Wer klaut denn Schweine? Naja, nicht genau. Ich weiß nicht. Also, wenn man Hunger hat, man... Wie sah der denn aus? Wollte jemand vielleicht den Max Doms was Böses? Das kann auch so möglich sein. Weil sie einfach... einfach wollten, dass ich... dass sie... Flachtung ist... dass wir kein Fleisch verkaufen können und so. Nochmal. Nochmal. Also... Was? Fangen Sie mal, Sie sind unterwegs gewesen mit Ihren Schweinen. Wie ist das passiert? Ich war unter dem Baum, wo auch meine Kühe ganz gerne sind. Sie wissen welchen. Ja, natürlich. Da habe ich gesessen und war mit meinem Schwein draußen und habe denen was vorgelesen. Und dann... sind sie von hinten wahrscheinlich an die Farm ran und haben mich überrascht und haben gesagt, naja, Hände hoch und dann wollte der eine mal... also der eine hat mal... also wollte mein Schwein mitnehmen. Und mein Schwein hat den gebissen und dann hat er den einfach erschossen. Und dann bin ich auf ihn drauf gesprungen und irgendwie... ja. Ach, deswegen lagen Sie neben dem Stein? Ja. Okay, das bedeutet, es waren mindestens zwei. Ja. Waren das noch mehr als zwei oder... Ich weiß es nicht. Okay. Können Sie sich erinnern, was die für Pferde hatten? Naja, der eine hatte so ein... so ein... so ein fraunes und der andere hatte so ein... ähm... naja, so ein schwarzes mit... mit einem... oh Gott, was war das? Mit so einem weißen Ding auf dem Kopf. Mit einem weißen Ding auf dem Kopf? Ja, das ist so... Meinen Sie eine Trense oder meinen Sie eine Blässe von dem Pferd? Das zweite. Das zweite? Ja. Der Blässe, okay. Okay, sonst, wie waren die Herren gekleidet? Also, sie hatten eine Jeanshose an und... Eine... eine was? Eine Jeanshose. Sowas, was ich auch anhabe. Eine Arbeitshose. Ja. Also, also nein, nicht so eine Latzhose, eine normale Hose. Ja, ja, aus Jeanshose. Ja. Und... Und eine... Ein... Ein Hemd hatten wir an. Und... Latzträger. So, 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 so... Ähm... Ähm... Damit die Hose nicht runterrutschen. Hosenträger. Richtig, genau. Danke schön. Okay. Und... Konnten Sie deren Gesichter erkennen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der eine hatte ins Neuzer. Ach, da sind die einfach ohne. Also, sie haben... Dann haben sie die Leute ja erkannt. Dann sind die ohne was im Gesicht, mit dem Thuring-Gesicht da gewesen. Richtig. Das bedeutet, wenn sie die nochmal sehen, würden sie die wahrscheinlich wiedererkennen? Ja. Ja. Okay. Das ist aber ganz schön abgebrüht, ne? Ja, klar. Schon ohne. Das ist schon... Naja. Okay. Gut. Bzw. nicht gut. Wir müssen trotzdem erstmal irgendwie die Schweine hier rauskriegen. Weil, wenn der Doktor kommt, flippt der aus. Ja. Kann ich mich noch heute ausholen? Ich bring die Schweine gleich raus. Ja. Natürlich. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass... Wir sind ja hier in Valentine. Ich glaube, dass es ganz normal, dass wir ab und zu mal Schweine sind. Ich holen ein paar Rinder und bin gleich wieder da. Ja. Wir können auch ein paar Schafe holen. Haben sie die Herrschaften vorher schon mal irgendwo gesehen? Nein. Okay. Ja, ich habe die noch nie gesehen. Aber ich weiß auch nicht, ob die irgendwas gegen die McStones haben oder so. Ich kann es hier nicht lagen. Haben die denn nur gesagt, von wegen, es geht um das Fleisch? Ja. Es geht... Es geht... Es ging... Es ging ihm wohl darum... Es... 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 Es ging mir wohl darum, ja. Okay. Gut. So, jetzt kommen sie erstmal zu sich so richtig, ne? Brauchen sie was zu essen oder was zu trinken? Ja. Okay. Gib ich da mal was rüber. Nicht, dass die Schweine mich jetzt anfallen. Die Fremde ist... Die Fremde ist ein bisschen aufgewühlt. Ein bisschen nervös. Naja, klar. So, dann gebe ich ihn mal hier... Möchten sie Karottensaft oder möchten sie Apfelsaft? Dankeschön. Möchten sie Karottensaft oder Apfelsaft? Karottensaft. Okay. So. Dann holen sie nochmal tief Luft. Ja? Ja. Atmen sie nochmal tief durch. Und wenn sie sich besser fühlen, kommen sie gleich raus, ja? Okay. Danke. Brauchen sie noch irgendetwas? Irgendwie einen Verband oder so? Möchten sie? Nein, alles gut. Dankeschön. Okay, wenn irgendwas ist, wir stehen genau vor der Tür, ne? Wir gehen jetzt hier auch nicht großartig weg oder so, ja? Nein. Dann rufen sie. Ja. Okay. Was ist das denn für ne abgefuckte Scheiße? Pfff, naja, sie hat die Leute also erkannt, hat sie gesagt. Wenn das nicht nur einfach Babbelgelagere waren. Ja, ja, genau. Und das ist das. Sie hat, sie hat aber auch gesagt, irgendwie was mit, mit dem Fleisch oder so, weil die irgendwie nicht eine Fleischlieferung gemacht haben oder so? Das weiß ich nicht. Aber wäre ich schon so, wie soll man sagen, so abgebrüht und kommt einfach so hin. Ja, halt. Das glaube ich nicht. Die muss irgendwie, ich gehe davon aus, sie wird da Wegelagere irgendwie, ne, wie ein Schwein irgendwie. Ähm, hier ist gerade ein Herr vorbeigefahren, der hat gesagt, das ist gerade irgendwie kein Arzt da. Okay. Wir sollen uns doch an den Herren hier in Valentine wenden. Ja, ich habe hier jetzt was, also sie wollte keinen Verband. Ich habe hier jetzt was für Essen zu trinken gegeben. Sie ruht sich jetzt noch einen kleinen Moment aus. Ich wollte mal fragen, ob sie genug Geld hat. Ich will da nicht nochmal reinmachen. Äh, es ist im Moment kein Arzt da. Sie möchten sich bitte an den Doktor hinten im Hinterzimmer wenden. Ja. Ja, haben sie genug Geld dabei? Ich glaube nicht. Okay. Schauen sie mal. Ich weiß nicht, was der da haben will. Wissen sie das, was der da haben will? Ich weiß nicht. Gehen sie mal hin und fragen mal. Dann merken sie im Sprechenzimmer bitte ein bisschen leiser. Leiser? Leiser? Ja, du krunst da drin, ist so laut. Hat noch gereicht. Okay, wunderbar. Klasse. Ja. Gut. Alles gut bei Ihnen, das Baffenlo. Geil jetzt wieder. Ja, ja, das Geld hat gereicht. Sie konnte sich behandeln lassen. Sehr gut, sehr gut. So. Merken wir, du bist noch so laut. Ja, ich bin tatsächlich schon bei den Typen da irgendwie. Weil, wirklich ohne Maskierung, mitten am Tag. Ja, kann schon sein. Wenn sie sich zu befürchten haben. Ja. Kommt mit dir. Ich war da viermal heute auf der Farm. Nicht da drüben, also nicht den Alkohol trinken. Also da muss man, da muss man ja schon. Naja, oder ist jemand der noch recht unwissend ist. Ja, entweder recht unwissend, oder man hat wirklich ein richtig derbes Problem, weil wenn man so abgebrüht ist. Eins. Zwei. Okay. Hatten sie nur drei Schweine, oder waren es mehr? Weil, ich glaube bei der Ölkompanie, da war gerade eben noch eins. Ja, bei der Ölkompanie steht noch eins. Bei der Ölkompanie steht eins und äh. Eins ist ja im Ton. Ja. Ja, ich hab das mal da liegen lassen. Ja. Dieser Geruch. Kommt ihr jetzt was gegen meine Schweine? Nein, aber das kann man nicht riechen. Das ist, ah, die Scheiße ja überall hin. Ich meine, ich bin ja schon in Wellenton, das stinkt sowieso schon. Aber das ist die Krönung. Naja, ich würde sagen, das ist der natürliche Lebendraum eines Schweines in Wellenton. Tja, Mecklen, jetzt weißt du aus, was deine Stadt gebaut worden ist. Ich meine, mindestens die Straße. Das auf jeden Fall. Warum labern die sie voll wegen dem Fleisch und lassen denn auch das tote Schwein da liegen? Das macht ja auch gar keinen Sinn. Da hab ich jemanden vorbeigekommen und die Innereien rausgenommen haben. Ich weiß es nicht. Die Innereien und das gute Fleisch liegen gelassen. Ich weiß es nicht. Naja, wir waren ja auch sehr schnell da. Vielleicht haben sie es mitbekommen und die Hufen gehört. Und deshalb. Ich kann auch sagen. Ja, okay. Das war tatsächlich Zufall, ich wollte eigentlich nur was zu essen kaufen, wenn es gut war. Ja. Und ich war nur im Stall. Und Sheriff West, als wir hochgeringen, uns ist keiner entgegen gekommen, oder? Nein, gar nicht. Keiner. Ich hab dich oben rumreihen sehen. Ich hab direkt den Weg genommen. Ja. Ich kam keiner entgegen. Allerhöchstens vielleicht, wie gesagt, Richtung Forthoch. Ja, ja. Hinter der Koppel. Die müssen dann die Berge hochreihen, ne? Hm. Obwohl sich da tatsächlich auch Banditen rumtreiben, ganz gerne. Ja? Mhm. Aber die gehen noch in Öl. Haben sie das schon mitgekriegt? Was stimmt? Nein, nein. Sie, ich meinte nicht. Ich meinte nicht. Hier oben, wenn man hier den Weg hochreitet bei Valentine, dort stand eine Distille. Ja, das habe ich vor fünf Tagen ungefähr gemeldet. Steht in einer meiner Tagesberichte, die nicht so gerne gelesen werden. Ja, ja. Vielleicht kommen die auch da her. Vielleicht sehen sie darunter die Farm, die ja quasi genau darunter liegt. Ein bisschen als... Naja. Weil den Qualm sieht man ja überall. Naja, und von da oben hat man einen guten Ausblick, um zu sehen, wie viele Leute gerade da sind, ne? Richtig. Okay, gut. Beziehungsweise nicht gut. Ich habe es auf jeden Fall aufgeschrieben. Ja, das ist hervorragend. Dankeschön. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Dann bringe ich sie jetzt erstmal zurück. Ja. Kann ich, also, also kann ich irgendwie bei Ihnen mitreiten oder so? Ja, ja, natürlich, klar. Äh, äh, äh. Ja, wir können sie zurückbringen. Genau, genau, genau. Das ist nett, danke. Ähm. Ich... Ja, im Moment wüsste ich jetzt großartig nichts, außer natürlich, wir werden weiterhin stark patronieren. Das wär nett, ja. Aber, Sie haben es ja selber mitbekommen, Miss Buffalo, ne? Ich habe es eben gerade den Sheriffs erzählt. Ich war heute mindestens viermal bei Ihnen, oder nicht? Ja, also, sie waren schon oft bei mir, ja. Also... Kleine, weil wir ja auch, als wir die Gerberin sind zurechtgelegt worden. Firmat, was hast du denn alles gemacht? Naja, ich mach mal eine Patrouillen-Ritte. Richtig. Hm. Okay. Ja, ich reite immer als allererstes zur Emerald Ranch. Ähm. Dann hinten hier zu, zu der Ranch. Dann reite ich bei der, bei der Öl-Kompanie vorbei. Komme hier vorbei, reite weiter bis zum, zum Pferdeplatz von Miss Davis. So, und dann komme ich hier wieder in die Stadt rein. Dann halte ich mich in der Stadt ein bisschen auf, rede mit den Leuten, und dann mache ich die Runde wieder. So, das ist so meine Tour. Vielleicht sollten Sie zum nächsten, äh, zu der Patrouille auch noch das Fort und so da oben mit, äh, mitnehmen. Vor allem, gerade wenn da, ne? Ja. Das eine steht. Ja, das, das steht ja noch aus, ne? Dass wir uns nochmal alle zusammensetzen und jetzt mal wirklich sagen, okay, in welchen Bereichen, wo, wer, wie, ne? Ist heute Abend nicht so oder so eine Besprechung? Heute Abend? Oder liege ich da falsch? Ja, war, war es nicht immer vor der Pferdeuntersuchung? Ja, die Pferde müssen heute unbedingt untersucht werden. Oh, jetzt ist es so, ja. Genau, 19, 19, ne, 1830 ist es. 1830, genau. Aber meine, ich hab so viel Pferde im Stall, geht gar nicht. Um 19.30 Uhr ist die Pfingstmesse hier, ne? Was? Ja. Ach, Mist, die Kirche ist ja... Ja. Ja, dann geht mal, ich darf eh nicht rein. Ich verbrenne. Ach, West. Ich geh da nicht rein. Mr. Teach ist auch nicht verbrannt. Ja, aber ich werde verbrennen. Bin ja nicht Mr. Teach. Naja. Okay, also ich würde so machen, ich würde sie erstmal zurückbringen, Miss Buffalo. Ja. Äh, vielen Dank, Sheriffs, dass Sie hier so tatkräftig mit angeritten sind. Äh, warten Sie hier oder reiten Sie wieder nach Fontenay und nach Blackwater oder wie, oder was? Ja, ja. Ich schreibe wieder. Und ich nach Blackwater, ja. Ja, okay. Gut. Ja, dann, äh... Die Stadt hast du ja voll im Griff hier, oder? Ja. Ja. Sonst muss ich mir noch eine Schaufel besorgen. Ich, ich glaub, Mr. Magnum ist der perfekter Begleiter der Schweine. Viehtrieb gehört ja irgendwie zur Aufgabe von Raytheim dazu. Der Hesse. Blackwater, du bekommst das schon hin. Sie reiten bei Mecklen. So, kommen Sie hinten rauf? Ja. Geht das? Ja. Ich reite die mal in den Arm hin. Ja. So. Okay. Gut, ja, dann wollen wir mal schauen, was das wird. Immer schon sachte Mecklen. Ja, ja. Und vergessen Sie das Schwein bei der Company nicht. Ja, da reiten wir noch mal dran vorbei. Oh mein Gott. Oh, ey. Ich will nicht mehr. Oh! Mal mitten aufpassen. Ich muss ein kleines Stück schneller reiten, Mecklen und wirklich Schweine. Ich hab das nicht so viel mit Schweinen zu tun. Was nicht? Oh mein Gott, ey. Ich will das alles nicht mehr. Warum nicht? Ich will für die Zeit. Oh. Oh, jetzt rennt das wieder. Oh, jetzt rennt das wieder. Das sind gerade die Schweine. Vielleicht sollten Sie sich beim nächsten Mal so ein Punkte-Pferd holen. Ich hab gehört, die sind gut für den Wiedtrieb. So ein Punkte-Pferd? Ja, ja. Wie heißen die eben? Weiß ich nicht. Ich kenn mich mit Pferden nicht aus. Dafür hab ich eine Spezialistin. Miss Taylor. Ich reite rechts runter. Viel Spaß hab ich noch. Ihr ganz schön euch an. Wiedersehen. Die können auch den Schweinsgalopp. Den Schweinsgalopp? Ja. Ja. Hauptsache, das rettet mich nicht vor die Kuchen. Ach, wir hätten runter. So, wir müssen hier gleich rechts nochmal runter. Da ist ja noch das andere. So, 1, 2, 3. Weil unten an der Company ist ja noch eins. Da hinten ist das, ne? Oder? Ne. Ich glaube das. Wie ein Trudhähne. Das ist nicht das, was ich vorhin gesagt hab. Machen sich alle lustig über mich. Nein. Überhaupt nicht. Machen sich keinen Kopf. Wenn die uns nicht wichtig wären, dann wären nicht 3 Sheriffs angeritten. Ja. Ja. Die haben 3 Stadtsheriffs da gehabt. Ja. Ne? Ja. Und Brest hat sie sofort zum Arzt gebracht. Äh. Und wir haben vor Ort nochmal nachgeguckt. Ich noch. Gucken sie mal. Ja. Aber ich glaube, der ist noch ein bisschen nacklad worden. Und ein bisschen mal. Ja. Aber der hat auch ein bisschen Angst. Wilfried? 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 Komm mit. Ja, es fehlt ja sowieso eins jetzt wieder, ne? Ja. Eine ist ja sowieso. Nee. Aber das sind doch hier jetzt nur 3, oder nicht? Ja. Wir müssen doch 4 haben jetzt, oder nicht? Wo ist denn jetzt das 4. hin? Ja. Da steigen sie nochmal auf, wir reiten nochmal ein Stück zurück. Ja. Irgendwo muss ja noch eins sein. Als wir runter geritten sind, da waren doch noch alle 3 da, oder nicht? Jetzt sind alle 3 da. Jetzt sind alle 3 da? Ja, ich verstehe. Ah, ok. Gut. So, und jetzt müssen wir zusehen, kriegen wir das, oder holen sie das später ab, oder wie machen wir das? Ich hol das. Ich hol das gleich. Ja, das. Will mitkommen, ihr Lieben. Ja. Ich hol das dann. Vorsicht. Ja, ja. Das will ihr nicht, ne? Das ist in Schockstarre, ne? Nein, ich hol das. Ja, das hat Angst gekriegt. Gut. Können sie denn gar nicht überhaupt richtig reiten? Ich geh gleich noch, also ich rufe mich jetzt erstmal ein bisschen aus, und dann gehe ich nachher zum Fuß, oder reite kurz im Schritt. Also schnell will ich nicht reiten. Das tut noch ganz schön weh. Sind sie denn geschlagen worden, oder? Ja. Ja. Hat er sie niedergeschlagen? Ja. Okay. Ah. Ah. Schön vorsichtig, ihr Lieben. Ja. 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 So. Danke schön. Bitteschön. Äh. Wir müssen auch gleich mal, ne? Ihr Pferd ist auch noch da hinten. Ja. Ich hole das gleich. Kommt mit. Wir holen das Pferdchen jetzt. Nein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, so geht's nicht. Nein. Kommst du mit? Du kommst mit. Ja, die ganzen Tiere sind aufgeregt jetzt, ne? Komm nicht mit, hab ich gesagt. Werde ich nicht. Ja, so geht's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. aber dankeschön fürs herbringen ja gerne doch und wenn irgendwas ist dann rufen sie nach mir also wenn ich da merken entschuldigung ja gerne doch und wenn irgendwas ist denn melden sich bei mir naja rufen sie nach mir und wir kommen so schnell es geht hierher also ich bin tatsächlich ein bisschen immer noch überrascht weil ich auch das kann ich gerade nicht so ganz nachvollziehen was das hier sollte ich auch nicht ich reite mal hoch in die berge ich gucke mich da mal ein bisschen um das ist dankeschön gerne spiel da ich verstehe das nicht also fakt ist ich war als ich mit johnson gesprochen habe da bin ich der meinung dass der mech stund an mir vorbei geritten ist einer ich glaube glenn so ich hätte ich die noch mal ab Das war's. Das war's. Das ist ja eine nette Line. Whitelist läuft folgendermaßen ab. Char Story haben. Garne mal in den Support gehen. Guten Tag sagen. Wegen Mikrofon-Check. Also im Moment ist die Whitelist open. Also natürlich solltest du eine zusammenhängende Geschichte haben. Warum, wieso und jetzt nicht unbedingt einen Mexikaner spielen, der einen französischen Akzent hat. Aber das muss ich dir ja nicht erzählen, Lion. Aber letztendlich war's das. Char Story am Start haben. Ähm, die Steuerung können. Ähm, für Leute, die noch nie RDR gespielt haben vorher, wird empfohlen, einmal im Online-Modus einfach mal... Einfach mal... Äh, ein, zwei Stunden verbringen, um die Steuerung draufzukriegen. Und dann war's das schon. Und sich an die... Die... Die Serverregeln eben ordentlich durchlesen. Äh... Damit man keine Leute abfuckt. Genau. Äh... Ja, es wird alles Mögliche gesucht. Also, ähm... Wenn du auf dem Discord bist... Im Discord steht das mit drinne. Äh... Aber es wird alles Mögliche gesucht. Also Sheriffs werden auf jeden Fall noch gesucht. Brauchen wir unbedingt noch. Äh... Es werden Rancher noch gesucht. Äh... Ein Schmied, glaube ich. Also, ich hatte das vorhin vorgelesen. Warte mal. Einen kleinen Moment. Dankeschön. Danke, Krümel. Dazu muss man aber sagen, Lion... Äh... Äh... Ähm... Dass du nicht... Nicht einfach... Ähm... Ein Gewerk bekommst, ne? Du musst eine gewisse Spielzeit haben. Du musst... Irgendwie... Genau. Aber man muss für Gewerke, wenn man die selber bespielen will, erstmal... Erstmal eine gewisse Spielzeit auf dem Server vorweisen können. Ah... Krümel, alles parat hier. Vielen Dank. Ja, gerne. Ah... Ah... Ärzte. Genau. Ich... Ich bin... Mich... Mich hat diese Aktion hier gerade voll rausgebracht. Ich habe gerade keine Idee, warum, wieso, weshalb. Ich bin gerade so ein bisschen... Auf dem Schlauch. So. Und die Destille wäre ja mal interessant zu wissen... Ob die Lane weggespringt hat. Oder die sind weitergezogen. Ich bin gerade so ein bisschen... Okay. Das ist ein NPC. Der ist stuck. Ja. Ne, Suri. Ich frag einfach mal, ne? Wenn du sagst, find's IT raus, dann ist das so. Damit hab ich gar kein Problem, ne? Kann man... Kann man eine Destille, wenn man sie aufgestellt hat, kann man die wieder abbauen? Ich frag, weil ich der Meinung bin, das ist Spielmechanik jetzt. Okay. Danke. Ist jemand da? Hallo, ist jemand da? Hier spricht der Sheriff von Valentine. Ich komm jetzt rein. Ist jemand hier? Okay. Hallo, ist jemand da? Hier ist der Sheriff von Valentine. Hier ist der Sheriff von Valentine. Ja, ich finde es jetzt gerade ärgerlich, weil dann hätten wir die wirklich schon in die Luft springen können. Da. Am 12.05. habe ich das gemeldet. Eine Woche her. Tja. Aber so ist es, ne? Mal gewinnt man, mal verliert man. Da hat jetzt jemand richtig Glück gehabt. Weil die wollten wir eigentlich wegspringen. Da kam immer wieder was dazwischen. Wir müssen die Prioritäten, müssen wir, wir müssen die Prioritäten auch nochmal besprechen. Ja, und dann muss ich mit dem Marshal das auch nochmal machen, dass ich dann auch selber mit dem Dynamit werfen kann. Jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt nicht hier wegen der Valentine-Geschichte, sondern dass, wenn ich dann sowas sehe, dass ich die, und keiner ist da, dass ich die selber in die Luft jag. Oops. 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 Also, das muss ja irgendwie gezielt gewesen sein. Du reitest doch nicht random zu irgendeiner Ranch hin. Das muss was gezielten. Das muss was gezieltes gewesen sein. Moin, Elwölfchen. Also, Lane hat schon recht, dass wir die natürlich überrascht haben, hätten haben können. Aber dann hätte die doch irgendjemand noch gesehen, oder nicht? Ich glaube, wir reiten jetzt erstmal nach Valentine wieder zurück. Der Zug ist weg. Johnson ist wohl wieder los. Oh, what the fuck? Ich... I don't know. Ja, das ist... Können das NPCs gewesen sein? Der Überfall? Nein. Das können keine NPCs gewesen sein. NPCs, äh... NPCs reiten nicht hin, reden mit ihr in dem Sinne, erschießen dann nur das Schwein und reiten dann wieder weg. Ja, ja, nee, denn hätte es... Dann wäre es ein großer Fight geworden. Ja, ja, ja... Also, ich würde... Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut damit aus. Aber... Dann wären die nicht zu zweit gewesen. Also... Zu zweit sie ansprechen... Dann das Schwein erschießen... Und dann die Flucht antreten, wenn eventuell jemand auf dich zugeritten kommt. Das Skript kenne ich nicht. Kann sein, dass es möglich ist, aber das ist, äh... Also, das habe ich wirklich noch gar nicht gehört. Bei den NPCs ist es meist so, irgendwie... Äh... Die sind an gewissen Punkten... Ich weiß... Also, das wird man auch einstellen können, gehe ich davon aus. Äh... Wahrscheinlich kann man das aber auch random machen lassen. So, und... Die Anzahl der angreifenden NPCs... Ähm... Hat eigentlich dann damit was zu tun, mit wie vielen Leuten du unterwegs bist. Also, bin ich alleine unterwegs, überfallen mich jetzt nicht zwölf Leute. Ja? Aber wenn du natürlich mit einer Gruppe von sechs Leuten unterwegs bist... Dann sieht das schon anders aus. Dann kann auch die Gruppe der NPCs größer sein. Ja? Nur, es ist eben... Dann ist es auch noch tagsüber gewesen. Nee, nee, das müssen Spieler gewesen sein. Was mich... Aber vielleicht gehe ich jetzt auch nur wieder zu krass in diese ganze scheiß GTA-DTU-Geschichte rein. Ich weiß, was ich machen kann. Aaaaaah... Ich Idiot. Erstmal nach Valentine wieder reingeritten. Ich Idiot. Ich hätte doch erstmal zur Emerald Range... Reiten können und da mal fragen können, ob die irgendwas gesehen haben, wenn da jemand ist. Okay. So, ob das jetzt gerechtfertigt ist. Aber das ist jetzt so die Geschichte, wo ich sage, ey, jetzt wäre es cool, wenn man irgendwie noch drei oder vier Deputies hätte, ne? Das hört sich jetzt sehr übertrieben an. Aber man wäre da angeritten, so, und man hätte erstmal zwei Leute losschicken können. Psst. Hoch mit euch. In die Berge oder so. Ich höre schon wieder Schweine. Mal vorher was essen und trinken. Das ist jetzt übrigens unser neues Inventar. Äh, du kannst das hier alles irgendwie jetzt sortieren. Alle Gegenstände, nur Munition, nur tierische Produkte, nur Schreibkramsen. nur Essen, nur Trinken, nur Trinken. Nur Trinken. So, sehr geil. So, sehr geil. Ich finde es ein bisschen klein. Ich finde es einen Tick zu klein. Aber das ist jammern auf Boom-Niveau. Und wir haben jetzt hier eine Gewichtsangabe. Da muss man aber mal auf das Feedback der Community von den Spielern warten. Bei Vergrößern kann ich das nicht weiter. Ich finde es einen Tick zu klein. Ja. Hm. Schwierig. Da. Da. Oh, oh, oh. Giddy up! Oh Gott, der schreckt sie. Hallo! Wieso erschrecken sie mich nie so? Ja, aber... Habe ich im Hinterkopf Augen? Nö. Aber... Mit ihrer Waffe in der Hand. Wie jetzt? Echt? Ja. Nee. Doch. Nein. Stimmt nicht. Achso, ja, dann habe ich mich verguckt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wie geht es Ihnen? Mir geht es ganz gut. Und Ihnen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Was? Ja, 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 ja. Ja, ja, komisches Gesindel treibt sich rum. Komisches Gesindel? Ja. Aber wenn sie mich nicht mögen, dann könnte ich das auch sagen. Oh nein, so war... Oh, ey, oh, sie nimmt mich auch gleich wieder auf, ey, na klar. Nein, so war es nicht gemeint. Das ist, äh, wir hatten gerade einen Überfall vor einer halben Stunde oder so. Und der war ein bisschen spooky. Ein Überfall? Mhm. Oh, wer wurde denn überfallen? Das darf ich nicht sagen. Achso. Ich darf nicht zu laufenden Ermittlungen sagen, wo heißt das, glaube ich, im Fahrschalgon. Achso. Da ist es sicher. Sie bleiben hier. Nee. Natürlich. Ich bin nicht sicher hier. Was ist denn, was ist denn da jetzt beruflich bei Ihnen los? Beruflich? Äh, gerade nichts. Ja, warum denn nicht? Ja, das weiß ich auch nicht. Es ist, äh, ich, ähm, ich warte noch. Ähm, ja, wieso? Und so lange hätten Sie das andere nicht weitermachen können. Arzt? Nö. Ja, danke. Also, ich wollte nicht. Ja, danke. Ja, bitte. Ja, schön. Ja, aber Sie haben doch hier Miss Montgomery. Ja. Ja, das war ja schon anstrengend für, für Sie, als Sie zu zweit und zu dritt waren, richtig? Richtig. Zu zweit war es anstrengend, ja. Ja. Und jetzt ist sie alleine. Ja. Glauben Sie, dadurch wird das besser? Nein, wird es nicht. Ja. Aber warum muss ich mich denn durch etwas durchquälen, wo ich weiß, dass mich das, äh, einfach emotional fertig macht? Ja, haben Sie ja recht. Sie sollen ja das machen, was Sie wollen. Ne? Noch ist das ja alles so erlaubt. Aber? Aber? Ich kann ja trotzdem ein schlechtes Gewissen machen. Nein, können Sie nicht. Doch, kann ich doch. Das ist nämlich sehr gemein. Ach so, okay. Nee, gemein will ich nicht sein. Dann mach ich Ihnen ein schlechtes Gewissen, wenn Sie mir ein schlechtes Gewissen machen. Nee, das wäre ja gemein. Genau. Und Pferde an Lügen ist auch gemein. Pferde an Lügen? Wer lügt denn Pferde an? Nee, ich weiß ja nicht. Also, den treuesten Begleiter eines Mannes, äh, den lügen wir noch nicht an. Genau, Mr. Magnus. Ja. Was? Hörst du ja auch so zur Grinse. Ah, unfassbar. Seien Sie nicht immer so zu mir. Wie bin ich denn? Wissen Sie, was bei Ihnen an Größe fehlt, ne? Das ist der Schalk im Nacken, aber wirklich in Inch-Zahlen. Der was im Nacken? Der Schalk im Nacken. Was ist denn ein Schalk im Nacken? Das heißt, wenn man es faustdick hinter den Ohren hat. Ach so. Ne? Also habe ich es nicht faustdick. Wenn man noch ein bisschen kiebig ist und so, ne? Also habe ich es nicht faustdick hinter den Ohren. Doch, Sie haben es faustdick hinter den Ohren. Ach so. Meinen Sie? Ja. Also stimmt, eigentlich bin ich doch ein ganz netter Zeuggenosse. Also habe ich gedacht zumindest. Ja, ich habe doch nichts anderes behauptet. Ich habe doch nichts anderes gesagt. Ach so. Und was bedeutet es, es faustdick hinter den Ohren zu haben? Ja, dieses... Und dieses Schämische und dieses Nesro. Ja, genau das. Genau das bedeutet es. Also ist Lachen jetzt nicht mehr erlaubt? Ey, das ist wirklich, das ist nicht so unmöglich. Wirklich, was soll denn das? Was, was, was? Jetzt sind Sie ja nicht mal mehr Ärztin. Das bedeutet, wenn Sie mich kaputt machen, können Sie mich nicht mal mehr heil machen. Ne, leider nicht. Aber... Ja, aber. Ich habe ja... Aber. Aber. Ich habe ja trotzdem den Eid der Ärzte abgelegt. Das heißt, wenn Ihnen jetzt was passieren sollte, alle notdürftigen Wunden könnte ich natürlich verheilen. Sehr schön. Ja. Wenn ich einen Verband oder irgendwie sowas dabei hätte. Was Sie nicht haben. Klar. Äh, ich glaube nicht. Ich bin selbst, äh, mittlerweile sehr unvorbereitet. Ja, schön, dass der Profi unvorbereitet ist. Ja, da müssen Sie mir mal ein paar Verbände kaufen. Nein. Wieso muss ich nicht Verbände kaufen? Der kann ich immer nicht dabei kaufen. Wieso? Hä, war das? Ja, ich brauche sie ja eigentlich so nicht. Also. Ach so. Das hat mir nie Verband für mich gekauft. Ach so. Doch, habe ich. Und, 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 und was hast du so dabei? Ja, mein Schminkdöschen und so ein Kram. Und dann habe ich hier immer die fünf Verbände, falls ich den Mecknum treffe. Ne? Wenn der mal wieder irgendwo in der Ecke liegt. Weißt du? So. Standard. Ne? Neben den Zigaretten und dem Essen und Trinken. Aber schau dir nicht mein Pferd an. Das hat zehn Verbände für den Mecknum dabei. Und meine Kutsche. Ich habe eine eigene Kutsche mit für Mecknum. Mecknum, weil sollte ich den mal irgendwo... Ja, gesponsert von ihm. Mhm. Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen hier genug gesponsert. Ich fahre das Sponsoring gerade mal ein bisschen zurück. Ach so, was haben sie denn alles gesponsert? Das ist ja egal. Ja. Damit gibt man ja nicht an. Aber an mich haben sie noch gar nichts gesponserniert. Oh mein Gott, ey. Ein kleiner Teufel manchmal, ich weiß. Überhaupt nicht. Nein. Das wird ihnen ja heute Abend bei der Messe ausgetrieben. Oh, ich gehe so gerne zum Gottesdienst. So. Ja. Habe ich ihnen gegeben? Haben sie gesehen, was ich ihnen gesponsert habe? Eine Schokomilch? Ja, zwei. Zwei. Ja. Oh, juhu. Und sagen sie noch von wegen, ja, der ist Sponsor zwar, aber der ist geizig. Nein, geizig sind sie bestimmt nicht. Ah. Eine Schokomilch ist sehr großzügig. Ich danke ihnen. Darum geht es doch nicht, dass das großzügig ist. Nein, weil es eine Schokomilch ist. Und Schokomilch ist lecker. Deswegen ist es sehr großzügig. Ja, was anderes kriegt man hier in dem Zulun auch nicht. Also, nee. Selbst die kriegt man hier nicht, ne? Nee, ich glaube, bei Mrs. Goldbeer. Ja, ja, genau. Ja. So, Stößchen. Stößchen. Ah, ja, hier ist es ein bisschen schwieriger. Ja, wir stellen uns hier vor. Das ist meine Stadt. Das ist meine Stadt. Sie gehen in meine Richtung. Okay. Wieso gar nicht, dass jemand jetzt hier noch so angegangen wird, wenn man woanders geht. Wie angegangen? Ich habe ihnen gerade eine Schokomilch gegeben. Was heißt denn hier angegangen? Ja, alles gut. Das ist ja unfassbar. Und das ist Ihre Stadt? Naja, ich bin der Sheriff. Achso. Ich dachte, die hätten Sie jetzt gekauft, die Stadt. Nee. Kennen Sie die Immobilienpreise? Oh mein Gott. Nee, die kenne ich leider nicht. Naja, ein kleines Haus kostet 750 Dollar. Oh je. Ja. Groß ist um die 5000 oder so. Oh je. Naja. Ich glaube, da vorne die zwei Holzbalken habe ich da bezahlt. Aber mir nicht. Wie teuer waren denn die zwei Holzbalken? Naja, 295. Für eine oder für beide? Beide. Ich habe Rabatt bekommen. Oh. Okay. So. Sehr großzügig von Ihnen. Naja. So und was treibt Sie nach Valentine? Ah, ich habe gerade ein bisschen Kutschfahrten gemacht, mir die Zeit vertrieben und jetzt hatte ich eigentlich Hunger und Durst und dachte, ich kann hier bei den Mixtons was kaufen. Ja. Aber die haben ja nur Tee. Und Milchreis. Nuh-uh. Der isst auch alle? Nuh-uh. Oh, gut. Das ist keiner von denen da, deswegen. Ja. Brauchen Sie noch was zu essen? Nuh-uh. Ja, ich habe noch Bohnen dabei. Aber ich dachte, ich kriege mal was anderes zu essen. Was haben Sie noch dabei? Bohnen. Das kann ja wohl nicht... Oh, ey. Ich sage gerne... Ah, egal. Ist das alles egal. Ich werde sowieso sterben und dann... Wieso sterben? Naja. Wenn ich genügend Erzler haben, werde ich sterben. Hä? Naja. Ach, Sie sterben schon nicht. Nun tun Sie mal nicht so. Jetzt rennen Sie doch nicht so weit rum hier. Was soll denn das jetzt schon wieder? Ach so. Oh, Dankeschön. Naja, bitte doch. Ich mag Suppen. Sie mögen Suppen, Sie mögen Schoki-Milch. Ja, klar. Also, alles gut. Wie großzügig von Ihnen. Nein, das... Oh, sagen Sie sowas nicht. Das ist unangenehm. Okay, dann ist es überhaupt nicht großzügig von Ihnen. Ach, nicht mal dankbar, oder was? Ah. Aber Spaß muss sein. Das stimmt, das stimmt. Ja, sonst geht keiner mit auf die Beerdigung. Was? Auf die was? Auf die Beerdigung. Beerdigung? Ja. Wird wieder ein Tier beerdigt? Äh, ja, tatsächlich. Oh, welches Tier dann? Weiß ich nicht, ein Schwein oder eine Sau bei Miss Buffalo. Wieso das denn? Oh Gott. Das ist erschossen worden. Was? Naja. Wer macht denn sowas? Wenn sie es wissen, sagen sie mir Bescheid. Nee, da sage ich nicht Bescheid. Den ziehe ich hier durch den Schlamm von Valentine. Und danach sage ich ihm Bescheid. Einfach ein hilfloses, armes Tier. Und das Geschöpf Gottes einfach so erschossen. Okay. Ja. Ja, kann man so sagen. Jetzt ist es jetzt nicht gerade das schönste Geschöpf Gottes. Aber grundsätzlich haben sie recht. Ja, ja, klar. Es ist ein Geschöpf Gottes. Naja, natürlich, klar. Auf jeden Fall. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und ein Schwein ist ein schönes Geschöpf Gottes. So wie alle Tiere. Okay. Oh Gott, dann muss ich Mr. Goodwill schreiben. Nein. Wir müssen noch eine Beerdigung machen. Nein. Es gab ja schon eine Beerdigung, natürlich. Ja. Aber das machen sie hier nicht auf dem Friedhof von Valentine. Natürlich. Nein, das machen sie nicht auf dem Friedhof von Valentine. Das hat ja wohl Mr. Goodwill zu entscheiden. Ja, aber das ist ein Menschenfriedhof und kein Tierfriedhof. Ja, wir haben aber die Beerdigung hier auf dem Friedhof gemacht. Ja, dann nehmen sie das nächste Mal hier die toten Tiere mit einer Sontenie, ne? Nein. Na ja, klar. Nein. Na ja, wir haben hier sowieso kaum Platz. Nein. Da können wir doch nicht hier da... Nein. Wir machen das da, wo Mr. Goodwill ist. Pff. So. Und der Friedhof von Valentine ist auch überfüllt. Echt? Ja, klar. Ja, weiß ich nicht. Du, der ist überfüllt. Da ist kein Platz. Und der ist nicht so schön offen wie hier. Hier ist so schön offen. Da kann man nicht ganz groß... Der ist so schön. Ja, so offen. Weil man sieht das ja von hier aus. Und dann kann man da ganz, ganz großen Grabstein aufstellen lassen für die Tiere. Für ein Schwein? Ja, natürlich. Dass er so groß ist, dass er bis nach Sontenie sichtbar ist. Ey, und die Leute sagen zu mir, von wegen ich hab einen Dachstattel hier aufstellen. Weil ich, weil ich, äh, äh, okay. Ich zeig dir mal, wo wir die Beerdigung... Also es war ja keine richtige Beerdigung. Die Tiere konnten ja nicht alle mitnehmen. Es waren ja so viele Tiere. Okay. Oh je. Aber hier sehen Sie das an dieser großen Säule. Da haben wir die Beisetzungen gemacht. Da stand der Mr. Goodwill. Am Grab von, ähm, von Sheriff Walkers Vorfahren? Nein. Hier. Doch. Echt? Das ist... Okay, Mr. Goodwill hat gesagt, wir können das hier machen. Weil das ist ein Grabstein, der für alle wohlsteht. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da wo sie stehen stand, Mr. Goodwill. Ich stand hier. Und da, wo sie jetzt stehen wollten, hier, da stand dann, ähm, Dr. Malbetten. Ja. Und dann haben wir, hat er so was Schönes gesagt, Mr. Goodwill. Oh, das hat meine Seele berührt. Okay. Zutiefst berührt. Das ist ja schön, denn... Also... Ja. Ja. Und jetzt geht's den toten Tieren gut, weil jetzt sind die bei Gott und die arme Familie, die muss sich keine Sorgen mehr machen um die, um die toten, ähm, Familienmitglieder. Ja. Ja, nicht wahr, Mr. McNam? Das Leben ist hart. Wie viel, wie viel Medikamente hatten Sie, also in der Zeit, als Sie Ärztin waren, ne? Hm? Hatten Sie da so Berührungen mit, mit irgendwelchen Dämpfen oder so, oder? Nö. Okay, gut. Genau. Ist ja alles gut. Dann bin ich ja sehr beruhigt. Ja, was soll denn... Was... Hä? Naja. Verstehe ich nicht. Macht nichts. Nur weil... Weil Sie vielleicht nicht so ein großes Herz für Tiere haben, wie ich. Ich habe ein sehr großes Herz für Tiere. Ja, aber wenn Sie sagen, ein Schwein ist hässlich. Ich habe nicht gesagt, ein Schwein ist hässlich. Ich habe gesagt, das ist nicht unbedingt schön. Ja, das ist ein anderes Wort für hässlich. Haben Sie schon mal überlegt, in die Politik zu gehen? Meinen Sie, das wäre was für mich? Ach, die Diskussion mit Ihnen. Ich glaube, der Governor würde das gut finden. Wieso? Nein, mit dem Governor möchte ich nicht diskutieren. Ja, denn eben mit den anderen Senatorinnen und Senatoren. Ich weiß auch nicht, ob ich mit denen diskutieren wollen würde. Okay. Ja, mit Ihnen kann ich jetzt diskutieren. Ja, nee. Ja doch, über Tiere können wir diskutieren. Ach so, ja, das stimmt. Ja. Wie schaut es denn aus, diese Kutschfahrten, die Sie gemacht haben, ne? Haben Sie die hier in Valentine gemacht? Nee, ich war in Rot. Okay, gut. Und dann wollte ich nicht nach Saint-Denis, weil... Ähm, ja, da im Saloon ist ja auch nichts. Ja. So, und deswegen dachte ich, ach, dann gucke ich mal hier. Ja. Ansonsten wäre ich nach Blackwater gerettet, ne? Blackwater ist ja noch weiter weg. Naja. Oder beziehungsweise nimmt sich das ja dann, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Naja, und Blackwater ist jetzt auch nicht so schön wie Valentine, ne? Na. Wie bitte? Ähm. Wie bitte? Natürlich, Sie haben recht. Ja, ja. Und Valentine ist so eine schöne Stadt. Ja. Wow. Ja. Oh, es ist toll. Meine Schuhe sind dreckig. Mein Pferd ist dreckig. Es steht hier seit fünf Minuten und es ist dreckig. Es ist der Heilschlamm. Der Heilschlamm, der die Leute krank macht. Nein, hier ist keiner erkrankt, seitdem ich hier bin. Ja, seitdem Sie hier sind. Ja, genau. Haben Sie den Schlamm ausgetauscht? Naja, ich habe da noch eine kleine Rezeptur reingemacht. Ja, sicher das. Sind Sie sich sicher, dass das so... Naja. Der Marshal ist letzte Woche, äh, gestern hinter unsere Hütte gegangen, um austreten zu wollen. Der hat eine halbe Stunde gebraucht. Das ist ein ganz feines Gemisch. Mhm. Ja. Zweimal am Tag rennen wir runter zum Dakota River mit Wasserkutschen und bewässern das hier alles. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie reiten hier über die Hauptstraße. Mein Pferd, also sind Sie schuld, dass mein Pferd ständig dreckig ist, weil Sie den Schlamm hier auch noch so schön befeuchten. Ja, Sie werden mir danken, wenn Ihr Pferd eines Tages mal scheuen sollte und Sie von Ihrem Pferd fallen. Stellen Sie sich mal vor, das passiert in Saint-Denis. Schlagen Sie sich den Kopf auf. Ich muss Ihnen doch nicht erzählen, wie eine Kopfwunde aussieht. Nein. Ja. Aber. Das passiert hier nicht. Ich habe lieber eine Kopfwunde, als dass ich komplett, komplett eingesaut bin mit Schlamm. Aha. Also ist Ihre Aussage, lieber, lieber hübsch sterben, als verdreckt am Leben bleiben. Ja. Ich verstehe. Das ist bei mir die Prämisse. Ich verstehe. Weil im Schlamm zu liegen, das ist, das ist das Leben auch nicht mehr lebenswert. Ich verstehe. Das könnten Sie als Strafe einführen. Ich verstehe. Wenn jemand hier gemein ist, dann ziehen Sie ihn durch den Schlamm. Ich verstehe. Du bist im Hengen, du bist, tut mir leid. Nein, das ist ja in Ordnung. Ich habe nur gelernt, von wegen Frauen, also es ist einfacher mit Frauen, wenn man denen zustimmt. Nein. Ich verstehe. Ja, wenn Sie die ganze Zeit nur, ich verstehe, ich verstehe sagen, dann werde ich wütend. Ich verstehe. Ja. Haben Sie gerade geknurrt? Nein, ich kann noch schlimmer knurren. Also. Oh ja. Das war schon fast, also. Das war schon fast. Also der kleine Finger hat schon ein bisschen gezittert bei mir, wirklich. Wieso? Naja, weil das so furchteinflößend war. Wirklich. Lassen Sie mal den Marshall fragen. Fragen Sie den Marshall einfach mal, wie finden Sie eigentlich die Bruno-Imitation von der Miss Louis? Okay. Ja. Werde ich machen, sobald ich ihn sehe. Heute Abend zur Messe. Sehr gut. Ja. Wissen Sie überhaupt, wer Bruno war? Wenn Sie brummen, dann wahrscheinlich ein Bär. Ja. Ja, aber da brumme ich nicht, da, ähm, Bären brüllen einen ja auch an. Echt? Die brummen ja nicht nur. Die machen ja auch, ne? Wenn man halt sehr nahe dran ist, dann, ja. Er hat nicht mehr doll gebrüllt. Also ich hab's auf jeden Fall nicht mitbekommen, als der Griss eben mich umarmt hat. Ja. Dann haben Sie was falsch gemacht. Na ja, grundsätzlich gehe ich davon aus, weil sonst wäre ich ja nicht irgendwie auf der, auf der Behandlungsbank von Dr. Montgomery gelandet. Hm. Äh, Professor Montgomery. Hm. Mich hat bis jetzt erst ein Bär angefallen. Sie haben bis jetzt erst ein Bär angefallen? Nein, mich hat bis jetzt erst ein Bär angefallen. Ach so, ich freut gerade. Aber begegnet bin ich schon ganz, ganz vielen, ganz vielen Grizzlybären. Die sind so niedlich. Wie bitte? Haben Sie mal auf die kleinen Öhrchen geachtet bei den Bären? Nein, ich bin damit beschäftigt wegzurennen oder den abzuknallen. Na ja, aber wenn Sie ganz ruhig sich verhalten, können Sie sich so ein bisschen anschleichen. Und dann können Sie ihr Fernglas rausholen und dann können Sie die ein bisschen beobachten. Und das ist schon interessant, die zu beobachten. Ich bin doch kein Tierbeobachter. Gucken Sie sich mir doch einfach zu. Sie schleichen sich an, wie jetzt zum Beispiel an ihr fährt. Ne, das machen Sie von weiter weg. So, und dann so ungefähr hier, so vielleicht, der vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Und dann können Sie sich das angucken und dann, oh, wie hübsch die Öhrchen sind. Sie kriegen nie wieder Schokimilch von mir, ne? Wieso denn? Das macht sie anders. Nein! Doch! Ja, so red ich immer in die Tiere. Und sagen Sie nicht nein! Natürlich! Nein! Haben Sie sich eigentlich schon mal die Öhrchen von meinem Pferd angeguckt? Nein! Gucken Sie sich mal, wie hübsch es ist. Oh, du bist so dreckig. Ich verstehe. Das ist so schlimm. Gucken Sie sich doch mal die Öhrchen an von meinem Pferd. Ja, es sind spitz. Ja, die Farbe. Ach so. Oh, wie hübsch. Das ist übrigens Pfeffer. Okay. Ist Pfeffer nicht hübsch? Ja, aber ist Pfeffer nicht normalerweise schwarz? Nein. Okay. Also, vielleicht, was fragen Sie mich, da weiß ich doch nicht, wie Pfeffer aussieht. Sie sind doch vom Doktor. Ja, Pfeffer ist schwarz, aber... Ja, also, warum ist denn hier Pfeffer... Ja, aber vielleicht, weil Pfeffer feurig ist. Aprikol oder so. Ach so. So Fuchscheck. Das ist... Der Pfeffer ist im Charakter drin, nicht in der Farbe. Genau. Ja. Feurig. Ja, na klar. Ich verstehe. Pfeffer hat einen ganz tollen Charakter. Ich verstehe. Gucken Sie. Ja, warum... Ihhh, das hat mich angesabbert. Das Pferd mag sie. Ja, das hat mich angesabbert. Ja. Voll mit der Zunge ins Gesicht. Also, das ist ja... Das macht ein feuriger Charakter. Das ist ja unhygienisch. Ja, aber Pfeffer mag sie. Ja, ja. Pfeffer ist... Und mal ein Abschlag im Gesicht ist doch... Das kann man doch mal... Da kann man doch mal ein Auge zudrücken. Nicht wahr, Pfeffer? Ja. Wir werden alle sterben. Warum werden wir alle sterben? Einfach fertig. Weil jetzt mein Fan sie einmal im Gesicht abgeschlägt hat, weil es sie so gerne... Nein, das habe ich doch gar nicht gemeint. Ja. Das war doch gar alles gern. Wir werden, wenn dann alle sterben, wegen dem Valentin-Schlamm. Nicht wahr, Pfeffer? Genau. Was haben Sie denn jetzt auf einmal gegen den Valentin-Schlamm? Ja, weil sie... Was ich gesagt habe, wir werden alle sterben. Ja, aber das war ja grundsätzlich gemeint. Also nicht gegen Pfeffer? Natürlich nicht. Gut. Was ist das für Sie? Wer bin ich denn das... Also... Wir können doch nicht einfach... Pfeffer, hör einfach nicht hin. Du bist die wunderschönste Stute auf der ganzen Welt. Ja. Ich verstehe. Das schönste Pferd auf der ganzen weiten Welt. Ich verstehe. Bist du im Magnum? Ja. Ich würde gerne eine vernünftige Konversation mit Ihnen führen. Ich verstehe. Okay. Ja gut. Aber ich werde da mal weiter reiten. Ja. Passen Sie auf sich auf. Mal gucken, was es da so im Salon gibt. Grüße an Herrn Mayer. Äh. Richtig aus. Vielleicht ist er ja da. Also ich hoffe, dass er da ist. Und vielen lieben Dank für die Schokimilch und für die Suppe. Ja. Gerne doch. Ähm. Wie viel Geld kriegen Sie? Tüdel. Tüdel. Was? Auf Wiedersehen. Ja. Ah. Auf Wiederschauen. Tschüss. Tschüss. nach wem soll ich den marsche fragen nach bruno den bären oder so ne du kannst mit diesen frauen auf diesem server kannst du nicht diskutieren die machen die fertig die machen nicht einfach fertig die achten auch nicht auf links und rechts volle kann rauf da reinkommen Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Hm. Ah. 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 Oh. Uh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was kosten die? Moment, lassen sie mich in mir schauen. Naja, ich lade in der Zwischenzeit ein. Oh, oh. Oh, 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 oh. Bei dem Zeug, was ich da brauche. und weil sie mir jetzt auch so viel gegeben gegeben werden was halten sie von dreieinhalb pro flasche hast du eine flasche johnson willst du einen bruder kann sich von mcallister eine kaufen lassen okay mit gravur oder so meine mein lieber edward ja bitte stellen stimmt so einfach ja sagen immer ja sagen magst du einmal drehen johnson ich würde meine kutsche noch mal einmal kurz rein also der stahlbursche soll die pferde noch mal austauschen so und immer ein stück hinterseite dann nicht dass wieder ich hinter mir stehen ja ist ja gut schreibe ich nicht an ich bin sensibel ich habe so gut zu fahren suchen sie sich aus sie können auch vorne mitfahren suchen sie dich das aus bevor sie sich streiten reitig oha ist keiner gut ey das meine ich ne hier hilft sich jeder hilft den anderen und candy die hast du dir auch verdient aber das ist gerade sehr geil hier ne hier hilft jeder jedem jetzt gerade das ist cool und wieder 10 dollar weg aber die hole ich mir vom metas wieder ja 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 und sie hat auch ne ey das ist auch für mich in ordnung ich wollte auch nicht dass sie mir die flaschen jetzt schenkt weil sie muss ja auch geld verdienen sie muss ja auch geld verdienen ne aber sie macht das jetzt günstiger ja und das ist okay Ey, die Johnson brettert, ey. Ja, werde ich das gleich nochmal sagen. Ich zwinge die zum langsamen Fahr. Die Johnson brettert, ey. Ja, alles gut, Grüne. Ja, das sind Tiere und kein Zug, du Pappnase da vorne. Ey, ich fahr ganz normal, die galoppieren nicht mal richtig. Genau. Ich hab zwei Pelle vorne, nur so eins. Ja. Ja. Dabei fahr ich aber schöner. Ich mach jetzt ganz langsam. Oha. Just do it! Make your dreams come true! Drängel dich da hinten so. Um 18.30 Uhr ist die Messe. Ach, scheiße, der war ja was. Die 19.30 Uhr, ne? Hab da leider einen Termin. Leider mich dabei zu teilen. Ja, dann ist das ja gut, dass sie um 19.30 Uhr ist, ne? Das ist auch besser. Wir haben ja auch einen Termin. Der Termin geht ab um 18.30 Uhr bis heute Nacht. Mhm. Ich dachte, ich verstehe. Bis Rios? Mhm? Sie sind dabei. Ähm. Ähm. Ich brauche hier. Ja. Ich schaff das gerne. Ja. Ja. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 dankeschön ist bei ihrer schwester bezahlt haben sie gerade haben sie gerade ich habe mir gerade meine kette bei der ausgültige waschbäer sehen dass sie auf dem schießen dann klar sich ja natürlich ganz wichtig ist hier jetzt an das raus soweit was sie rausnehmen wollte denn interessanterweise schaffe ich es aus einem kaninchen das feld so zu trennen dass ich zwei ja egal wichtig ganz schwester schön der knochenlein bis fertig wollte noch irgendwas oder ob noch irgendwer etwas wollte wir brauchen sein zu geben moment wo ist das ja sponsert bei sponsert bei der railroad company als willkommen geschenk so ich habe wirklich gedacht wir wollen nur salz holen und die miss miss auch gott verdammt ich habe den namen schon vergessen also wird mit von sohn umgegangen heute abend bin ich auch nur der blöde sheriff aus die die leiterin der welt ist und jetzt kommt mit johnson dankeschön das johnson hat gesagt das macht sie für uns als wird es kommen als willkommenes geschenk ich habe es nicht so hast du das geld dabei ja ich habe jetzt wieder exakt wieder vier dollar aber schlucker wann war ich mal gespannt war nicht aus dem dauerarm sein rauskommen also das habe ich bis heute nicht geschafft so sie nie mehr fährt oder oder kann bei ihnen sich dem popo ja attacke es zu noch verdammt wallace station richtig station nein kommen sie nach vorne habe ich abgeschlossen weiß ich nicht ein glück war ich draußen hat sie auch gesagt beim abschließen ich glaube sie ist hier geraden und das wird jetzt hier ein schönes familienunternehmen ja definitiv ja schön das kann dazu kann ich nicht sagen das weiß ich nicht wie wie also ich weiß nicht vielleicht fallen sogar noch mal die preise für gewisse dinge wir haben in letzter zeit immer mal wieder probleme gehabt dass gewerke dicht gemacht haben und dann ist die lieferkette unterbrochen worden wissen sie und dann ist das eine oder andere mal natürlich ware knapp ware knapp bedeutet eben teurere preise das ist ein argument so und wenn da jetzt aber wieder regelmäßig was geliefert wird naja denken vielleicht auch wieder die preise womöglich kommen mitbewerber dazu das heißt wir fahren jetzt nach ennesburg oder wie ja perfekt ja der pastor der macht eine menge dafür dass seine schäfchen heute abend in die kirche gehen mysteriös was denn naja der hat den zug dafür gesegnet für die sichere zugfahrt nach ennesburg bitte was sagen sie doch gleich dass sie das getan haben ich hatte aber nichts zu tun was sind sie denn heute wieder so ihre schwester mache ich nicht die ist die ist wirklich ich reite vor ist ja nicht so dass hier ständig banditen sind hier bin ich gestern abgeschossen worden haben sie die banditen wir nichts erwischt äh ne wir waren in der unterzahl der marschel und ich wir sind irgendwie gegen acht oder neun leute keine ahnung die haben uns ziemlich auseinander genommen ja der marschel kämpft seit zwei tagen mit verletzungen ich auch ich hatte gerade erst vorgestern grüß die bär angriff da ist man nicht so agil wie man sonst unterwegs ist wer will ja wunderbar ich danke dir ja nein wirklich ja oh man ich habe ein abgeschossen machen sie fliegen überfallen ja 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 das ist ja ja Ist hier vorne ein Telegrammenamt? Äh, nee, hier nicht. Okay, dann muss ich in Innesburg. Dann muss ich mal zum Telegrammenamt. Der Herr, Sie können da nicht durchreiten durch den Zug. Oh, ja, die. Ja, ja, der hat auch so viel Mutschein getrunken. Ich glaube, ich auch. Äh, hier in dem Waggon, oder? Ja, ja, da sitzen wir in den beiden Herrschaften auch schon. Das geht echt los. Danke dir, ja. Ja. Soll ich nochmal kurz in den Ruhl anhalten, dann kannst du das in der Kante-Kantation. Nee, 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 nee. Alles klar. Passt schon. Interessante Lektüre hier. Was liest du jetzt schon wieder? Schund-Romane. Oh nein. Ah, die sind von Herrn Johnson bestimmt. Ah. Das ist der Bruder von, das ist der Bruder von Miss Johnson. Den haben sie doch gestern kennengelernt. Flüchtig, flüchtig. Ja, 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 genau, 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 genau. Sie wissen ja, wie das mit Brüdern so ist, ne? Ja, ja. Ja. Nein, sowas mache ich nicht. Ist der älter oder ist der jünger? Weiß ich nicht. Und sagen wir es mal so. Manchmal sitzt er entsegen. Manchmal sitzt er entflüge. Nicht weiß. Ich würde immer ein segen, das ist in Ordnung. Du bist... Oh, frag unsere Eltern. Ich glaube, die würden dir was anderes setzen. Ja, sie sagen das auch, ist kein Problem. Gut, dass die beiden nicht hier sind. Das ist richtig. Ich kenne die nur was anderes. Wo kommen sie her, wenn ich fragen darf? In Washington. Ach du meine Nase. Beziehungsweise einen Außenbereich von Washington. Und ich habe die letzten Jahre in Washington gelebt, weil ich bei der Post gearbeitet habe. Aha. Richtig. Eigentlich wurde ich hierhin geschickt, um hier ein ordentliches Postsystem zu installieren. Aber leider lassen die Papiere ziemlich auf sich warten. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen uns anderweitig nützlich. Sehr schön. Da wir beide was vom Jagen verstehen, aufgrund dessen, dass wir dort einen Hof mit den Eltern belebt haben, war das das Nachlichste. Oh, ja, 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 mhm, 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 mhm. Aha. Und ich hatte schon damit geplant, in Valentine ein riesiges Postverteilungszentrum. Was sie nicht alles planen, Mr. Magnum. Naja, wir haben 46 Punkte geplant. War es gestern nicht 26? Ah, gestern war es 28. Ach, 28. Ja, man, da wird ja immer, wird ja ständig... Ich habe einfach zu viel Zeit. Wie bitte? Bitte was? Haben Sie was gehört? Das ist ja unfassbar. Also, also wirklich, ja? Man erweitert ja wohl, also man, da wird ja was dazugefügt und dann abgezogen und so. Ja, dann kommt man wohl jetzt 48 Punkte. Na, natürlich. Na, dann müssen wir es abziehen. Was meinen Sie, was ich alles schon gestrichen habe? Wegen unrealisierbar und so. Wegen Inflation, Prohibition, Annexion. Dafür, ja, der Schlampe, dass mein Valentine verdichtet. Ja, wird er ja. Also, wir produzieren den ja, um den zu verkaufen. Ja, toll. Das ist Haieschlamm, den exportieren wir nach Frankreich. Definitiv nicht. Natürlich. Ich werde nicht mehr. Natürlich. Ich komme nicht mehr. Das ist wahr. Die haben da so eine, die machen da, die Frauen machen da so, die klatschen sich das so ins Gesicht. Ach so, ja. Tun Sie das. Das ist der neue, das ist chic. Très bien. Aha. Äh, formidable. Aha. Jetzt fragen Sie schon mal mit, mit Wörtern, um sich zu werfen. Naja, das wird ja alles so, äh, auf, auf das Etikett drauf gemacht. Mhm. Ja. Zunächst gibt's dann das wunderschönste Hellflash, äh, von, äh, Geschwister Rios. Oha. Was bewegt das? Man will Tat. Ja. Das wollen Sie nicht wissen. Ich zeige, ob wir, ob wir jetzt der Rest dann so, egal. Das Hellflash macht das schmächtigen, dürren Männern. der stattliche Kante, ähm, Schränke. Ja, das ist, äh, mh, solange man bei der Davis da noch durch die Strohballen durchpasst, ja. Ja, die hat da so einen, so einen Reitplatz und da sind so Strohballen aufgestellt, das ist dafür da, dass wenn Sie mit dem Pferd durchreiten, wenn das Pferd stecken bleibt, dann sehen Sie, ihr Pferd, Sie füttern ihr Pferd zu viel. Ach so. Ach so ist das gedacht. Ja. Müssen Sie doch wissen hier, als, als, äh, wie heißt denn das? Post, Postreiter. Postboote? Ja, Reiterboote. Sie haben mich aber schon mal angesehen, ja? Reiterin, Boot hin. Und Sie haben auch mein Pferd gesehen. Also wenn wir da nicht mehr durchpassen, ähm. Ich hab das doch gar nicht auf Sie bezogen, das war doch ein Gemein, wo man kommt, das ist so, 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 ich steig mal aus. Sie wollen jetzt aussteigen, jetzt auf. Ja, das ist mutig. Ob ein Alligator oder Sie. Also das ist, also ich mein das ja, wegen ihrer Schlagfertigkeit. Hat er mich gerade mit einem, wow. Herr Sheriff, ja. Sie machen sich besser. Ja, ich weiter. Hab auch echt nachher noch einen Termin, irgendwie so. Nee. Nee, das ist, nein, das ist, Bleiben Sie bloß sitzen, bleiben Sie bloß sitzen, wirklich, wirklich, bleiben Sie sitzen, können Sie nicht rum, nicht rumbleiben, das ist nicht gut. Nicht nur ein Fahrzeug. Mit Rios, ist alles in Ordnung? Nein. Ich hab's geahnt. Sie ist aber auch manchmal ein bisschen, also, unbelehrbar? Äh, also, sie kann, dünnhäutig. Also, wir dürfen jetzt erstmal, wir dürfen jetzt erstmal rätseln, oh, oh, sie sitzt jetzt ganz dahinten. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ey, sie sitzt dahinten. Ja. Jetzt haben sie sich geärgert. Scheiße, ich hätte ihr vorher das Gewehr wegnehmen sollen. Ich glaube auch. Hat die eine Zielvorrichtung da drauf? Ja. Verdammte Scheiße. Ist die Bolt Action. Ey, es war eine schöne Zeit mit Ihnen, Rios. Ja, das ist kein Problem. Ich, 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 ich vermache Ihnen meine, meine zwei Zigarettenstummel, die ich noch hab. Ach man, wie kann ich das denn wieder? Och man, das ist doch, oh, nein. Warum nicht? Die hat eine Bolt Action, haben sie mir gerade gesagt. Ja, hat sie. Ja. Ja. Ja, da geht sie hin und entschuldigen sie sich. Ja, denn da schießt sie mich. Ach. Wenn sie sich entschuldigen, bestimmt nicht. Wobei, dann ist so kurz so schmerzlos. Das ist wie so ein Besserspiel. Die haben sie Glück, oder was ist das? Ich, meine Mutter hat immer gesagt, ich soll kein Glücksspiel machen. Ja, ich glaube, da wäre es aber gerade gut angenehm. Und ich schuld, wenn ich sie das gewinne. Ich lasse sie erst mal abkühlen. Ob das eine gute Idee ist? Verdammte Scheiße, Rios, die müssen mir Mut machen und mich nicht verunsichern. Ja, ich meine, das ist genauso wie ein Eisen. Eisen muss ja auch erst der Hitze bevor es vorbei ist. Wenn es abkühlt, dann haben wir das Problem. Verdammte Scheiße, Rios, bin ich Schmied, oder was? Ich bin Sheriff. Mein Gott, nochmal. Schön. Ihr sitzt hier immer noch hinten, ich spüre so Stiche in meinem Nacken. Ja, die sitzt auch auf ihrer Seite. Die sitzt auch ganz vorne. Mach jetzt mal lieber den Kopf runter. Ja, also ich hab, der Todesblick ist auf jeden Fall da. Ja, unangenehm. So, wir sind doch gleich in Ennisburg. Zum Glück. Da sind immer Banditen, da kann ich mich erschießen lassen. Da bringt sich ich euch auch mal zu. Da ruft sich auch mal ein Arzt. Mich wiederbelebt, damit sie mich nochmal umbringen kann. da darf die Scheiße nochmal. Das ist die Genugzuung. Boah, ich spüre, wirklich hier ist das immer heiß in diesem, in diesem Kaffner. Aber ich spüre so eine Kälte, so ein Schauer über meinen Rück. Oh, ist das unangenehm. Nee, nicht schön, Rios. Scheiße. Ja, sorry. Schön, dass sie Spaß haben will. Ja, natürlich. Ich kenne mich nicht in der Land. Ja, toll. Ich helfe ihr aus dem Zug, denn... Ja, das ist eine gute Idee. Ich helfe ihr aus dem Zug, denn ist sie, Miss Rios, warten Sie bitte, bis der Zug ordentlich steht. Komm, kommen Sie, ich helfe Ihnen hier runter. Kommen Sie. Oh my God. Kommen Sie hier. An die andere Seite. Ich glaube, ich glaube, das wird... Miss Rios. Oh my God. Ich wollte einfach nur, sollte das eben gerade, also zu einem Missverständnis geführt haben, dann war das wirklich unglücklich. Verdammt nochmal, Sie haben mich mit einem Alligator verglichen. ich habe die Schlagfertigkeit gemeint, dass Sie zuschnappen wie ein Alligator. Oh my God. Oh my God. Ihre Schlagfertigkeit. wen wollen Sie damit verarschen? Johnson, jetzt helfen Sie mir, verdammte Scheiße, nochmal. Johnson! Johnson! Ich gehe mir oben die Mine angucken. Johnson? Ja, was ist denn heran mitgekriegt? Ich, es kann sein, dass ich, also, sie denkt, ich habe sie mit einem Alligator verglichen. Ich werde verrückt hier. Das ist, ich habe sie, aber ich habe sie gar nicht mit einem Alligator verglichen. sie hat, ah, das ist, ja, ich höre sie bis hier oben. Entschuldigung, Miss Rios. Wir müssen mit dir einen Kommunikationskurs mit Frauen machen. Ah, äh, ja, das ist irgendwo. Ja. Regel Nummer 1. Ja. Niemals eine Frau ansprechen mit einem Tier im gleichen Satz. Warum sagt einen das niemand in der Schule? Das lernt man auch nicht in der Schule, das lernt man in einem Leben. Äh, da vorne ist das Telegrammamt, ne? Auf der anderen Seite, ne? Ja, auf der anderen Seite, geh doch hier rüber. Ja, danke dir. Bis gleich. bis gleich. Au, ich bin zu blöd, ich auch mal zu kommen. Bis gleich. Eh? Okay. Okay. Kontrolle der Dienstwehr, schönen Tag heute gegen 800 wird wieder in die Kontrolle. Bitte finden Sie sich und Ihre Debitis ist. Okay. Ist das gut? Ja, geht's hier gut? Das ist am Stock. Geht's hier gut? Oder hat er dich erwischt? Ich habe mich auf der Schulter erwischt. Warte mal. Brauchst du einen Verband? Irgendwie irgendwas, ja. Okay, warte mal. Er schießt mich einfach an, ey. Ja, warum? Ich bin nur die Strecke abgegangen, aber alles passt gleich für die Abfahrt. Und er schießt mich einfach an. Hier, mach mal deinen Mantel. Ich nehme die Hälfte immer bei dem Mantel. Ja, jetzt stell dich mal nicht so an wie ein Mädchen. Du bist Eisenbahnerin jetzt. Ja, mach mich. So. Und jetzt hier. Arm hoch da. So. Und hin so. Und so. Nein, na fast nicht. Ich glaube nie jemandem angeschossen. Was soll das, ey? Echt? Ja, ich hab immer mit dem Mantel entkommen. Steht's ihnen gut? Ja. Ja? Ja, das ist gut. Du bist ein bisschen angeschossen. Ach du schon, ne? Die Leute, die eine sind sehr gefährlich. Oh, Mann. Äh, wo dürfen wir denn, äh? Äh, ja. Hier vorne, oder? Ja, hier, hier, hier. 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 Ich hab die Wache da oben schlafen gesgesamt. Der schläft da oben. Okay. kannst du noch fahren heller ja das ist das beste für sie ne ja alles klar okay ich will lieber sterben kann ich einrichten ja 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 die hat nur so einen kalten blick drauf die frauen sind nachtragen warte mal der der rios spricht ja mister rios vielleicht war ich ein bisschen laut vielleicht war ich ein bisschen zu laut passt schon ich sterbe einfach ja ich springe hier gleich von der brücke runter oder so so wie sich das an wird müsst ihr müsst ihr zum auf die leiche treten euch das teilen irgendwie das recht oder so ich mach mal die fahrkartenkontrolle das ist ja interessant miss rios langwaffe im zug sie ja auch mein bruder auch ich bin sheriff seit wann ist das denn nicht erlaubt ich habe doch nur gefragt ich habe doch nicht gesagt dass das nicht erlaubt ist warum legen sie mir alle so ich denke ja wissen sie woran das liegt verdammt schlechter zeitpunkt mit dem trinken aufzuhören wissen sie woran das liegt jedes mal wenn ich angesprochen wurde auf meine langwaffe hatte ich eine verfehlung echt ja warum mussten sie noch keine strafe zahlen weil ich davon nichts wusste okay und vorhin abgestiegen bin vom pferd kurz in den stall gegangen bin wollte wieder aufsteigen und dann bin ich angesprochen worden ja weil sie ja schon vorher in die stadt rein geritten sind ich bin direkt von außerhalb zum stall rein ja und das ist ich diskutiere nicht mit ihnen ich will nicht mit ihnen diskutieren das ist alles in Ordnung was für schöne tunnel wir doch haben ich weiß nicht ich glaube der mann hat Angst vor mir ich hätte auch Angst vor mir scheisse wo saß ich denn jetzt ja jetzt was machst du ich kann mich gar nicht setzen weißt du der der sitzt da setzt dich mit der riechel die hilfe brauchen der blind sind sie zweimal die haben ist wie es funktioniert leider nicht ich habe alles versucht mister warum redet sie jetzt schon wieder über meinen letzten willen was stimmt mit dieser frau nicht dieser zug wird übrigens mit kohle betrieben ja also sind sie bequem ja ja ach das bietet so schön aussichten ja 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 kriegen sie das kriegen sie das salz mit den pferden gleich mit ja ja dann fahren wir nämlich weiter nach valentine ja ich hab die messe sie verstehen wissen sie wo sie nicht teilnehmen wollen wir können müssen wenn sie mich wenn sie mich ganz ganz liebte danach frage ich komme ja aber sie haben ja also äh auch wichtige termine also so als geschäftsführerinnen da müssen sie ja da haben sie sogar nicht beschlagen sie mich das war jetzt eine frage darf ich nicht sagen er kann sich direkt zu den griffen ist ja ich schicke ihn gerne mal den county sheriff vorbei werden sie vor drei auf dich zu schlagen am mittwoch am mittwoch hätte er damit ich glaube 350 dollar gewinnen können dann hast du dich boxen willst dann musst du diese events besuchen aber nein du wolltest ja nicht nein das hat kein geld gekostet sie hätten geld gewinnen können und sie hätten scherz vermöbeln können sie ja nee ich war der ringsprecher ja toll wenn sie wirklich wollen dass ich komme dann also ich also was ich meine ist natürlich es ist ein guter zeitpunkt um noch mal ein paar leute kennenzulernen eventuell oder da werden einige leute da sein ja ja dann hole ich noch mal eine jacke hilfe ja gut bist der rios dann bist du nachher mit ihrer schwester zusammen naja sicher da hat er du kommst du hast keine ahnung ich hab ne wahl ich kann sagen ich hab arbeit 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 wo ist denn da bist du ich stehe genau hier ja ich wollte gerade fragen äh fährst du mit ihm weiter äh will ich machen ja äh valentine ja nicht immer äh passen die auf wenn sie da runter reiten da sind immer mal wieder banditen ach ja passen sie auf das kriegen wir schon hin ok wunderbar ich hab einer von den kopf geschossen alles gut ähm mr mann im 19.30 war richtig ich freue mich sehr ja bitte bist du richtig ja ja genau wunderbar äh bis später bis später dann äh äh ähm ach schon t äh scheiß ich weiß nicht ich werde einfach nur irgendwann sterben oder so nach dir chef wie bist du ja chef ja äh ja das einsteigen tut weh so scheiß drauf oh du hast ne gute tat getan ja gerne immer kennst mich doch ja ja so ich weiß nicht wie ständig hier ist dann in dem endblock wir haben es ja gesehen heute ja genau oh ey das ist ja ja ich finde es einfach wichtig dass wir alle so ein bisschen zusammen halten weißt du so ja ja wenn ich schon mal da bin na ja und vor allem dann auch noch mit einer kaputten kutsche ne also ich hab direkte anbindung dahin schalle du kommst auch nachher zur messe ne ne ich kann locker nicht ah ok ich hab um 19 Uhr einen termin ja ok ich war jetzt nicht mal gezunkelt ne du wenn du nicht kannst dann kannst du nicht ja ähm nächstes mal komm ich dann ham auf den brücke zwei Nein! Jetzt weiß ich, wo du immer dein Leder herbekommst. Bitte? Jetzt weiß ich, wo du dein Leder immer herbekommst. Ja, ja. Ich muss hier nicht mal was machen. Dann sind wir ganz alleine. Ich muss nicht mal jetzt ein bisschen doofen, sonst sind wir beide von der Brücke gestürzt dann. Kralle, du musst auch mal ein bisschen artig sein. Also bitte. Ah. Ja, es wird sein. Ah, am schönsten ist es zuhause, oder nicht? Genau. Naja. Wunderschönen Bergen sind der Grund. Ja, wir müssen wirklich mal schauen, wo wo, äh, wo, äh, McAllister jetzt ihr Haus sein haben will, ne? Ja. Ja. Wir müssen lieber reden nach Vellentine, ne? Beim Bruder. Ja, genau. Genau. So wird ein Schuh draus. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ich kann ja... Bei mir ist ja alles... Der Zug ist ein bisschen zu lang einfach. So... Die meckert nicht... Die einem auch nicht meckern. Ah, es gibt sonst nur Ärger mit dem Sheriff. Deswegen... Hatte ich schon mal Ärger mit dem Richter gehabt. Deswegen... Mit dem Richter? Warte ich auf dir. Alles gut. Ähm... Ja, ich habe gerade die Leute eingestiegen. Dadurch stand ich kurz mal zwei Minuten auf dem Übergang. Und der hat mich gleich angemeckert. Okay. Na ja, tut mir leid, der Herr, aber... Ich will die Leute nicht schlecht jetzt hier auf dem Rasen einsteigen lassen. Nur wenn sie vorbeikommen. Ja... Ja... Ist doch so. Es ist wirklich zwei Minuten. Ja, also man kann auch mal warten, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ihr jetzt alle... Alle zehn Minuten hier irgendwelche Bahnübergänge blockiert. Also... Also... Und wenn nicht, wenn wir länger stehen, dann packen wir immer so wie jetzt auch. Das wird die Bahnübergänge nicht belegen. Ja... Ja... Also... Manchmal bleibt uns nichts anderes über. Wer steht denn da? Ja... Ja, das freu' ich mich auch. Ah, nack, oi. Ja, eh. Hey... Hey... Hallo. Ein wunderschön. Hallo, Mitch Johnson. Hallo. Wie geht es Ihnen? Wie geht's gut? Selbst? Na ja, wenn man Sie sieht, Sie sind ja immer so ein kleiner Sonnenschein für uns im Valentine. Ist so. Sie wollten letztens irgendwas von mir, ne? Kann das sein? Äh... Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Aber sagen Sie mal, wenn so eine Kutsche kaputt ist, ne? Ja. Können Sie da mal drüber schauen oder so? Ich kann ein Reparaturset machen. Für ne Kutsche? Mhm. Was kostet sowas? Eins kostet 15 Dollar. 15 Dollar? Ja. Okay. Ähm... Ähm... Sind Sie nachher bei der Messe? Es wird dauern. Es wird dauern. Ich muss erst bestellen. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. So war das jetzt nicht gemeint. Aber kommen Sie grundsätzlich nachher zur Messe. Ach so, hier Kirche und so? Ja, genau. 19.30 Uhr. Ähm... Nein, eher lieber nur draußen. Okay, aber sie kommt trotzdem nach Valentine um 19.30 Uhr. Ja. Okay. Weil die... Wie heißen die nochmal? John Rios, ne? Rios, ja. Genau. Ähm... Da ist wohl eine Kutsche irgendwie kaputt. Vielleicht können Sie da... Ach so, sie hat schon bestellt. Sie hat schon bestellt? Sie hat schon bestellt, ja. Okay, wunderbar. Klasse. Klasse. Fünf Stück hat sie bestellt. Fünf Stück? Ja. Wie fährt die denn Kutsche? Ja. So... So wie Dr. Mountbatten. Der braucht zehn. Ach du. Ich hab... Ich hab noch nie einen bestellen müssen. Alter Falter. Na, sie fahren ja hauptsächlich Lock, ne? Dafür hab ich leider nichts. Ach, alles gut. Naja, die Frage ist auch, ob Dr. Mountbatten das für sich bestellt oder für Miss Louise. Na, meistens reitet sie ja eher, ne? Mhm. Mhm. Ja, ja. Und wenn sie nicht reitet, dann fehlt sie mit der Kutsche und seine Brauch... Egal, was ich sagen wollte ist... Äh, ja, 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 ja. Ah... Ähm... Johnson, wollen sie nicht nochmal hier zum Arzt gehen oder so? Ja, ich geh gleich nochmals zum Arzt. Ja. Arzt, ist doch schön, wenn ich nicht mehr sprechen kann. Äh. 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 Und wie läuft's sonst, Mr. Nakahoe? Naja, ich kann mich vor Aufträgen zur Zeit nicht retten. Wirklich? Da haben sie's ja gut. Ja. Ja, das ist doch wirklich gut. Ja, aber müssen sie denn nicht da irgendwie Holz transportieren, von, von, von Harris zu sich? Ja, in den letzten Tagen kam er immer mit der Kutsche runter und hat's gebracht, tatsächlich. Ja, wir müssen mal hier die, die, die Railroad Company, Mr. Nakahoe, so ein bisschen müssen wir die unterstützen. Denen ist ja, ist ja hier die Öl Company abgesprungen. Ah. Und dann müssen wir mal zusehen, dass wir ab und zu mal mit dem Zug fahren oder so. Wissen Sie, jeder soll ja seine Brötchen verdienen, wissen Sie? Ja, ich bin letztens schon mitgefahren von, wo, von, äh, Wig Station nach Saint-Denis. Zusammen mit kleinen Himmel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, mir geht es nur darum, dass wir schön Werbung machen, ne? Also immer mal wieder alle so, ja, wir haben jetzt hier die, 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 ähm, die Gerber jetzt mal ein bisschen unterstützt, so, ne? Und jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir, dass wir alle hier so ein bisschen enger zusammenrücken, damit das hier alles erfolgreich wird. Kriegen wir schon hin. Haben Sie Herrn Mayer heute schon gesehen? Herrn Mayer? Ja? Nee. Waren Sie schon in Blackwater, oder? Bisher war ich noch nicht in Blackwater. Ah, okay. Ja, sie, äh, sie sind da so, dieses, dieses Saint-Denis, ey. Ich weiß nicht, was sie da machen. Boah, ey, wirklich. Bambus-Tree. Vielleicht geht's Ihnen nicht gut. Erstens, was war das, viermal von meiner Kutsche gefallen? Was? Ja. Ja, Sie dürfen da nicht so schnell fahren, das ist doch ein alter Mann. Nein, nein, bin ich schnell gefallen, ich stand. Ja, sehen Sie, so alt ist der. So alt ist der, dass er schon, der kann nicht mehr sitzen. Genau, dass er im stehenden, von der stehenden Kutsche fällt. Und ich bin zwei Jahre älter wie ihr. Oh mein Gott, was? Was? Sie sind, hä? Ja. Wie jetzt? Ich hab gesagt, Sie sind mein jüngerer Bruder. Ja, könnte man denken, ne? Wie alt sind Sie? Ich bin 52. Verdammte Scheiße. Haben sich gut geheilt. Sehen Sie, Miss Johnson, der Heilschlamm aus Valentine. Nicht meistens, Antony? Ja, aber er besucht mich immer mal wieder, deshalb gerät ja auch ein bisschen Schlamm ab und deshalb ist das alles... Darum sehe ich ja auch aus wie 18, ne? Ja, ja, genau. Genau. Also eigentlich 17,5. Ah, oh, oh. Ja, ja, ja. Na ja. Vom Wegen, ich kann nicht mit Frauen umgehen. Ha, ha! Ich hab doch gelacht. Ich hab jetzt nie gesagt, dass ich nicht mit Frauen umgehe. Ja, ich... Wir müssen aufpassen, ein Tier und Frauen einsetzen war schwierig. Weiß ich nicht. Weil jemand auf dem Pferd... Na, das Pferd macht komische Sachen. Das hüpft. Echt? Bei mir nicht. Okay. Bei mir geht's ganz normal. Also... Ja. Das ist eben so, dass es müßlich ist. Hallo. Hallo. Howdy. Hallo? Howdy. Oh, das klingt auch nicht gesund. Alles okay? Ja, bei mir ist alles gut. Nee, das hört sich nicht so gut an. Nee, jetzt hört sich auch die Sorge an. Ich bin nur ein bisschen erkältet. Alles in Ordnung. Ach so, Miss Davis, Sie sind erkältet. Ein bisschen, ja. Wie bitte? Das ist nicht fair. Ich hau ihn gleich in die Schnauze. Nee, das machen wir nicht. Ich bin immer nur im Sheriff. Ist mir egal. Miss Davis? Sei, Cliff. Seien Sie lieb. Ich bin immer lieb und artig. Ich werde in Annisburg angewandt, aber darf nicht schlafen. Ach, jei, jei. In Annisburg, ja? Äh, Miss Davis? Ja, die Menschen sind da ganz, ganz, ganz komisch. Wie sieht es denn da mal aus, da mit der... Und dann schießen sie einen schon gleich an. Wie er... Ja, da darf man ja auch nicht von der Kutsche steigen. Wie sieht es denn aus mit... Am besten durchfahren. Ja, kann ich ja nicht. Ja? Kleinen Moment. Wir haben die Videos da reizgeholt und wenn ich da hinten... Johnson brille hier nicht so rum. Ich brille so viel, wie ich will. Miss Davis. Mhm. Sie haben da ja... Ich bin ja Patrouille geritten, ne? Sie waren ja leider nicht da. Sie haben ja denn das Bett gehortet. Mhm. Sie haben ja einen richtig guten, äh, Parcours da hinten. Mhm. Kann man den mieten? Dann können sie so rauf gehen. Ja, aber sie müssen ja auch mal Geld verdienen. Ne? Wenn sie den mieten wollen, können sie das tun. Wie viel kostet sowas denn? Ach Gott, das weiß ich doch nicht. Geben sie mir das, was sie mir geben wollen? Ich kann ihnen auch Reitunterricht geben. Wie das in der Mitte? Wollen sie damit sagen, ich kann nicht reiten? Das haben sie jetzt gesagt. Hey, verdammte Scheiße, Miss Davis, sie gehören ins Bett. Ich hab doch heute so einen Termin, dem muss ich nachgehen. Es ist nicht ihr Ernst, ne? Ja, na klar. Scheint so zu sein. Nee, kein Termin der Welt kann so wichtig sein, dass sie nicht ins Bett gehen. Ach, alles gut. Ey, wann haben sie den Termin? Mr. McNam, wir haben um 18.30 Uhr einen Termin in St. Denis mit allen Pferdetrainern und allen Sheriff-Pferden. Ach, Scheiße. Oh, mit Gold und Leder. Ja, Premiere. Ey, ja. Mhm. Mhm. Aber wenn sie sich nicht fühlen, Miss Davis, dann ist das auch egal, ne? Also würde ich mich nicht fühlen, wäre ich nicht hier. Dann würde ich jetzt im Bett liegen. Sie sind eine erwachsene Frau. Ich kann da nichts, äh, sie müssen wissen, was sie machen, ne? Richtig. Ich sage ihnen nur, das ist echt nicht gut, ne? Weil dann ist ihre Stube die nächsten Tage weiterhin hinüber. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich kann auch arbeiten, ohne zu reden. Ja, machen wir. Aber 3.000 Dollar. Ich freue mich. Um mich brauchen Sie, ich kann mir Sorgen machen. Naja, um sie machen wir uns aber Sorgen hier. Erfragen Sie nicht. Naja, klar, sie gehören noch zu Weltsein. Ja, und? Naja. War nicht so schlimm. Doch. Ach, Quatsch. Ja. Widersprechen Sie mir immer nicht. Tue ich aber. Ich bin der Sheriff. Ja, das ist doch mir egal. Oha. Und wenn Sie ein Schreiner wären. Das würde das auch nicht schmeinen. Was ist denn der Koi? So, ne? Aber holen Sie sich nochmal einen Tee oder so? Einen heißen. Ja, hab ich doch schon. Oh, mhm. Ich mag noch, mir ist es kalt und lecker. Ach, wir müssen es da wegnimmen. Äh. Sie sind mir schon so ein Heiliger. Ich bin kein Heiliger, aber Ihre Stimme hört sich an, wenn Sie da nicht irgendwie was gegen tun. Je mehr als Tee trinken und Karamell lutschen, kann ich nicht. Naja, vor allem müssen Sie aufhören zu reden. Oha, war es jetzt ein Schreiner? Nein, ich roh, oh man. Oha, ein Schwarz-Tee-Güßchen. Danke. Mr. Darko, ich helfe Sie mir. Du kannst mir meine Jacke wieder geben, bitte. Äh, ja. Aber natürlich, vielleicht ist es ein bisschen voller Blut, ist mir egal. Ja, ich dachte, du willst mir vielleicht vorher nochmal reinigen. So, hier, bitteschön. Das ist ein Schweinekeks hier. Ich habe, ne, das ist ja jetzt nicht, was ich habe. Danke. Ah, danke. Oh, oh, Entschuldigung. Ja. Ich wollte Sie umarmen. Das ist aber nett. Das ist wahre Liebe in Weltsein. Also, die Frauen gehören beide zum Arzt. Ich sag's, wie es ist. Ich geh so, aber zum Arzt, das bist du doch. Sehr gut. Was ist mit ihm, ist John? Naja, die, ich darf ja gar nicht mit ihm reden. Dann werden wir ja gleich wieder böse. Hä, wo bin ich denn böse? Nein, nicht du. Ich meine doch, mach mal nie, mir lieb. Danke, weee. Ey, ich bin dir nie böse, ja? Ich drehe so am Rad, ey. Ich mit den Namenverwechslungen. Ich krieg die Krise. Ich fühl das so nervt, dass ich mir ausstellt nicht. Ey, ey, die hört sich an. Ey, die hört sich an. Die ist so krank, ey. Die gehört ins Bett. Oh, Mann, ey. Ah, mir ist kalt. Oh, was zum Trinken. Brauchst du was? Ne, ich glaub, ich hab noch was. Ah, besser. Bisschen Schwarztee. Naja. Aber heute ist nicht mein Tag. Schon der dritte Überfall. Ach, nein. Oh, so schnell konnte ich mir die Waffe gar nicht ziehen, wie er auf mich geschossen hat. Wie, wie, was, 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 was? Ja, so schnell konnte ich mir die Waffe gar nicht ziehen, wie er auf mich geschossen hat. Ja. Ich hab das nicht besser gemacht. Wegrennen. In deine Richtung. Ja, ich sag, der verballert da. Ich liess da meine Telegramme und dann ballert irgendeiner rum. Äh. Ich so, na ja, klar. Kann man mal machen. Ja. Ja, ja. Oh, der passt doch schon da. Hä, sind da Wildpferde? Ey, das ist nicht wahr. Wie sind Wildpferde los? Das war grad wie noch den ganzen Friedhof ab hier. Ja. Ja, ihr mal weg hier. Ab. Kann ja nicht angehen. Ja, du auch. Hallo? Das stimmt mit dir nicht. Hallo? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Es ist weg. Ja. Au. Oh, da hab ich auch nicht verrissen. Scheiß, Mann. Ich werf mich gleich in den Schlamm, ey. Ey, das heilt den aber gut ab. Ja, 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 dir auch. Guten Abend. Scheiße. Kann ich wieder Bahn gehen? Nee, kann ich nicht. Kann ich Bahn gehen. Warum nicht? Ich hab nur noch 10 Cent. Ja, warte, komm her. Boah, Mann, ey. Ihr macht mich alle wahnsinnig, ne? Oh, ich mach mich alle wahnsinnig, das glaubst du gar nicht. Das ist zu viel, Magda. Los, jetzt. Attacke. Ja, das ist toll, Privat. Hab ich dich. Vielen Dank. So, 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 äh, er macht ja sein Alligator, das hab ich so nicht gesagt, äh, Zauberfuchsi, das hast du komplett falsch verstanden, äh, flirt du nicht so mit den Frauen, ich flirte nicht, so, und flirte nicht bei Maya, nee, sowieso nicht, äh, die beiden bringen sich irgendwann um. Das könnt ihr mir vorstellen. Äh, Bamustree hab ich schon gedankt für sein Follow, äh, und ich dachte, Mattas wollte vier Frauen, ich will ja gar keine Frau, das ist doch, oh Mann, ey. Okay. Ähm, und Chris, Janus, schätze ich mal, ist Johnson? Wir brauchen mehr große Bestellungen für den Zug. Ja, ich, Magnum versucht jetzt eben alles, äh, was, was er, was in seiner Macht ist, ne, also, eben zu sagen, so, ey, fahrt mal mit dem Zug und so ein Kram, also, ich weiß natürlich nicht, wie viel Kohle kostet. So, aber, äh, keine Ahnung, wenn da irgendwie 20, 30 Dollar am Tag vorbeikommen. Nein, ist nicht. Ach, du bist Harris, okay, sorry. Ähm. Okay, dann war das eher eine Aussage, wir brauchen mehr große Bestellungen für den Zug. Ja, wir müssen da mal schauen, irgendwie. Keine Ahnung. Und dieses Boom macht mich fertig. Ich weiß nicht, war das bei, bei, äh, bei Davis? Äh, Davis? David, ja. Ey, das ist, das tat mir eben, oh, da bin ich wirklich gerade ein bisschen böse geworden, ne? Ey, wenn man so krank ist, ey, Leute, hört auf damit, ey, bitte. Bitte bleibt, ey, weg vom Rechner, ey, die Arme. Die killt sich die Stimme. Moin, Silver Sterling. Ja, nee, Stress ist nicht in, in, in Van Time. Aber die killt sich doch die Stimme, ey, das arme Mädel. Aber die ist halt genug, ne? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich dachte, also da, da ist ja jetzt gerade mal der Papa bei mir durchgekommen, wa? So, ey, das ist ja gar nicht so böse gemeint, aber kein Termin-IC macht das. Das ist wirklich das beste Badehaus im ganzen Kanti hier. Naja, sag ich doch. So, und jetzt teste mal unseren guten Arzt. Ja, mach ich sofort. Naja. Äh, dann gehe ich in der Zwischenzeit baden und komme gleich wieder, ja? Ja, viel Spaß. Das ist so schlimm. Das Gefährliche ist mit solchen, mit solchen Geschichten, ähm, wenn du die Stimme nicht schonst, dann wird das schlimmer. Viele Leute fangen an zu flüstern. Flüstern beansprucht aber, beansprucht aber die Stimme noch mehr. Die Stimmbänder. Also ist das Ratsamste wirklich Schweigefuchs. Und ich meine, das ist ja gar nicht böse. Und, ja. Aber das ist denn echt so, ey, alter, das ist eigentlich gar nicht wert. Aber muss jeder selber wissen. Muss jeder selber wissen. Tut mir nur so leid. Denn war das nämlich der Grund, warum sie die letzten zwei... Ach, nein. 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 Vielen Dank. Und frage mal, ist eventuell jemand aus dem Team hier? Und die Schwäche nach den Anfängen... Ah, okay. Okay, Sternchen. Also weiterhin gute Besserungen. Und das war nicht böse gemahnt. Da war jetzt gerade erst nur bei mir so... Alter, das geht ja nicht. Ähm... Äh, Candy? Candy, Badezimmer 1 bitte, die 16. Soll ich re-loggen? Soll ich re-loggen? Ich komm wieder nicht aus dem Bad raus. Hier, waschen geht nicht. Und Bad verlassen geht nicht. Letzter Aufstehen geht nicht. Alles putt. Ich danke dir. Äh... Oh, Mann, ey. Das tut mir auch so leid. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Das passiert immer, oh, roundabout noch vier Stunden, dass es Probleme gibt. Guck mal, wir sind schon wieder vier Stunden live. War das nicht vorhin auch ungefähr bei vier Stunden? Könnte ich spüren. Oh, die sind alle schon draußen. Dauert auch noch 25 Minuten. Mmh. 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 Oh, Mann. Yeah. Mmh. Ich bin da, wer noch? Nicht die Mama, nicht die Mama. Dankeschön. Hey, an alle hier im Chat, einmal herzlichen für Candy. Ich habe doch mal was vorbereitet. Traut mal ein bisschen herzlichen rein hier, für unsere Hilfe, genau. Dankeschön. War aber ein langes Bad, was war? Ja, mit Extras. Ja, verstehe. Naja. Hast du die Frau kommen lassen, ja? Ja, man muss sich auch mal was gönnen lassen. So warst du beim Arzt? Ja, alles gut. Okay. Nur ein bisschen schon. Passt schon. Okay. War schlimmer aus, als es ist. Was machst du jetzt? Ne, 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 das hört sich schon wieder falsch an. Warte, stopp. Ich überlege, ich überlege, ich überlege meinen Satz. Du hast gesagt, du bist um 19 Uhr schon nicht mehr, ne, du gehst heute eher ins Bett oder so. Ich habe einen Termin noch, ja. Genau. Ja. Ich muss um 18 Uhr 30 in Saint-Denis sein. Sag mal, kann ich mitnehmen noch, kann ich mich da hinlegen? Ich, das wollte ich gerade fragen. Also fährst du jetzt sowieso nach Saint-Denis und nimmst mich mit? Ja, machen. Ja? Ja. Das ist nett. Danke. Willst du jetzt denn schon oder erst später? Ähm, ja, die Frage ist, wenn wir jetzt auf die Uhr gucken, ähm, ich schaffe mir jetzt noch. Ja, locker. Ja, dann lass uns doch jetzt, denn. Ja. Wenn dann irgendwie was sein sollte oder so, weißt du, dann sind wir ins Anthony. Ja, dann los. Wir müssen über die Emerald Ranch. Oh, ja. War nicht so frech. Du gehst mal hinter mir jetzt, so ey, das ist ja, ja. Ich hab heute echt Probleme, ja, keiner mag mich. Das hab ich nicht gesagt. Hat der Monbet mit Badish veröffentlicht oder was? Der war böse. Der ist doch so. Der war böse. Der war ganz böse. Oh, der wäre gar nicht böse, der wäre frech. Ja, das auch. Also, du bist vieles. Also, ich mach... Alles gut, alles gut. Ich sag's nett, ich bin nicht empfindlich. Ich hab, äh, äh, mit der Davis eben noch gesprochen, ne? Ja. Äh, diesen Reitplatz, den kann wirklich jeder benutzen. Oh, das ist halt super. Das ist wirklich cool, ne? Ja. Wenn ich mir ein bisschen Reiten üben muss, dann... Oh, mein, vielleicht mich auch wieder runterwirft, dann... Und ich mich schon anweschen muss. Ja, ich werde mal mit dem Marshall reden, dass wir da irgendwie einen kleinen Obolus für zahlen, irgendwie, so. Weißt du, sonst kriegst du ja auch keine Kohle. Ja. Also, aber wenn die anderen das so mitbekommen, so, und die holen sich dann da mal Pferdefutter oder so, ist ja auch cool. Auf jeden Fall. So, aber der Marshall... Genau, genau. Deshalb da, aber wie wir vom Sheriff Department und so, wir können da ja mal eine kleine Gebühr bezahlen. Also, ich gehe durch den Beschehen her. Ach ja, schon, wir müssen ja vorne gehen. Naja. Ach. Du wirst dich auch schon wieder müde an. Nämmer müde. Na klar. Das ist schon, wenn man einen Zug fährt und nicht kutsche. Man muss nicht auf die Frecke achten. Wann hinfährt? Gibt nur einen Weg. Ja, das freut mich, äh, Zauberflux. Ja, so, dass der... Was? Fische. Fische Viecher. Wie Teufel oder so. Das ist, äh, äh, das waren einfach Predatoren, Raptoren, ich wünsche. Ja, ich verstehe. Ja, ja, klar. Vorbereiten. Du und Waffe heute, ich weiß nicht, ob das gut ist. Musst du noch mal auf der Emerald Branch anhalten, ne? Nö, nö, nö. Alles klar. Komm, man, dann vorbei. Warte, ich helfe dir hoch. Hier, komm. Ja. Danke. Bitte. Ich kann schon verstehen, warum der Edson damals, äh, zur Company gewechselt ist. Ja, das ist doch auch nie dann. Ja, das ist doch auch nie. Das Krasse ist einfach, dass die Landschaft so schön ist, ne? Johnson! 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 Ja. Warst du vorhin hier in der Nähe? Ich wusste, wenn du mit dem Kühlen verzeingangst? Ja. Ja, okay. Ja, kann. Ja. Wolltest du sagen? Ach ja, du bist, äh, gerade mit dem Zug vorbei. Wir haben ja am, am, am Übergang gewartet, ne? Ja, genau, genau. Ja, ja. Ja, ja. Ne, ich hab nur gemeint, von wegen, ey, dass die Landschaft einfach, einfach großartig ist, ne? Ja. Ja. Also. Aber ich hab nicht da den Zug gefahren. Die Landschaft immer zu sehen ist herrlich. Ja. Die finde ich gut. Also, ich bin einmal im Westen gefahren, ist auch okay, aber jetzt ist es schöner. Naja, was haben die da? Die haben ja nur noch Sand. Die haben nur Sand und ein bisschen große Werbung. Ja, und Kakteen. Ja, und Kakteen. Ach, gut so. Die heute inzwischen in dem Emmerich-Brand wieder irgendwen, oder? Naja, da ist ja, ist ja, Gehirn tut das, der Goldberg. Ja. Arbeiten tut da die Cooper und irgendeinen Neuer, den ich noch nicht kenne. Oh, okay. Ich hab den jetzt zweimal gesehen, aber ich, äh, kenn den noch nicht. Also, wenn ich in den Emmerich-Brand vorbeifahre und da drin, das ist immer, das sehe ich nicht. Oh, Miss Cooper sehe ich aber oft, wirklich. Also, die sehe ich so zweimal am Tag, oder so. Doch, doch. Haben wir gut Pech. Ja. Aber was ist denn da, dann? Den haben wir ein Pferd? Ja. Ich bin David. Ah ja. Äh, Blackfire, das ist, äh, ein bisschen eine Überlegung, irgendwann, wenn man mal vielleicht richtig drin ist, das eventuell mit Rüdiger zu machen. Entweder, entweder so Passkontrolle, wobei das ein bisschen schwieriger ist, weil der braucht schon wieder Befugnisse, ähm, oder aber hier bei der Company. Ja, muss man denn mal sehen, ob man einen Zweitschar machen darf, und im Moment gibt es Wichtigeres, als jetzt hier mit einem Zweitschar in den Server zu bespielen. Das muss jetzt nicht sein. Krötiger ist der Zwillingsbruder von, von Cilda Jonas Magnum und der oberste Einreisebeamte von Los Santos und Standesbeamte. Gegner. Ja, ja, hier Profifahrerin. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Die weiß, wie man mit dem Stahl um, äh, 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 na, na. Ich weiß, das lange Ding zur Hände ist. Oh mein Gott. Das ist es. Halt auf. Ich sprich schon wieder. Ich sprich schon wieder. Oh nein. Ich will nicht. Warum immer ich? Was mache ich denn? Warum nicht? Warum immer ich? Ich auch nicht. Oh. Also die reden alle davon, dass sie heute in der Kirche verbrennen werden, weißt du? Ich bin der Einzige, der da heute mit voller Elan reingeht und wahrscheinlich wirklich verbrennt. Gerade wenn man warum ich zu kündigen ist. Ja, super. Ich würde so vor den Aschen sagen, wenn ich den Zug reinsetze. Unfassbar alles. So, jetzt haben wir das Ding auch mal hier in die Kirche rein. Ja, nee. Ist klar. Stellt sie ihn hier ab oder war? Äh, ja. Okay. Okay. Und andere Seite, ne? Äh, nee. Hier ist besser, aber hat mal. Nein, ach so. Der ist gut, ne? Äh, der ist gut. Ich komme jetzt zurück. Nein! Ich werde sterben. Unter da. Magnum? Ja. Ich weiß nicht. Natürlich. Ist mein Job. Ja, ich will das schon. Neben dem Sheriff sein. Irgendwie... Ah, ja. Ja, ist gut. Gut. Ich bin einfach runter. Äh, hast du hier ein Zimmer in deinem Bahnhof oder gehst du ins Hotel? Ich hab, ich hab oben ein Zimmer. Ah, okay, gut. Die sind in den ganzen Büros und so. Warst du noch mal drinnen? Nee. Ja, komm mal mit. Also hier war ich... Nee, hier war ich... Nee, hier war ich noch nicht. Na ja, was ist denn da, weil du so noch nie hier drin warst? Ja, pff. Der, der, der Johnson, der nimmt doch immer die McAllister wahrscheinlich mit, aber... Ah, ja, okay. Mich hat er hier nicht. Weißt du? Okay, wir können ja sogar richtig schön, äh, ein Abendessen machen, ja? Guck mal. Oha! Ja, ja. Kannst du kochen? Okay, ich frag nicht weiter. Unser Büro hier, ja. Okay, ja. Hier drüben, ist noch nicht ganz so edel, aber haben wir einen ganz kleinen Schlafbereich. Ja, ey, für mal nach der Schicht eben schlafen ist doch in Ordnung. Nein, das ist vollkommen aus. Ne? Aber wir wollen mal auch ein kleines Haus haben, einfach so ein bisschen bequemer, ne? Aber so reicht's aus. Ja, ja, aber das habe ich ja gestern auch gemacht, weißt du, nicht mehr aus Blackwater zurückgeritten, sondern einfach ins Office und dann, äh, auf die Pritsche da. Nur, wenn du, äh, würde ich jetzt sagen, wenn du mal in Santini bist oder so, kannst du auch hier pennen, kein Problem. Ah, das ist nett. Das ist nett, aber wir haben ja bald das Haus in Valentine. Ja, ja, stimmt, dann freuen wir uns einfach, ne? Genau. Und wir gehen. Genau. Ja, wunderbar. Nö, dann, äh. Ja, leg dich hin. Ja, wir sehen uns bis meine Schulter. Ja. Ja, ja. Genau. Lass das dir gut gehen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Und dann spätestens morgen, ne? Ja, auf jeden Fall. Naja, denn tüdelü und gute Besserung, gute Nacht. Tüdelü. Tüdelü. Good night. Ey, ich weiß es auch. Ich weiß es auch nicht, warum ich diese... Ich sag da irgendetwas und dann merke ich vom Wegen, dass es komplett fehlt am Platz. Und ihr könnt euch jetzt tot lachen, ne? Aber Fakt ist, im Real Life passiert mir das nicht. Im Real Life passiert mir das nicht. Ey, ja, deshalb, Magnum kann gar nicht perfekt sein. Also, soll er auch nicht. Scheiße, ich muss was essen. Sonst wache ich gleich gar nicht erst auf wieder auf. Den Grashöpfer essen. Dann werde ich nie wieder aus dem Badezimmer geholt. Mein Tüdelü. Mein Tüdelü. Wenn ich hier mit dem dämlichen Joghurt für den Marshall-Rom... Oh mein Gott. Du wagest nicht, wenn die McAllister das IC hört mit dem Joghurt. Tatsächlich habe ich auch mehr Angst vor der McAllister als vor Johnson. Ja, richtig interessant wird es ja, wenn Benni wieder da ist. Dann wird es ja richtig, dann geht es ja richtig ins Gossip. Ich muss wirklich sagen, ich finde, äh, 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 ich finde das gerade sehr, sehr spannend, so, so mit den ganzen, ganzen Leuten so. Weil, äh, 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 ja schade, Maya hat technische Probleme, ne? Der, der kommt im Moment nicht auf den Server rauf. Also der hat richtig, der hat wohl gestern, äh, 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 hatte er doch in den Chat reingeschrieben, dass er, äh, sogar alles runtergeschmissen hat und so, dass die ihm Support ihm die ganze Zeit... Ne, so... Das ist, das ist, äh, äh, wirklich, wirklich schade. Aber das mit, mit, äh, äh, Johnson ist cool. Also mit ihr. Mit ihm hat sich Magnum ja schon immer verstanden. Also das war auch einer, wo ich sage, ähm... Das war richtig cool da an dem Tag mit dem Bootshaus. Bei vielen, bei vielen war das so, dass ich irgendwie, irgendwie mich überrannt gefühlt habe. Oder bei einigen, nicht bei vielen, aber bei einigen. Und Johnson war irgendwie so, jo. So, das war irgendwie, irgendwie ganz nice. So. Ähm. Scheiße, wo ist denn hier der Tabak-Altal vorne? Ähm. die rios finde ich gerade sehr spannend weil es ist auch auch eine coole type finde ich irgendwie so der ist so ein bisschen auf die fresse hauen nein ich darf wie ich darf dem nicht das ist ja jetzt auch bescheiden oder so und dann so ein bisschen gegen seine schwester so die wiederum dann sagt so ja moine also jungs hier mal jetzt mal nicht ist auch sehr cool ja mc allister ist ja nun klar davis dass wir da das haben die einfach sehr geil gemäppt ich hoffe dass wir das so ein bisschen hinbekommen ich rede da mit dem marschall wieder mit dem marschall dass wir wieviel kippen sind in einer schachtel drinnen da sind doch keine zehn kippen drinnen oder zehn okay gut danke das heißt ich habe nicht genug geld ja klar ja klar ach So, äh, die Buffalo ist cool, die Mooney, also wir haben echt coole Leute hier. Meine Armut kotzt. Meine Armut. Ich verstehe. Audi. Äh, nee. Ich wiege das nicht auf. Freundschaften sollte man nicht mit Geld abwägen, ne? Ich verstehe nicht, wo man die bekommt. Hier, da eben in dem Shop, wo ich war. Da. Da. Da, wo ich eben drinne war. Da ist der Zeitungsverlag und daneben ist der... Du musst nur reingehen. Das ist manchmal ein bisschen verwirrt, weil wir haben hier ein, zwei Geschäfte, da sind die Sachen vor dem Laden. Und ein, zwei Geschäfte, da müsst ihr in den Laden reingehen. Also das ist wirklich so, ne? Das kann mal ein bisschen irritierend sein. Aber grundsätzlich... Mit alles sagen. Ruhe. So. Ich locke mich hier mal eben aus. und der riesen zu von johnson lieben wir ja ja klar aber mir wird das ja heute einfach emmy steht noch bei bei den tailors emmy steht noch bei den tailors dabei taylor und johnson nee nicht johnson jones diese frauen nahmen und die männer nahmen überhaupt nahmen mein gott könnt ihr nicht alles könnt ihr nicht alles pd-beamte sein wo man euch mit dienstnummern ansprechen kann es war so einfach selbst bei bei rpi haben wir damals die leute gar nicht richtig mehr mit mit namen angesprochen selbst da haben wir die die dienstnummern benutzt warte bist du meine it schwester trifft mach mir keine angst ey ist die schon gewaltelistet okay mhm oha die ist heute rausschuldigung wartet mal kurz hey sorry aber ich habe den ganzen tag nichts gegessen ich musste mal eben ein bisschen vom brot nehmen ähm ich dachte das dauert eventuell noch so lange nee ist nur eine scheibe brot ich dachte die 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 braucht noch ein paar tage bis sie überhaupt kommt ja das ist ja cool oh ich werde sterben zwei meg alistar oh mein gott ich will nicht ich ich logge mich nicht mehr ein ne ich bleib draußen ach das das wird schon ein sternchen also wirklich und sie ist auf meiner seite sagt sie ja dann ist es cool dann mag ich sie jetzt schon ansonsten wäre es ja jetzt keine rp flucht gewesen wenn ich mich gar nicht erst wieder eingeloggt hätte weil der rp streng ja noch gar nicht bekommen hat einfach mal ausgehebelt also das was ich mitbekommen habe ähm bin ich sehr zuversichtlich was den server betrifft weil sonst wären wir auch gar nicht hier ja menschen kommen menschen gehen äh manche dinge funktionieren manche dinge funktionieren nicht solange man persönlich dabei ein gutes gefühl hat ja manchmal man muss auch mal gewisse kompromisse eingehen mhm und ich sage das jetzt nicht weil weil ähm wir im moment kein gta server haben ähm sondern ich sage es aus dem ihr wisst das ne ich oder die leute die mir länger folgen wissen das ey uns ist das scheißegal wir spielen auch irgendwas anderes ja wir müssen nicht unbedingt roleplay spielen das läuft am besten das macht uns am besten am meisten spaß ey aber scheiß drauf ey dann lasse ich mich in apex wieder abschlachten oder oder äh wir spielen äh Conan oder sonst irgendwas ja aber Sternchen du hast ja auch die Möglichkeit oder man hat die Möglichkeit das bei den vorschlägen einzureichen einige dinge sind ja in arbeit das nicht immer alles von heute auf morgen klappt oder oder umsetzbar ist gehört auch dazu ja ja weshalb Kronen RP haben Matters und mich sogar ein bisschen gemacht als wir es gespielt haben sind wir auch schon wieder voll reingegangen eigentlich so mich will er nicht guck mal ich muss muss gar nicht vor McAllister flüchten ich will gar nicht erst reingelassen ja du wusst warum na wo bist du ich würde cảm an ja ich würde auch nicht so ein Eismensch. Aber lieb, dass du fragst. So, 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 so. Nutella-Eis? Echt jetzt? Nutella-Eis? Oh mein Gott. Nutella-Eis, na klar. Okay. Probieren wir es nochmal. Okay. 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 ne er braucht nur unwahrscheinlich lange also beim ersten mal wo es jetzt eben nicht geklappt hat als ich mich ausgeloggt habe hat er mich aus dem rockstar wieder rausgeschmissen da war das passwort wieder nicht hinterlegt muss ich das passwort wieder eingeben und hier war es jetzt so er hat das manchmal dass er unwahrscheinlich lange braucht bis er die was den urlaub ablehnt oder genehmigt ist immer noch der marschall klingt ich liebe dich klingt du bist so ein geiles okay so ankündigung ab 18 uhr dürfen unsere neue strawberry grüße ab sofort sind die türen von strawberry offen mit story very reborn kommen zwei hotels und saloon drei wohnhäuser schreiner behandlungsraum büchsenmacher will ich das ja ich gönn's dem malz malz ist ja malz soll ja der der sheriff von von strawberry eigentlich werden ich gönn's dem aber strawberry ist mir äh strawberry ist mir zu eng wenn da denn auch noch npcs rumhuschen denn ist mir das viel zu eng in strawberry und das ist normal bemerkungen dass er lange braucht ja bis jetzt gab es deshalb keine beschwerden madame oder haben die aber auch heute auch rausgehauen erst heute mittag das große update und jetzt die geschichte das habe ich auch gedacht dass das inventar ein bisschen zu klein ist aber da steht auch schon drinnen hey das ändern wir die tage noch ja das finde ich war ja und da ist die da ist die geschichte die ich meinte dieses inventar super geil auch hier mit denen dass du das hier alles anklicken kannst du kannst ja tausend sachen anklicken finde ich super nice und so war das erste was mir aber auch aufgefallen ist so ein bisschen klein ich habe auch versucht das selbstständig zu öffnen aber das wird daran liegen dass das nicht clientseitig ist also das ist vom server denn so vorgegeben so glaube ich ähm und äh kommt aus der community und team sagt gleich ja ja genau es ist womöglich wirklich zu klein machen wir größer ist doch geil so läuft das so auch hier dass du jetzt siehst welche waffe ausgerüstet ist finde ich auch sehr nice oh meine feldflasche muss ich noch auffüllen oh da will ich noch was testen mit der feldflasche mhm und den müssen wir machen so passt das das kommt weg da bin ich da und weiter geht also ich ich das ich kann ich 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn mir was zur Genesung mitbringt. Ja. Bin wahrlich gespannt von wem und was es ist. Das soll wohl eine Bestellung gewesen sein oder so. Ach, die Frau ist... Ja. Die Frau ist heute bei einer Hobbs gegangen. Wieso das? Die ist überfallen worden. Ja, wieso das? Ja, weil zwei Männer irgendwie auf ihre Ranch geritten sind. Sie irgendwie wegen Fleisch, was nicht geliefert wurde, angemacht haben. Und dann meinte sie ja, sie hat keine Ahnung. Dann haben sie ein Schwein erschossen. Und dann wollte sie wohl auf einen der Männer zugehen. Und ist wohl niedergestreckt worden. Äh, Sheriff, Sheriff Lane war als Erster am Ort. Und, äh, West und ich sind gerade aus Valentine rübergeritten. Ich war gerade eine Viertelstunde vorher. Hatte ich gerade meinen Patrouillengang bei ihr. Ach, hey, ach, hey. Ja, ja. Das ist eine ganz komische Geschichte irgendwie. Weiß man, wer es war? Nee. Das Schlimme, oder was heißt das Schlimme? Oder das Gute? Keine Ahnung. Äh, die beiden Herren, meinte Miss Buffalo, waren nicht mal maskiert. Da konnte Miss Buffalo zeigen, irgendwas aussagen gegenüber den Herrschaften. Ey, einer hatte einen Schnauzer, Blue Jeans, ein Karohemd. Pferde konnte sie nicht genau beschreiben. Ich meine, sie wissen ja selber, wie sie ihre Tiere liebt. Ja? Die stand ja unter Schock. Da ist gerade eins ihrer geliebten Schweinkirchen irgendwie erschossen worden. Sie ist runtergeschmissen worden. Das war klar, dass die keine ordentliche Aussage machen kann. Ist richtig, ist richtig. Aber es ist schon... Also, wir vermuten, dass die denn Richtung vor abgehauen sind. Weil Lane kam von, von Saint-Denis. Also von Emerald Ranch. Und West und ich, wir kamen ja aus Valentine. Und wir sind sogar versetzt geritten. Also ich bin oben rumgeritten. Er ist unten rumgeritten. Und uns kam niemand entgegen. Deshalb, äh, vermuten wir, dass die sich denn oben Richtung vor abgesetzt haben. Ey, ich bin da heute viermal gewesen. Viermal. Und dann reite ich in die Stadt rein und dann passiert da sowas. Das war heute nicht schön. Äh, glauben Sie mir, das passiert immer dann, wenn mein Arsch dreht. Mhm. Naja. Ansonsten haben wir, haben wir heute Gutes getan. Was bekommt eigentlich, äh, Miss Buffalo für den Joghurt? Ein wunderschön, Mr. Narkoi. Äh, nichts. Okay. Ja. Wunderbar. Ähm, tatsächlich. Nee. Aber sehr schön, dass du noch an mich gedacht hast. Ja, hat sie, hat sie wirklich, äh, äh, war ihr ganz, ganz wichtig. Wer ich die Tage mal vorbeischauen auf der, äh, der Ranch. Ja, wird sie sich freuen. Naja, sie werden sie ja vielleicht heute Abend sehen, ne? Oder kommen sie nicht zur, zur, zur Messe. Ja, stimmt. Auch 19.30 Uhr. Ja, dann, äh, sie begleiten mich doch sicherlich nach, äh, Valentine. Naja, natürlich. Da sehen Sie. Wir beide, äh, wir sind Blutsbrüder, Marshal. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich mir den Finger geschnitten hab. Hallo, wir lagen gestern beide in der gleichen Blutlache. Wir sind Blutsbrüder. Marshal, Sie sind jetzt mein großer Bruder. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das, äh, als Glück empfinden möchte. Obwohl, bin ich so oder so, weil, wenn sie scheiße bauen, kriegen sie eh eins von mir auf den Deckel. Ja, ist auch wie beim großen Bruder, oder? Ja, richtig. Also. Wer macht immer die Arbeit? Bei größeren, zwischen Geschwistern? Der Kleine. Immer der Jüngere, oder nicht? Richtig. Aber ich hab auch ganz andere Aufgaben, als die mit der Erwägung. Naja, klar. Äh, soll ich die Straße wieder absperren? Nein, alles gut. Wir werden das wieder hier in der Gasse hinter mir, äh, äh, vollziehen. Aber warum kommen die denn alle jetzt hierher? Was anderes? Du wüsst ja merken, dass mein Aftershave riecht heute wieder sehr, das ist wahrscheinlich sehr gut. Marshal, dürfte ich da einbiegen? Oh. Aber natürlich. Guten Abend, Dr. Mountbetten. Guten Abend. Guten Abend, Dr. Mountbetten. Guten Abend. Ich sag, ich sag, ich sag, Mr. Magnum. Ja, ich sag ihm das. Mein Aftershave macht nicht nur, äh, meine, äh, Partnerin voll. Und auch die ganzen Leute komischerweise. Ja, dann wird die Messe heute ja voll. Hallo, Dr. Mountbetten. Ist das ein Alkabey? Ja. Ich hab Ihre Post gelesen. Hätten Sie es sogar dabei? Hab ich dabei, ja. Wunderbar, meine Kutche ist natürlich auch schon da. Oh, verzeihen Sie, Gentleman. Äh, ich, äh, rede mal mit den Damen, weil dann kann ich ja schon anfangen, oder? Dann bin ich ja schon durch. Na ja, da, mit den Trainern. Ja, dann, ich begleite Sie. Einen wunderschönen guten Abend, die Damen. Schönen guten Abend. Guten Tag. Sind Sie, sind Sie schon, äh, sind Sie hier gerade am Machen und Tun und so? Wer? Ja, Sie. Nein, noch nicht. Aber, Mr. Magnum, wir haben noch ein bisschen Zeit, nicht? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, Sie entschuldigen mich? Naja, klar. Hola. Guten Tag, Mr. West. Howdy. Oh Gott, was für die Stimme. Krank? Ein bisschen. Ins Bett. Nee, es ist, es kontrolliert ja keiner hier, die Tiere. Das können Sie auch ein anderes Mal tun, ob Sie gehört ins Bett. Ja, es ist schon... Was gehört hat der für Sie? Ist, ist auch wirklich schon, äh, geklärt. Äh, ich hatte die, dieses Gespräch schon vor einer halben Stunde mit ihr. Ich wollte gerade sagen. Näh, äh, die junge Dame ist erwachsen, so, äh, lassen wir es dabei. Ähm, äh, Kontroll... Mr. Magnum, ich bin, glaube ich, der Letzte, der irgendjemand sagt, äh, ne. Nein, wir meinen es ja alle nur gut, ne? Aber ich habe wirklich vor einer halben Stunde mit ihr darüber geredet und, äh, äh, sie war sehr böse zu mich. Er war ich gar nicht. Also, was lügen Sie denn? Mr. Magnum. Ja. Für mich ist keiner unbedingt böse. Ich verstehe. Den Sinn. Äh, Miss Davis, wollen Sie sich denn Nero mal als erstes anschauen oder, oder macht das Miss Jones oder wie läuft das jetzt hier ab? Mr. Magnum, wollen wir vielleicht auf Miss Taylor warten? Ach so, okay. Deswegen sage ich ja. Ja, ich dachte... Ich würde ja sagen, haben Sie es irgendwie eilet, Leute? Ja, um 19.30 Uhr ist die Messe. Mr. West wird... Ja, das ist doch aber noch in einer Stunde. Mr. West macht da heute hier den, den Messdiener. Ja, das schwitzt doch. Ja, hast du dann noch genug Zeit, Mensch. Ja. Der Messdiener, sag mal vor, was träumst du, ne? Ich habe dir so einen weißen Umhang besorgt. Ihr so ein kleines Kleid und so. Ja, und sobald ich die Tür reinkomme, verbrenne ich gleich der Luft. Nein. Ja, es ist ein verdammt schlechter Zeitpunkt, um die Brauchen aufzuhören. Ich sage es, wie es ist. Mr. Magnum, ich wüsste gar nicht, warum man überhaupt mit der Brauchen aufhören sollte. Weil Sie wissen, es ist gesund. Mr. West, haben Sie noch? Ja, ich habe noch. Okay. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, die. Dr. Mott Betten, du bist Louis. Guten Tag. Ähm, hätten Sie eine Minute? Natürlich. Geben Sie mir. Miss Louis, haben Sie Herrn Meier noch angetroffen? Nee. Ah, okay. Oh, schade. Meinen Sie was von dem Herrn Meier, Mr. Magnum? Nee, ich mache mir nur... Ich habe den jetzt zwei, drei Tage lang nicht gesehen. Der ist nachher bei mir anzutreffen. Bei Ihnen? Mhm. Und wie viel Uhr? Danke, so zur 19. Glockenstunde. 19 Uhr? Ja, das ist... Da bin ich ja auch schon auf dem Weg zur Messe. Wir haben Sie ja noch eine halbe Stunde Zeit. Naja, Vorbereitung treffen hier mit dem Kollegen und so. So als Messdiener hat er ja vorher noch... Stimmt, Männer brauchen immer ein bisschen länger. Das habe ich vergessen. Naja, nee, aber Sheriff West hat das noch nie gemacht als Messdiener. Ich vergesse es. Und da muss er natürlich vom... vom... Vater da noch ein bisschen eingewiesen werden. Oh, komm, du mal nach, Blackwater, mein Freund. Dann ist was los. Naja. Ey, die sehen sich auch komplett ähnlich, oder? Wer denn? Naja, die beiden hier... Ne, die Blässe da hinten ist ein bisschen länglicher. Und die beiden sehen dann auch anders aus von dem Pferd. Stimmt. Und der ist brauner, ne? Also der ist eher braun, der da hinten, ne? Oh, der müsste nun mal sauber gemacht werden. Ja, das kann natürlich sein. Nero strahlt natürlich. Ja, wie es sich gehört als Abgesandter vom Winter. Wie wir den Schwein heute in den scheiß Ersterraum. Miss Louise. Miss Lu... Miss... Miss Louise. Hm? Was machen Sie eigentlich hier drüben? Ja, ich bin heute dabei. Wie, Sie sind heute dabei? Ja, ich bin heute dabei. Wie, innen, ja. Dabei, dabei? Dabei, dabei, ja. Inwiefern dabei ist. Nein, ich übernehme die Kontrolle mit. Als Veterinärin. Ach, Sie sind jetzt Veterinärin? Reiß dich bloß zusammen, Nero. Reiß dich zusammen. Der nickt dir schon zu. Nee, der will nur meine Kippe. Achso. Der ist Raucher. Bist er denn dann verraucht, oder was? Ja. Ach, der meinige. Gib den Kauter, was weiß ich, hilft das. Guten Tag. Guten Tag, Miss Lane. Mein Mann verspätet sich leider etwas. Wie immer. Das durfte sich kein Problem sein. Wie, wie immer. Das war nur ein Scherz. Also, Magnum möchte jetzt immer Schweine durch Wellentime treiben, hat er gesagt. Ja, das glaube ich. Ja, vielleicht können wir das erklären, wenn keine der Zivilisten anwesend sind. Oder sie lesen einfach meine Akte. Genau. Wenn der Herr von der Zeitung da gewesen wäre, das wäre so ein schönes Foto geworden. Oh ja. Die drei kleinen Schweinchen. Hätte ich vielleicht was mitmachen können, ja. Mr. West, Mr. Magnum, wo sind Ihre beiden Deputies? Tja, das frage ich mich auch, Roman. Der schlägt wahrscheinlich immer noch. Äh, ich habe angekündigt, dass Herr Metters nicht verflügt ist. Ja, das sehen wir gerade auch. Wie gesagt, man wird noch so um die halbe Stunde brauchen. Äh, Quatsch, Viertelstunde brauchen. Aber wir sind ja hier noch am Wachen. Ja. Aber wir machen. Ich werde alles für den Gottesdienst heute vorbereiten müssen. Deswegen die Damen und Herren entschuldigen mich. Ich muss in die Redaktion. Natürlich, Doktor Monbetten. Auf Wiedersehen, Doktor Monbetten. Auf Wiedersehen, Doktor Monbetten. Ich werde immer ganz vorne anfangen. Ach du meine Güte. Dann werde ich das wohl übernehmen. Der ganz vorne. Ihr Pferd. Richtig. Ja, von mir aus ist es hinten. Deswegen. Nee, von mir aus ist es da vorne. Naja, Ihr Pferd könnte auch ganz vorne sein. Ich glaube, so haben die Damen das auch verstanden. Sie wissen noch, wo es steht. Also von daher. Ja. Aber das ist mein Privatwert. Sollte das auch kontrolliert werden? Nein. Das Privatwert. Es geht um Ihre Dienstwerte. Das reine ich auch im Dienst, aber trotzdem. Habe ich so ausgeteilt bekommen. Naja, zumindest selbst bezahlt. Dann lass es es mit kontrollieren. Sollten uns vielleicht nicht immer nur schwarze Pferde zulegen. Oh, Mann. Dum-dum-dum-dum-dum. Äh, Strawberry ist aber sehr schön. Aber Strawberry ist malerisch schön. Genau wie Rhodes. Äh, Rhodes. Ah, weiß ich nicht. Nee, Rhodes finde ich gar nicht so schön. Strawberry ist schön, ja. Aber wie gesagt, äh, die Straßen da und so. Also das mit den Brücken ist natürlich super geil gemacht da, ne. In den Berg so mehr oder in den Bergen oder zwischen den Bergen da reingebaut. Super cool. Äh, passt da auch super geil hin. Ähm, das haben die Macher von RDR gut hinbekommen, dass sie, dass du immer wieder kleine Städte hast oder Dörfer hast und so. Äh, äh, oder einzelne Häuser. Äh, die ganze Map ist irgendwie gefühlt besetzt. Ist sehr, sehr cool. Aber, um da jetzt irgendwie loszupiesen oder so. Äh, viel zu viele Wölfe, viel zu viele Bären und all so ein Kram ist nicht meins. Und Coco dreht schon wieder frei, weil sie Mountbatten zieht. Hashtag Mountbatten-Fan. Mr. Magnum. Ja. Magnum, Magnum. Wie sie möchten. Äh, ja. Der Marshal hat mich gerade zu Ihnen geschickt. Sie haben offensichtlich einen neuen Depduty bei sich. Ja. Richtig. Er braucht ein Pferd. Ich sollte ein Pferd für ihn reservieren und das soll ich jetzt Ihnen mitgeben, damit Sie es ihm aushändigen. Okay. Ja, das war die Anweisung von Marshall. Okay. Ich würde es Ihnen also jetzt gerne mitgeben, ja? Äh, ja. Äh. Nein? Ja, doch, warten Sie. Geben Sie mir eine Sekunde, um nachzudenken. Also. Da steht jetzt mein Pferd, was ich gerade benutze. Wenn Sie mir jetzt das Pferd einfach geben, brauche ich das nur in den Stall packen, richtig? Naja, ich lasse es Ihnen in den Stall stellen. Ja, okay, gut, 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 gut. Dann brauchen Sie meine Boxnummer, ne? Ich brauche Ihre Stallboxnummer, ja. Ja. Das wäre nicht schlecht. Ja. Der Stallmeister muss ja wissen, in welchen Stall er das bringen soll. Ja, geben wir dem eine Sekunde. Candy, das ist die 16, oder? Das ist meine ID-Nummer, oder? Handy! Du bist so aufgewirbelte Pferde. Handy! Na gut, auch nicht alle. Ne, Nero ist ganz ruhig und entspannt. Ihr geht mit Ihrer Stute? Die steht bei Ihnen. Die soll gepflegt werden. Die war ja verletzt. Die hat Miss Taylor an sich genommen. Ähm, in Ordnung, das wusste ich nicht. Also bei mir, in meinen Stallboxen steht sie auf jeden Fall nicht. Nee, 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 das kann sein, das ist... Ey, ähm... Ähm, wegen dem Pferd brauche ich leider noch einen kleinen Moment wegen meiner Boxnummer. Ja? Ähm... Ja. Ähm, und wegen... Wegen... Wegen Emi? Ja. Ich war... Vorgestern war ich drüben bei Ihnen. Ja. Und da hat sie... Äh... Da hat sie die an sich genommen und meinte, ja, die brauche ich jetzt ein, zwei Tage Ruhepause. Also mehrere Tage sogar. Weil wir hatten einen Sturz vom... Also... Wir sind... Einen Berg wollten wir hoch. Und dann... Ist die... Ähm... Sind wir rückwärts runtergerollt. Sozusagen. Oh, Himmels. Ja, ja. Ich hab sie aber auch sofort... Also ich bin ganz langsam dann, äh, nach Valentine rein. Das war Frau Valentine. Ähm... Und bin ganz langsam rein, hab sie nur noch geführt und sofort in die Box rein. Und hab dann sofort, äh, äh, den Termin ja bei Miss Taylor gehabt. Himmels, Sven. Ja, ja. Also ich hätte die Box Nummer 16. Wunderbar. Wenn genehm. Ja, vielleicht schreiben sie sich den Namen auf. Der Name von dem Pferd ist Snake. Okay. Wie die Schlange. Wie die Schlange, ja. Okay, wunderbar. Er hat auch so doll Angst verschlangen, wie sein Hammel. Oh mein Gott. Ja, das ist genau das Richtige für Mr. Matters. Das ist genau das Richtige für Mr. Matters. Ich hol ihn kurz raus, ja? Ich danke ihn. Die Tage an Miss Taylor zurückgeben, damit, äh... Das Pferd noch ein bisschen ruhig. Nehmen Sie das Pferd doch direkt mit so ums mit. Weg. Weg. Ja. Christian, vielen Dank für die Hilfe. Ja. Läuft alles. Schauen Sie sich mal den Hübscheln an. Magnam, das ist Ihr Pferd hier, richtig? Nein, das ist meins. Dann würde ich Sie einfach hier bitten. Ja, der ist doch schön. Ja, oder? Der sieht aus wie der Bruder von... Nee, aber da ist auch an der Schnauze ist mir weiß. Aber sonst sieht er so ein bisschen aus wie Nero hier. Ähm, Ihre Stellnummer war? 16. Ah ja. Ich hab's nicht so. Macht nicht. Das ist gut. Das ist... Gut, bitteschön. Ich tanke Ihnen vielmals. Gerne. Na, bei 10. So, wenn es sogar wenn es zu einer Schießerei kommt, bleibt einem verstehen, das interessiert Ihnen gar nicht. Ich ein Stück. Das ist eine treue Seele. Der möchte ich auch gar nicht hergeben. Nein, na, gar nicht. Also nochmal Christian, vielen Dank. Sicher. Ja, machen wir. Ey, ich seh Metters schon so fliegen, ne? Weil Schlangen immer wieder da sind. Ich seh den so fliegen, ey. Der Arme. Ah. Ja, zur Not müssen wir das Pferd untauglich erklären. Dienst untauglich erklären. Ja, ich seh den so fliegen, ja, ich seh den so fliegen, ja, ich seh den so fliegen. Nein, du kriegst jetzt keine Zigarette. Nein. Nein. Verdammte Scheiße, du bist zu... Hör auf damit. Nein. Kannst du nicht machen? So, die Veterinärin ist schon da? Ja, 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 da hinten. Oh. Entschuldigung. Na, komm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, jetzt hör doch mal aus. Du kriegst keine Kippen. Ich hab noch nie so'n Nikotin-abhängiges Fick gesehen wie dich. Ich hab noch nie so'n Nikotin-abhängiges Fick. 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 Hat er den Sattel so abgen... Ja moin. Was war das? Hat er den Sattel eben so'n Nikotin-abhängiges Fick? Ähm... Und auch das Gebiss ist niemals zu klein. Also wenn sie da einmal schauen, das können wir auch gerne gemeinsam machen. Ähm... Wär das ganz gut. Ich würde sie jetzt bitten, ihn noch einmal zur Straßenkreuzung zu führen und einmal zurück. Damit ich gucken kann, ob er nochmal anders läuft bezüglich des Eingränken für uns. Ey, wenn die... Wenn die das mit mir machen, ne? Das wollen die nicht mit mir machen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich glaube, den hat er gar nicht gesagt. Ich weiß gerade nicht, ich glaube, den hat er gar nicht gesagt. Sagte nur neugierig. Charlie! Ja gut, ich glaube, das ist ein Pferd besser freundlich. Nee, aber das ist immer zu zweit. Das erste Mal mit, damit er ja auch ein Schleif. Das erste Pferd, das ist Elli, richtig? Elli, genau. Ja, für mich wäre es tatsächlich einfacher, wenn einer mitsteigen würde, damit ich mich ganz aufs Tonnieren konzentrieren kann. War ja auch so, dass er immer abwechselt wird und einer Schleif mittel, oder nicht? Das weiß ich nicht. Für mich ist das die erste Kontrolle. Also sonst war das mal so, weil sie haben ja alle die gleichen, die gleichen, dass sie zum Ausfüllen. Mr. Wendt, wie heißt die Pferd? Ich muss nochmal den Namen dazu sagen. Wie? Wie? Skati. Die Pferde läuft jetzt. Tschüss. Skati? Skati. Schreiben Sie das jetzt bitte. Ich bin schon dabei. Es gibt keinen Klub, das Skati heißt. Nee, Skati. S-K-A-D-S-H-E-R-U-S-E. Ja, gibt's nicht. Das ist vielleicht doch nicht eingetragen worden. Äh, ich glaube, das ist Sadie. Das ist der Westen. Oh Gott. Sehr gut. Ah, hallo, Mr. Lane. Sie, äh, hat zuerst ein Hallo zu sagen. Entschuldigung. Ey, sind Sie bescheuert, oder was? Haben Sie den Stachschaden, oder was? Alter, Falter, ey. Du spürst ihn, ey. Stopp! Wenn ich sage, Sie halten an, dann halten Sie an! Nix da! Spinnen Sie, oder was? Sie haben gerade ein Dienstpferd angefahren. Sehe ich aus, als ob ich irgendwelche Späße mache, oder was? Kann ich ja wohl nicht angehen. Verdammter Trottel. Oh, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Habe ich nicht gesehen. Kaufen Sie sich ein Monocle, oder sonstigen etwas. Und auch... Was ist denn... Was ist denn... Nein. Was ist denn... Das ist alles in Ordnung. Ich muss ihm jetzt auf jeden Fall mal ins Gebiss schauen. Die Zähne muss ich mir anschauen und die Rufen schauen soweit in Ordnung aus, von den Muskeln. Den Rücken muss ich mir auf jeden Fall gleich noch anschauen und ihr satze Zeug auch. Also ich werde nicht hier an die Seite stellen. Wenn man die gezogen hat, dann wird das Pferd davon nichts mehr merken. Das ist bei Hengsten meistens. Oh, den müssen wir wegnehmen. Hallo, County Sheriff. Äh, auch ein Wort? Reicht das dann bei den nächsten Kontrollen oder muss ich dann noch mal ein paar Tagen zu ihm kommen? Gibt wahrscheinlich ne Beschwerde gegen mich. Okay. Dieser verdammte scheiß feine Pinkel da, der mein Pferd da eben angefahren hat. Ja? Den habe ich aber mal auf Valentine Art gesagt, von wegen, dass man sowas nicht macht. Ja, hier irgendwie so ne Kutsche da mit so Schnösen hier aus Saint Denis. Ich habe sie nicht gesehen, dann sollen sie ihre scheiß Monocle besser putzen oder sonst scheiß. Ja, der wollte meinen Namen wissen und zu welcher Dienststelle ich gehöre. Ja. Lassen sie das mal, meine Sorge sein, wenn das reinkommt. Fressehund. Wir sollten da keine Probleme kriegen, wie gesagt. Alles in Ordnung. Haben sie ihn gleich beschlagen lassen, als sie den gekriegt haben? Ja, ich habe jetzt tatsächlich nichts geändert. Die habe ich so, seitdem sie die mich gekriegt. Gut. Nein, ich fand die Frage nicht. Das ist alles. Das ist super. Wir haben keine brüchigen Hufen, das ist auch sehr gut. Machen wir das eben so, ne? Äh, mein großer, hm? Jaaa, ist er gut. Jaaa. Ne? Kriegst du nachher ne Kippe. Kriegst du nachher ne Kippe. Damit alles wieder gut, ne? Jaaa. Ne? Jaaa, du bist der Beste. Ist der Beste. Das Gelenk ist auch gut. Nicht zu dick. Röhrebeine ist super. Hier ist ein kleiner Riss in der Hufe. Das ist aber nicht... Nein, aber... Ja, er macht ab und zu. Er sollte auf jeden Fall auch nächstes Mal drauf geachtet werden, ob es rausgewachsen ist. Das ist nur unten nur ein kleines Stück. Bauchen. Bitte? Keine Verletzung. So. So, dann. Können Sie ihn einmal kurz festhalten, dass ich in seine Schlaufe schon einmal fühlen kann? Ja. Ne, Kauen tut er ganz normal. Ne, das denke ich, das ist ganz normal. Ich halte ihn so fest, ja? Ja, so, so. Nö, aber dann würde er ein bisschen rebellieren. Und manche Ängste finden es nicht so schön, wenn man den an den Schlaufe lässt. Also wenn er uns was zu fressen sieht, dann geht er gerne dahin, wo es Butter gibt. Oh, mein Gott, ey. Das ist so gut, hier ist nichts zu fühlen. Perfekt. Dann schauen wir nochmal auf der Seite. Ja. Ach, hier ist nichts zu fühlen. Perfekt. Dann würde ich Sie bitten, noch einmal den Sattel abzunehmen. Ja. Jawohl. Du musst mir jetzt nicht hinterherren, mein Mutter. So. Das sind zwei. Ich muss erst mal hier rüber. So. Ja. 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 Sehr schön. Soll ich Ihnen das nächste holen oder fehlt noch was? Können Sie gerne mal. Ja. Alles so gut. Dann schauen Sie sich erstmal von meinem Mann an. So. Dann dürfen Sie gerne einmal Ihr Pferd vorführen. Ja. Das ist ein bisschen zu straff gezogen was. Dann erzählen Sie mal ein bisschen was zu Ihrem Pferd. Ähm. Wie alt ist es? Wie heißt es? Es gab es schon mal viele Fälle. Ich weiß nicht. 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 Aber wenn ich ihn schnell brauche, dann wird er es machen. Nein. Ich brauche da meine Zeit für. Alles klar. Ich schau mich mal her. Nein. Du. 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 Durchaus. Ich werde mir das für die Zukunft zu herzen nehmen. Ich schau mich einmal an die Romalisse neunig zu lassen. Wann haben Sie die gekriegt? Ungef-ungefähr? Ja. Ja, okay. Kein Ausfluss. Kein Tränen in den Augen, das ist gut. Und das ist gut, das ist perfekt. Tunnel. Ja, warte ganz kurz. So. So, ich werd erstmal ganz kurz den Sattel wieder etwas. So. Das ist so gut. Schauen Sie mal. Das, komm. Wunderbar. Dann. Ich würde einmal hier runter gehen und wieder zurückkommen. Sozusagen. Ja. Ja, warte. Ja. Jawohl. Ey, warum? Warum immer an der Straße, wo die Kutschen sind? Leute. Oh. Oh, ich möchte mal mal die Fresse. Okay, ich kann hier was. Ja, war nicht mittig genug. Ah. Okay. Okay. Vielen Dank. Ich glaube, ein Pferd ist beleidigt. Willst du es? Ich glaube, ein Pferd. Ich glaube, ein Pferd. Ja, warte, einen kleinen Moment. Ich bin jetzt... Ey, genau, ne? Riesel... Ey... Ich bin jetzt... 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 äh, kriegt genug zu fressen, kriegt, äh, einmal am Tag mache ich seine Hufen, dadurch, dass wir im Valentine sind, wird er oft gestriegelt, ja, ähm, und das einzige Problem, was er hat, ist, dass er seine Nikotinabhängigkeit. Wie bitte? Seine Nikotinabhängigkeit. Sie wollen mir jetzt aber nicht sagen, dass Sie ihm Nikotin zum Fressen geben. Nein, aber wenn ich mich jetzt mit einer Zigarette vor den Stall, dann dreht er durch und, und, und will immer an meine Kippen ran. Nun. Ein normales Verhalten ist das auf jeden Fall nicht. Ach ja. Wie sagt man, wie der Reiter so das fährt oder so, andersrum? Gut, also für sich zu empfohlen, wir werden jetzt erstmal die Beine angucken, unter die Hufe schauen, dann werde ich mich zu seinem Gesicht vorarbeiten, werde ihm ins Maul schauen, das muss ich machen. Ähm. Lässt er alles mit sich machen, brauchen sie keine Angst haben. Ich muss mir ihr Sottentürk anschauen. Und hinterher dann ihr, das Gangbild ihres Pferdes, also alle drei Gangarten. Kriegen wir hin. Also, an dem, an dem Zaumzeug sollte nichts, äh, falsch sein, weil das ist von ihm. Da ist nichts dran geändert worden, überhaupt nichts, ne? Wie der Reiter so sein Pferd. Ist ja gut, ich schau dir nur unter die Beine, bleib ganz ruhig. Darf ich ganz kurz, äh, ganz kurz stören? Ja. Äh, müsst schon, würden Sie sich dann einmal das, äh, also, nachdem Sie mit dem fertig sind, natürlich, äh, von Mr. West und Sean? Ähm, ja, natürlich, wieso? Nö, alles gut, nur weil das ja aus dem, äh, Hause Taylor kommt, äh, und ich denke, dass es mittlerweile ein Alter hat, äh, wo es, äh, in den Ruhestand gehört. Gnadenhof Davis, bei Valentine, hat der Mr. West noch ein Pferd? Äh, er hat noch, er hat vier Pferde im Stall. Oh, sehr gut, ja, da. Gut, also, ich schau mir jetzt hier mal so meine Beinwirkung. Ja, ich denke, dass es nicht mehr ist. Hm. Ist ja gut, Nero, ganz ruhig. Ja, es hilft nichts, ich muss mir dein Bein angucken. Deine Muskeln. Das hat meine Ex-Frau auch immer zu mir gesagt. Oh, bitte tritt mich nicht auf die Tür. Ganz ruhig. Weiß, nein, ist blöd, du kommst hier nicht weg. Wieso? Das hat meine Ex-Frau auch immer zu mir gesagt. Ja, ich weiß. Da bin ich verspannt, ne? Mr. Magnum, Sie entschuldigen mich ganz kurz, ich muss da einmal kurz austreten. Natürlich, bis später. Wunderbar. Das kann gar nicht sein, der kriegt doch jedes Mal den Haie-Schlamm vom Valentine kriegt ja doch immer Miss Jones. Ja! Alles gut. So, ich muss jetzt mal ein bisschen, oh, er dreht sich. Bleib mal so stehen jetzt. So, jetzt muss ich... 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 So, jetzt müssen wir das mal leicht nach oben... Okay. Alles klar. Ok. Ja, ist gut. Wir haben es doch gleich geschafft. Oh, ist doch gut. Ja, ist doch gut. Wir verstehen. Jetzt kommt das unangenehmste für das Pferd. Das wirst du jetzt gar nicht mögen. Ganz auf, ganz auf, ganz auf brauche ich das. Ja, ist auch alles. Wie sagen die Trense, benutzen sie schon sehr oft? Wie sehr oft? Ja, sie haben keine andere Trense, nur die, oder? Richtig. Genere. Genau. Ja, Mundwinkel. Seht ihr oder reist ihr oft an der Trense? Nö. Also, so doll hat er noch nie an der Trense gezogen, wie als sie eben die Hufe untersucht haben und er gestiegen ist. Das sind so die 2-3 Male, wo ich gesehen habe, dass die Trense mal wirklich richtig gespannt war. Ansonsten im Alltag nicht. Ja. Also, wegen der Muskelverspannung würde ich ihnen auf jeden Fall eine Wassertherapie empfehlen. Also, was heißt Wassertherapie? Mit ihrem Pferd einfach öfters ein bisschen durchs Wasser gehen. Weil Wasser sowohl kühlend als auch fördernd ist und die Muskulatur, natürlich nicht, wenn sie drauf sitzen. Sie sollten ihn durchs Wasser führen, sozusagen. Und auch nicht schwimmen lassen, sondern wirklich einfach nur durchs Wasser führen. Ja, damit das da unten alles gekühlt wird, ne? Ja, genau. Und keine Belastung gleichzeitig drauf ist, ja? Ja, richtig. Gut. Ja, können wir denn ja machen, wenn wir, wenn wir, äh, den Patrouillentritt hinter uns haben, dann kann ich ja runter zum Dakota River und dann kann ich mit ihm dann nochmal zwei Minuten durchs Wasser gehen und dann kann ich ja wieder zurück. Ja, genau. Wie gesagt, ich würde ihnen das auf jeden Fall empfehlen, äh, weil es ist jetzt eine Muskelverspannung, das muss jetzt nicht bedeuten, aber es kann. Also über einen längeren Zeitraum umbehandelt kann das natürlich zu weiteren Folgen führen. und man merkt halt gerade hinten rechts und links, dass es, ich sag jetzt nicht geschwollen, aber es ist schon ein wenig, nun, müssen wir ein bisschen, müssen wir beobachten, ja? Gut. Und vorbeugen. Dann, also im Maul ist nichts, im Maulwinkel auch nicht. Dann fülle ich dann nochmal nach unten, da ist auch alles gut. Die Ohren, da schaue ich auch immer gerne rein. Das lässt er ja alles mit sich machen. Ja, der ist wirklich genügsam, also der ist nicht so zickig wie Emi. Das ist auch, ja, da gucken wir jetzt auch mal. Der Winter ist sehr matschig. Äh, aber reiten sie auch öfters nach Roads oder da, wo es so ein bisschen sandiger ist? Nee. Gar nicht. Ist nicht mein Gebiet. Nee, hätte sein, hätte sein können. Ja. Also, natürlich kommen wir da mal lang, ne? Irgendwie, wenn wir zum, zum Notruf gerufen werden oder so. Ja, keine Frage. Aber. Ich wollte jetzt aber nur wissen, ob er dem öfters ausgesetzt ist. Nee, nee. Also. Also wir reiten, sie, sie kennen ja, also vom Valentine raus, hinten hin zur Emerald Ranch. Ja. Äh, dann reite ich immer ganz gerne mit ihm, äh, über die Wiese, damit er das auch mal ein bisschen weicher hat. Mhm. Ja. Dann zur, zur McStone Ranch, äh, dann am Ölfeld, also vor der Company vorbei, ne? Nicht durchs Ölfeld. Äh, und dann über die Straßen wieder zurück nach Valentine und dann rüber zu Miss Davis zu ihrem Trainingsplatz. Ja. Das ist im Moment so meine Strecke. Okay. So, ähm, Mr... Vielen Dank. Wollte ich Mr. West sagen. Mr. McNeil, könnten Sie bitte einmal den Sattel abnehmen? Naja, klar. Ich. Ich muss einmal den Rücken anschauen und dann möchte ich mir das Sattelzeug ankommen. Ja. Ich mach mal hier einmal den Gurt ab. So. Das mag er nicht. Und, ja, der hat die Kippen gerochen. Hey! Satteln Sie selber? Oder macht das nicht... Okay, das war es jetzt hier wahrscheinlich. Geh ich mal von aus. Uuuui. Wurde der schon kontrolliert? Uuuui. 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 Können Sie mir den Namen einmal ruchstabieren? Uuuui. Uuuui. Uuuu. 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 Das ist geil, wenn ich das nicht testen muss. Ich muss es Taylor überlegen, das hier alles selbst in die Hände zu geben. So, einmal das Sattelzeug ist ab? Ja. Zum Glück kann ich auch ohne Sattel rein. Jaaaa. Ja gut, Mero. Das ist mal... Das ist das Gefühl gerade, ne? Das ist Ihr zweites Dienstpferd, was Sie untersuchen lassen. Ne, das ist das Ernste, das zweite Dienstpferd ist bei Mr. Taylor in Behandlung. Ah ok, also haben Sie derzeit kein weiteres Dienstpferd, was jetzt untersucht werden müsste. Wunderbar. Aber wir werden es nicht mehr schaffen, wir werden es nicht mehr schaffen, das ist so. Alles gut, Mr. Magnum, wenn Sie mich ganz kurz aussprechen lassen. Entschuldigung, Marshall. Wunderbar. Wenn die Untersuchung Ihres Pferdes vorbei ist, können Sie schon mal nach Valentine reiten. Ich werde dann gleich definitiv nachkommen. Ach, zum Wochenmarkt? Ne. Wir haben Pfingstmesse heute um 19.30 Uhr. Pfingstmesse? Ja, unser Pater Goodwill hat die Pfingstmesse heute um 19.30 Uhr. Glauben Sie mir, ich werde auch leider nur verspätet hinzukommen. Aber dass zumindest einer der Gesetzesüter pünktlich da ist. Wirken ist auch gut. Schaut auch super aus. Gut, also bis auf die Muskelverspannung im hinteren Bereich kann ich nichts feststellen. Ja, und da hatten wir ja jetzt gesagt, das machen wir mit der Wassertherapie, ne? Ja, jetzt würde ich mir aber gerne nochmal den Gang anschauen. Das heißt, Sie setzen sich bitte einmal drauf. Mit oder ohne Sattel? Ja, am besten mit, damit ich die Vollbelastung absehen kann. Soll ich Ihnen eben helfen, Mr. Magnum? Nö, das geht. Das geht, Sheriff. Das waren nur 26 Einschüsse gestern. Mr. Magnum, degradieren Sie mich bitte nicht. Äh, Marshall, es waren doch gestern nur 26 Einschüsse. Ja, das ist gut. So, hier, gucken Sie, Mr. Wer wird degradiert? Und 27 habe ich in mir. Ja, was haben Sie gelernt von mir? Niemand wird degradiert. Zwei Fingerbreit. Ja, und? Zwischen Bauch und Gurt. Ja. Und? Ja. Wie und? Ja, sitzt gut oder nicht? Ja, sitzt perfekt. Wunderbar, dann auch sitzen. Das ging viel einfacher, als ich nicht meinen Bauch als Maßstab genommen habe. Ha, 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 ha. Ja, jawohl. Allez, das war's. Taktion Mai. Passt nicht mehr dafür. Ja, drei. Neue, vier, vier. Ja, da. Ja, da. Ja, ich weiß nicht mehr, nachdem Sie auch nicht mehr. Und das war's habe ich schon mal. Ja, das war's. Ich weiß nicht mehr, das war's ist. Ja. Ja, ja. und jetzt wollen sie galopp na ja einmal den galopp ja wunderbar gut ich werde es vermerken mit dem mit der muskelverspannung und sie werden das bitte beobachten ja ich da was tut oder nicht heute ist schlimmer werden und sie merken irgendwie dass er stockig geht oder ihnen fällt irgendwas auf dass er mit der belastung nicht mehr klar kommt dann bitte melden sie sich natürlich ich komme doch gerne zu ihnen darüber haben sie pferdekekse in der tasche was habe ich pferdekekse in ihrer hosentasche aber das weiß ich gerade nicht ja weil er so bettelt das macht er normalerweise nicht oh kutsche vorsicht vorsicht kutsche bei pferden manchmal angesprochen gerade auch wenn es natürlich dagegen ja sie sind entlassen ich danke ihnen lassen sie sich nicht unterkriegen ach wieso nur so und vielen dank ja bitte gerne das sollte sein können sie gerne bescheid wunderbar wunderbar ich glaube wir sind bis leicht soweit, oder? Ja, es ist das letzte Pferd, was wir brauchen. Das dauert zu lange. Also ich bin echt einer, der gönnt der gönnt jedem RP, ob Erzten, Pferdetrainern, ey, ich gönne jeden RP, ne? Aber eine Stunde, das ist so lang. Wenn man jetzt bedenkt, bitte, dass ich, äh, nur ein Pferd hatte zum kontrollieren und, äh, sie hat schon schneller gemacht. Sie hat schon schneller gemacht, weil der Marschel gemeint hat, von wegen ich muss los. Sonst hätte sie das auch noch mehr, also hätte sie noch mehr gemacht. das dauert viel zu lange, das geht nicht. Wir können das nicht mit mit allen gleichzeitig machen. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass, äh, Metters nicht dabei war, äh, dass Miles nicht dabei war, die haben auch jeder noch ein oder zwei Pferde. Wir haben morgen eine Sheriffbesprechung und das ist auch, und das ist auch in Ordnung, so, das, das werde ich da einfach ansprechen. Ähm, das muss von Standort zu Standort gemacht werden. Das geht nicht, dass wir das alle Mann auf einmal und dann geht nicht dieser Standort, wo diese Kutschen ständig langfahren. das geht auch nicht. Also, das ist konstruktive Kritik, die ich da morgen mit anführen werde, weil, ey, eine Stunde, das ist, äh, nein. Davon habe ich jetzt eine dreiviertel Stunde rumgestanden, also komplett rumgestanden. Und was jetzt wirklich auch wieder schade ist, ähm, ey, es ist Messe, ne, um halb geht das los, ich komme da gar nicht pünktlich rein, ich gehe da nicht rein. Ich warte da vor der Tür, aber ich gehe da nicht rein, das ist, äh, aber du lädst die Leute ein und dann, das ist, naja, es ist, wie es ist. Wir arbeiten mit dem, was wir, was wir haben. Wir arbeiten mit dem, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, einfach despawned. Nee, nee, man stört keinen dollen Gottesdienst. Alles gut. Ja, ist eine Konsequenz. Da bin ich zickig jetzt. Das ist alles gut. Das ist eine Konsequenz. Das ist in Ordnung. Das geht aber alles. Das ist mal so. Das ist eine Konsequenz. Das ist eine Konsequenz. Scream. Viel geiler wird jetzt. Ich gehe jetzt duschen. Also baden. Ah, guck mal, Nakaoe ist doch da. Dann kann ich die ein bisschen beschäftigen. Da ist der Nakaoe. Da ist der Nakaoe. Okay. Hallo. Na? Auch nicht drin? Nee, wir hatten noch was zu klären. Das hat länger gedauert. Und man stört eine Messe nicht. Ja. Na, also ich wäre gerne noch ins Badehaus gegangen und hätte mir noch mal was anderes angezogen zur Messe. Aber es ist ja in Ordnung. Ich habe ja sie bei mir. Nee, mein Ding ist das nicht. Nee, muss ja auch nicht. Also ist doch in Ordnung. Jeder soll so leben und machen, wie er das für sich richtig hält. Wir hatten zwar im Reservat auch eine Kirsche. Naja, nicht sowas hier. Eigentlich nur ein kleines Gebäude mit einer Glocke. Sie sind native, ne? Ja. Welcher Stamm? Cheyenne. Okay. Haben Sie lange im Reservat gelebt? Nicht lange. Okay. Bis ich 13 war. Okay. Da habe ich auch die Sprache gelernt und alles. Mhm. Ja, wir hatten ja Missionar. Also Priester gab es ja nicht. Hier ist ja wohl ein Priester, ne? Äh, genau. Oder ein Rev-Event, oder? Äh, ein Favar. Favar. Ich habe ihn als Favar Goodwill kennengelernt, ja. Bei uns war es ein Missionar. Naja. Die sind schon ein bisschen komisch drauf. Hahaha. Ja, ich glaube, das heißt so. Hallo. Hallo. Ich glaube, das heißt so. Geht der nicht in die Kirche? Äh, das hat schon angefangen. Ja, also können trotzdem rein. Nee, man stört keine Messe. Ähm, so hat jede Religion so sein, sein Ding, ne? Mhm. Also ich glaube, ich glaube, für einen streng christlichen wäre es auch was anderes, wenn er da mal eine Zeremonie von irgendeinem Schamanen mitmacht oder so, ne? Das wäre wahrscheinlich auch sehr befremdlich. Ja. Ja, das ist nun mal so. Ja. Aber ich finde es schön, dass sie trotzdem hierher gekommen sind, ne? Weil die Leute treffen und kennenlernen, das ist doch immer gut. Ja. Ja. Naja, ich wäre jetzt lieber drin, als hier draußen zu stehen. Naja, dann gehen sie doch rein. Aber ich störe keine Messe. Sie haben ja recht. Ja. Ja, es ist unglücklich heute gelaufen. Aber... Ja, ich dachte, das geht auch ein wenig schneller. Ja, mir ist tatsächlich auf dem Ritt hierher noch was eingefallen. Ähm, und das ist konstruktiv. Ähm, stellen Sie sich mal vor, Mr. Matters und Mr. Miles wären auch noch da gewesen. Mhm. Ja. Ne? Vielleicht sollten wir es wirklich departmentmäßig, also office-mäßig, office-mäßig machen. Vielleicht als Vorschlag jetzt, ne? Hau ich nur... Mir ist es nur... Mhm. Ich bin losgeritten und hab gedacht, oh, das wird jetzt noch bannig knapp. Ja, richtig. Ich hab nur total vergessen, dass Sonntag ja auch ab und an die Küche ist. Ja. Also zumindest jetzt hier in Wendheim. Ja, das hatte ich jetzt aber jetzt wirklich auch schon wieder mehrere Tage lang jedem erzählt. Das Pfingstsonntag um 19.30 Uhr... Hab ich wirklich... Stimmt. Ich hab das nur total vergessen. Ja, nochmal, kein Vorwurf. Wirklich überhaupt nicht. Ähm, und abgesehen davon, ob jetzt heute eine Messe ist oder nicht, ähm, ist es ein sehr langer Zeitraum, den wir dort alle verweilen. Ähm, das muss gemacht werden, da bin ich voll und ganz bei. Die machen das super gut, ja. Aber stellen wir uns vor, äh, Miles wird jetzt Sheriff, das bedeutet, der hat auch nochmal zwei Pferde. Matters ist da, der hat ein Pferd, äh, also wir, ne, ich glaube, wir, wir, der Rahmen wird ein bisschen zu sehr gesprengt dann, ne? Naja, oder jeder Pferdetrainer in jedem Bereich müsste sich halt dann darum kümmern. Genau. Das heißt, ähm, Mist, Mist Jones müsste sich um Valentine kümmern oder so. Ja. Wir, das, ähm, naja, eigentlich wechseln wir uns dann mit den Ärzten, aber eigentlich wären ja die Ärzten dran. Natürlich hat sich das beim letzten Mal so blöd verschoben. Ähm, das heißt, eigentlich, wir sind ja viel mehr als die Ärzten, das heißt, eigentlich passt das zeitlich schon, weil es sich abwechseln wird, der Kirche. Ist das zurzeit nicht nur die Professorin? Äh, keine Ahnung. Ne, wir reden gerade über, über, ähm, unsere Pferde wurden heute kontrolliert, was die vorhin gesehen haben, Herr Nakaoui. Ach so, okay. Und unsere Dienstpferde müssen ja immer mal wieder überprüft werden, ne? Sind die gesund. Ob nicht die Ohren hängen? Ja, genau. Und, ähm. Ja, gut, dann. Ja, bald weiterkommt er. Dann reiten wir mal zurück, oder? Ja, ja. Ja. Ist auch geduldig. Ähm. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Äh, warten Sie noch mal ganz kurz. Ähm, Mr. Nakaoui, ich bin sofort wieder bei Ihnen. Ich muss einmal kurz mit den beiden Kollegen sprechen, ja? Oh. Ich komme gleich wieder zu Ihnen. Ähm, mit dem Marshall habe ich noch nicht darüber gesprochen. Ähm, ich habe heute Morgen, hat mir Miss Buffalo, ähm, einen Joint überreicht. Oh, okay. Ich habe das in meinem Tagesbericht schon erwähnt. Es schien, es scheint so, das glaube ich ihr, weil sie mir den Herrn auch beschreiben konnte, dass das der gleiche Herr war, den hat sie nämlich damals auf der, ähm, äh, Emirate Ranch bekommen, ja? Ja, das schien so, dass es der gleiche Herr war, den ich gestern auch wegen dem Moonschein festgenommen habe, ja? Das ist nicht das, worum es... Das kann sein. Das ist gar nicht das, worum es mir geht, sondern, ähm, ich habe das in meinem Tagesbericht erwähnt, ähm, ich habe die Asservatenliste genommen, habe den Joint da eingetragen, dort stand schon einer drinnen, also eins und eins macht zwei, habe den Joint in unser Lager reingelegt, äh, bin dann rausgegangen und habe gedacht so, hm, schau nochmal eben nach, geh zurück und es ist nur ein Joint im Lager. Kann sein, dass der Marshall das vielleicht schon verkauft hat, in der Asservatenkammer? Okay, wenn Sie sagen, Sie haben da in den letzten Tagen nichts weiter geändert, wieder an der Asservatenliste, noch am Bestand, dann muss ich nochmal mit dem Marshall drüber reden. Ich hatte den Marshall ja auch eingegeben gehabt, als wir die, ähm, äh, als wir die Eskorte gemacht haben, da hatten wir den Herrn, der uns angegriffen hat, hatten wir die Taschen auch entleert und der, da war ein dabei. Ach, 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 ach. Ich will mal ganz kurz noch was nachschauen. Darf ich mal ganz kurz was bei ihm im Lager nachschauen? Natürlich. Sie sind der County Sheriff. Deshalb spreche ich das ja auch an, weil es der County Sheriff ist, also. Hm. Na ja, gerade nachdem, was jetzt die letzten Tage war, so mit Personal und so, habe ich gedacht, okay. Weil dann wird das der Joint gewesen sein, den Sie eben angesprochen haben, der in der Asservatenliste drinne steht. Also der drinnen stand, ne? Das kann sein. Der aber, der nicht mehr im Lager drinne ist. Vielleicht hat der Marshall den irgendwie mitgenommen. Genau, das kann natürlich sein, dass er vergessen hat, das auszutragen. Naja, die, die Gegenstände, die ich hier in Valentine hinterlassen habe, äh, sind auch ebenfalls nicht mehr da. Oder vielleicht hat Mr., naja, die für jetzt keine Behauptung noch stehen. Okay, Sie haben hier auch Sachen hinterlegt. Ja, wir hatten, äh, meine Freundin, ich hatten zweimal Pferdeepinephrin hinterlegt. Stimmt, ja. Ähm, für Pferdemedizin. Stimulanz, Entschuldigung. Die ja auch für Nicht-Pferdetrainer illegal ist. Ja. Und, äh, die sind auch ebenfalls nicht mehr im Lager. Ja, das ist ja... Vielleicht hat er es auch ausgenommen. Okay. Die, äh, sind die Papiere denn noch drin? Kann auch sein, dass der Marshall einmal leergeräumt hat. Ja, ja, das kann natürlich sein. Weil er sagte mir, er sagte mir, ich sollte alles, äh, ins Lager packen und er würde sich darum kümmern. Mhm. Ja, wird sich ja vielleicht dann auch nochmal alles ändern, wenn wir, äh, die neuen Schlösser und die neuen Lagerstätten bekommen, ne? Die neuen Schränke, oder? Mhm. Dann wird das wahrscheinlich auch alles ein bisschen entspannter, ja? Mhm. Es ist mir nur aufgefallen und weil jetzt in den letzten Tagen so viel Unruhe war, habe ich mir gedacht, ey, lieber einmal mehr melden, ne? Als zu wenig. Alles gut, Sheriff Lane? Äh, es ist tatsächlich gar nichts mehr der Gegenstände da. Dann kann es vielleicht gut sein, dass der Marshall das weggebracht hat. Wir müssen ihn ja gleich mitfragen. Mhm. Kommt er da? Nee. Weiß ich nicht. Nee, nee, das ist, äh, Louis. Miss Louis. Miss Louis, genau. Und die andere... Miss Jones. Okay. Nee, äh, Davis. Mhm. Glaub ich. Ja. Ihre Tür macht sich selbstständig. Ah. Viel schlimmer ist der Typ, der jeden Tag hier reinkommt, zweimal am Tag und sich über den Marshall beschwert. Wenn sie die Tür offen lassen hat, der stellt sich da einfach an die Band, raucht seine Pfeife und fängt an zu nabeln. Das ist zweimal am Tag. Vielleicht, vielleicht konnte er das bei dem Stadtscheriff vor Ihnen. Oh, ja, hallo. Guten Tag. Ich hier schon vorbei? Nee, geht ruhig rein, wenn sie mögen. Also. Ich bin kein Gängiger tatsächlich. Achso. Ja, ja. Nee, wir wollen nur nicht während einer Predigt bzw. einer Vorlesung den Gottesdienst spüren in dem Moment. Achso. Während er bereits im Gange ist. Wer macht denn den Gottesdienst? Father Goodwill. Äh, genau. Ein sehr frohmer Mann. Ich durfte ihn schon kennenlernen. Warum nicht? Also. Ich hätte ihn beinahe von seinem Grundstück verjagt. Könnt ihr euch noch dran erinnern, Couchy Sheriff? Wir hatten hier irgendwie zu tun oder so und ich hatte gemeint so, was steht der denn da rum? Und der noch mit dem Pferd da bei der Kirche, das geht ja gar nicht. Geh da hin. Wieso? Entschuldigung, Sir. Ja. Oh, Entschuldigung, Papa. Ja. So ist das manchmal. Sie sind ja einer. Naja. Oh. Also ich wollte sie jetzt nicht weiter aufhalten, County Sheriff und Sheriff, ne? Ich wollte es nur... Alles gut, alles gut. Ja, ja. Ich will sie auch nicht verscheuchen. Ich wollte nur das einmal gesagt haben. Ich bin aber gut, dass sie mitgedacht haben. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob sie uns loswerden wollen. Ne, ne. Nein. Das ist nicht falsch. Also als Wellentang gehe ich gerne freiwillig. Ich weiß. Ich weiß. Manchmal. Ja. Ist ja ganz nett hier. Sieht nur ein bisschen streng. Sind die Senatoren da? Ich will eine Gehaltserhöhung bekommen oder so. Was? Naja. Das fragt er aber doch nicht beim Senat an. Naja, kann ja in der Eingebung machen. Dafür sind doch Senatoren eigentlich da, dass man sagen kann, okay, gut. Mir gefällt das und das nicht, oder? Ich glaube, das geht erst mal zum Governor. Ach, echt? Ich glaube ja. Also erst von Marshall, dann von Marshall zum Governor und vom Governor zum Senat. Und der muss das denn absegnen, ne? Ja, doch, das kann sein. Nein, tatsächlich nicht. Ja, das kann sein. Was denn? Wir haben gerätselt, oder ich habe gerätselt, ob sie eine Gehaltserhöhung einfordern wollen. Nein, das wäre nicht die Ansprechstelle dafür. Ja, das hat ihre Frau gerade gesagt. Also sie hat gesagt, von wegen erst zum Marshall, Marshall zum Governor und der Governor lässt das von den Senatoren denn absegnen. Zumindest so ist es bei den Gesetzen. Nun ja, würde ich jetzt nicht behaupten, dass der Governor das von dem Senat absegnen lassen muss, was die Gelder seiner Scherriff angeht. Nee, eigentlich ja nur das Budget, ne? Richtig. Und wie viel bezahlt wird, ist denn wiederum seine Sache, beziehungsweise das Marshalls Sache, ne? Richtig. Also es wird, das ist ein ganz schwieriges Thema. Das hatten wir in New York erst. Also bevor wir gegangen sind, gab es dann nämlich eine relativ große Reform, was das angeht, von dem Senat. Und da werden immer, ich kann das nicht hundertprozentig erläutern, aber solche Gelder zur Verfügung gestellt für bestimmte Bereiche und die müssen dann damit klarkommen. Außer natürlich in irgendwelchen Notfällen oder beringenden Absichten. Ja. Na gut, ich würde sagen, wir reiten dann mal los, oder? Ja, machen wir sie. Kommt noch ein bisschen was, boah. Passen sie auf sich auf. Ja. Ach so, und sie sind doch hier so pferdeaffinen Sheriff Lane. Ich? Nö. Höchstensammler. Naja, komm, sie geben ja schon immer ganz schön Gas da mit ihrem Vierbeiner, ne? Naja, der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist, ich kann reiten. Naja, das können sie mal bei Miss Davis testen. Die hat nämlich einen sehr, sehr großartigen Pferdeparcours da und da gibt es eine ganz tolle Geschichte, da können sie überprüfen, da können sie überprüfen, ob ihr Pferd zu dick ist. Da sind so Heu links und rechts oder Stroh und wenn sie mit ihrem Pferd da durchpassen, dann ist das Dienstpferd im Shape. Ach so, ja. Ich glaube, mein Araber ist sehr schmal. Naja, wenn das Pferd zu dick ist, sind sie zu wenig unterwegs. Naja, genau dafür ist das ja. Das hat doch nichts damit zu tun, ob ihr Pferd zu dick ist. Seien Sie ehrlich? Das ist doch von Mr. Magnum, das ist schon sehr dick, ne? Ja, ich habe auch vorhin schon vorhin geschlagen, ihm Reitunterricht zu geben, aber das ist vollkommen auch nicht. Ja, das ist dringend notwendig, glaube sie mir, ganz dringend. Wissen Sie? Aber wissen Sie, was er da richtig toll gemacht hat? Ja. Er hat so drei kleine Schweinchen umhergetrieben, sah richtig üblich aus. Das ist ja jetzt kein Männchentreiber mehr, sondern Schweinetreiber. Beides. Beides. Sind die in Valentine? Aber da ist nicht viel Unterschied, ob der jetzt Schweine treibt oder sich selber. Wie bitte? Ach, Miss Davis. Das hätte alles so großartig werden können. Das hätte so großartig werden können müssen. Bei dem, dass Sie jede Frau hier in Valentine anbaggern oder... Wie bitte? Vorsichtig, Miss Davis. Der Magnum ist nur mit seinem Job vereinfached. Genau, das ist... Das kann nämlich ganz schön esfuer know. Der hat ein Männchentreiber anlassen. Nein, 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 nein. Nicht vergessen. und mit seinem Pferd, weil's schöne blaue Augen hat. Richtig. Emi ist die Stute. Meine große Liebe. Die Stute auch noch. Ja. Meine große Liebe. Natürlich. 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 Äh, kennen Sie was treueres als ein Pferd? Ja, ein Hund. Echt? Spaß, Mr. Magda. Und warum sind Sie nicht Hundetrainerin geworden? Weil ich eine Hundehaarallergie habe. Das ist bedauerlich. Irgendwas ist immer, würde ich sagen. Natürlich. Kann ich nicht alles haben. Aber solche Aussagen, wie Magda baggert hier die Frauen an, bitte nicht tätigen. Auch frühstatt Magda, ein bisschen Spaß muss sein. Ja, Spaß unter uns ist eine Sache. Aber wenn das andere mitbekommen, kommen Sie ruhig hierher. Ich glaube, die haben das schon verstanden, dass es so Spaß war. Ihnen steht der Schlamm gut, Mr. Nakaoi. Der kriegt sogar die Stiefel hoch. Naja. Das ist die wundersame Wirkung. Deswegen sind wir alle jung geblieben. Richtig, richtig. Da bevorzüglich lieber ein Schwitzzelt. Nee, das ist da so heiß drin. Ja. Ja. Ist man ein paar Jahre jünger. Oh, nee. Nee. Körperflüssigkeit. Bäh. Nee. Oh, nein. Nee. Ah. Das müsste der Marshall sein, ne? Da hinten. Das kann gut sein, ja. Von hier aus wichtig aus. Ja. Maschel immer wichtig. Das ist wie eine kleine Pferdenschau hier, ne? Mhm. Ein bisschen, oder? Ja, so ein bisschen. Warum haben die Sheriffs eigentlich alle immer schwarze Pferde? Damit sie nicht so schnell auffallen. Mhm. Sehr gut, Miss Davis. Ja, in der Nacht, Mr. Nakaoi? Wenn sie irgendwo ranreiten müssen oder so, ist das doch ein bisschen problematisch, wenn man da mit so einem Schimmel... Stellen Sie sich vor, noch Vollmond dazu? Ja. Dann... Das ist ein Einhorn. Was ist denn ein Einhorn? Na ja, ein Pferd mit so einem Horn auf den Kopf. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Haben Sie für einen Tag Weiße? Aber meine Mama hat mir da mal eine Geschichte drüber erzählt. Aha. Als sie noch klein war. Als sie noch jung war. Als ich noch klein war. Klein oder jung? Beides. Okay. Da wollen Sie jetzt sagen, dass ich klein bin. Das habe ich so nicht sagen wollen. Sie sind ja selber klein. Wie bitte? Also. Stellen Sie sich mal in Regen, vielleicht wachsen sie dann noch ein bisschen. Dann sprießen sie wie Sonneblumen. Miss Davis. Mr. Magnum. Ich habe Ihnen das schon mal gesagt. Ja. Ja. Wissen Sie, vor einer Woche war alles noch ein bisschen anders. Und dann haben die Leute angefangen... Ja, dann haben die Leute angefangen, sehr viele Späße über mich zu machen. Ach, Mr. Magnum. Ja. Ich finde es auch schade. Wie oft sehen wir uns? Ja, ändert ja nichts der Tatsache daran. Ja, na klar. So wenig, wie wir uns sehen, dann darf ich doch ein Späßchen mit Ihnen machen. Nein. Bei mir sagt man sowas ja auch. Wer? Na ja, Herrschaften, die hier im Karnti wohnen. Wer? Ich kann Ihnen keinen Namen sagen. Ich kann doch hier nicht jeden Namen. Denn die schnappe ich mir aber. Man macht hier keine Späße über Anwohner von Valentine. Nee. Wenn man gemeinsam drüber lachen kann, ist das schon lachen. Ja, haben Sie mich lachen hören? Ja, innerlich hat Ihr Herz gelacht. Ich verstehe. Oh, ich glaube, der Gottesdienst ist zu Ende. Mhm. Wie geht auch schnell. Waren nicht viele da, würde ich sagen. Wow. Halbe Stunde, ne, Mr. Nakaoje. Das ist nicht um halb angefangen. Ja. Das soll um halb angefangen haben. Hm. Oh. Die waren ein bisschen später drin, ne? Oh, ich sag mal guten Tag. Ja, scheinbar nicht. Ihr hattet auch nichts zu beichten. Howdy. Nichts wie weg hier, ey. Howdy, Mr. Yoss. Ja. Hallo. Hallo. Warum waren Sie nicht da? Weil mein Chef mich aufgehalten hat. Ich bin extra wegen Ihnen gekommen. Oh, das ist ja so schön. Ja, finde ich auch. Ja. Darf ich Ihnen noch ein Getränk anbieten? Kommt drauf an was. Naja, Whisky habe ich nicht dabei. Sondern, nee. Ja. Kommt drauf an was. Kommen Sie, wir gehen rüber zum Sheriff Office. Mhm. Mhm. Mr. Naku, hey, hallo. Hallo. So, dann schauen wir mal. Ich hoffe, Sie lassen sich jede Frau einfach so sitzen. Ich hatte sehr viel Angst. Möchten Sie einen Joghurt? Sie haben mir was zu trinken angeboten. Ja, ist ja gut. Oh mein Gott. Karottensaft oder, oh, ich habe hier was Besonderes für Sie. Jetzt bin ich neugierig. Ja. Damit gewinnt man Frauen. Damit, damit, also Frauen mögen das, wurde mir gesagt. Ja. Schon. Okay, lieber einen Apfelsaft? Nein, alles gut. Ich danke Ihnen. Okay, gut. Oh Mann. Solange ich nicht wieder mit einem Alligator verglichen werde. Sie haben das komplett aus dem Kontext gerissen. Hab ich das, ja? Ja. Ja. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Ich glaube nicht. Ich, äh, befürchte schon. Nein. Äh, sind Sie gut mit Ihrer Salzlieferung angekommen? Guten Tag. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Bin ich. Einen wunderschönen. Sie haben Ihren Gottesdienst verpasst. Äh, ja, tatsächlich. Hab ich Ihnen auch schon drauf hingewiesen. Tatsächlich. Und Sie glauben nicht, wie ärgerlich es sich, finde. Ja, es wurde sogar für die, ähm, für die Interessengemeinschaft Wellentein gesammelt. Oh Mann, ey. Ja, es ist nun mal so, ich hab einen Dienstherrn und mein Dienstherrn hatte mich nach Saint-Denis gerufen und dieser Termin zog sich, obwohl ich mehrmals angedeutet habe und gesagt habe und auch im Vorfeld schon gesagt habe, ey, wir haben heute Messe. Ähm, ja. Es war einfach, ja, aber ich bin ein Diener, ne? Und dann muss ich mich leider dem auch beugen. Ja, ist richtig. Deswegen bin ich meine eigene Chefin. Echt? Das ist der Grund? Naja, sagen wir es mal so, ich lasse mir manchmal ungern etwas erzählen. Und, äh, befehlen. Dankeschön. Gerne doch. Ähm, haben Sie William gesehen? Äh, nein, tatsächlich noch nicht. Aber er wollte eigentlich hierher kommen. Ja. Das war eben die Geschichte, ne? Das hat, dieser Termin hat sich sehr lange gezogen. Das war... Ja, hab ich mir gedacht. Äh. Das ist einfach sehr, sehr un... Oh, ich finde das Wort nicht. Unglücklich gewesen. Ja, tatsächlich. Äh, die Damen, kennen Sie sich? Darf ich Sie miteinander vorstellen? Miss Morningstar? Ja. Miss, ne? Miss noch, ne? Richtig, ja? Noch eine ganze Zeit, ja, ist richtig. Okay. Äh, das ist Miss Rios. Guten Tag, Miss Rios. Freut mich, Miss Morningstar. Miss, äh, Rios, Miss Morningstar ist, äh, die... Nein, 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 nein. Ähm, ich hatte heute mal ein Vorstellungsgespräch bei der Ärzteschaft. Okay. Aha. Okay, es ist nicht Miss Morningstar, es ist Doc Morningstar. Ja? Ähm, ich bin jetzt hauptberuflich Ärztin. Okay. Ähm, aber mein Maklerbüro behalte ich. Okay. Und, wenn jemand ein Haus braucht, bin ich dafür immer noch gerne anzusprechen. Gut zu wissen, das hätten wir vielleicht vorhin mal wissen sollen. Also erstmal Gratulation, Doc. Dankeschön. Mhm, mhm, mhm. Auch von mir Gratulation dazu. Dankeschön. Ähm. Ja, und Miss Rios ist wiederum unsere neue Gerberin hier auf der anderen Seite vom Dakota River. Das macht sie zusammen mit ihrem Bruder, wobei sie die Chefin ist und nichts mit Alligatoren zu tun hat. Das wird ich noch lange nachlaufen. Möchte ich, möchte ich, möchte ich das mit dem Alligator genauer? Nein. Also, Sie müssen wissen. Miss Morningstar, es war wieder ein Magnum-Moment. Es war ein M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. So, und dann haben wir Miss Johnson getroffen wegen dem Zug. Und sie ist dann mit uns einmal durchs County gefahren bis nach Annisburg. Und ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie kam er dann auf die Idee zu sagen, ja, Miss Rios ist ja wie ein Alligator. Ja, aber sie lässt einfach was aus. Sie hat etwas gesagt, worauf ich etwas gesagt habe, Doc. Und dann hat sie schlagfertig geantwortet und ich meinte im Kontext, wie ein Alligator zu... Einen wunderschönen guten Tag, die Herrschaften und Damen. Einen wunderschönen guten Tag, mein Schatz. ...wie ein Alligator. Und ich schwöre Ihnen, Doc, ist es gut, dass es sie gibt, ne? Ich werde morgen verkühlt sein. Ich hatte einen eiskalten Schauer über meinen gesamten Nacken, über den Rücken hinweg, bis... Also... Jetzt lügen Sie doch nicht. Nein. Aber jetzt mal ehrlich, womit? Mit Recht. Dankeschön. Ja, aber es ist einfach wieder passiert. Es ist... Ach, Mann. Mr. Magnum, es ist wie immer. Ihnen passiert das bei Frauen regelrecht jedes Mal. Ach, das sind gar nur nichts dafür. Sie sollten sich vielleicht im Umgang mit Frauen etwas schulen lassen. Von wem? Von einer Frau natürlich. Mr. Magnum, ganz kurz eine andere Frage. Ja. Lassst du mich raten, ich habe den Gottesdienst wieder verpasst? Ja, ich auch. Ja, Schatz, hast du. Ich auch. Mr. Edson, darf ich eine kurze Frage stellen? Natürlich dürfen Sie. Ähm... Ihre Mila, wie alt ist die? Äh, an die 8. Alles klar, vielen Dank. Wunderbar. Äh... Ja, ich bin auch... Ich bin hierher gekommen, da waren die Türen schon geschlossen und meine Erziehung ist, man stört kein Gottesdienst. Das bin ich nicht mehr reingegangen. Durchaus. Ich hatte gerade noch ein Gespräch mit der Familie Lane. Und musste einen dringenden Brief ans Government schreiben. Deswegen bin ich sehr verspätet hier. Aber... Da mein wunderschöner Schatz jetzt hier ist... Okay. Liebe, oh Gott. Gib mal ein kleines Bekündnis. Ich glaube, ich gehe wieder. Nein, nein, nein. Also, äh, wie eben erwähnt, äh, Miss, äh, Doc... Äh, äh, äh... Ja, äh... Äh, Miss Rios, äh, ist die Geschäftsführerin von... 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 Warum kommen sie mir so nah, Chef? Ich hab Angst. Das ist immer noch meine Veranda, ja? Ja, solange mein Schaukelstuhl hier nicht draufsteht, ist das ihre Veranda. Wenn mein Schaukelstuhl hier draufsteht, den ich von Herrn Nakaoui gemacht habe, dann ist das meine Schaukelstuhl. Das ändert ja die... Das ändert ja die Tatsache nicht, aber... Schatz. Ja. Mr. Magnum hat's, äh, geschafft, äh, Blumen zu pflücken zu gehen. Was? Nein. Natürlich. Ich hab nur mit Hank gesprochen. Ja, dann haben sie sehr gut mit Hank gesprochen, ähm... Schatz, ich hab, äh, eine Kleinigkeit besorgt für dich. Wirklich? Natürlich. Also, bist du, Magnum, wirklich, mein... Willst du sagen, mein Schatz? Dankeschön. Das, äh, kleine Aufmerksamkeit und, äh, äh, Liebe zu dir. Oh, ist die schön. Das ist mir so süß. Äh, Chef? Mr. Magnum? Eventuell kommt Hank nochmal auf sie zu, weil, ähm, ich mit meiner Schrotflinte beim Faux gesprochen hab, ne? Also, sie klären das dann für mich, ne? Bis dann später. Ach, nee, nee. Mr. Magnum. Komm, ich zieh euch einfach mal weg. Ja, das ist, äh... Äh... Ani? Ja, äh... Aber es ist schön zu wissen, wo ich dann meine Nieren herbekomme für meine Medizin tatsächlich. Oh, Mithrios hat eine Menge Nieren. Also nicht Mithrios, ich mein, oh mein Gott. Ich will doch nicht mehr. So, aber Schatz, wofür brauchst du mir? Ich glaub, sie müssen mal ihre Mitarbeiter ein bisschen, ähm, sch... Ja, äh, züchtigen. Ich will, ich geh zum Fuß ins Schneegebiet. Ohne Klamotten ist es mir egal. Ich will nicht mehr. Ohne Klamotten besuchten sich ja mittlerweile aus, Mr. Magnum. Ja, ich hatte... Bei dem gestrigen Tag. Ich hab dir doch gestern erzählt, dass ich das Bewerbungsgespräch bei der Miss Montgomery habe. Ja. Ja, sie hat mich gleich als Ärztin eingestellt. Und ich bin für Bestellungen und für die Finanz zuständig. Schatz, warum sagst du mir das nicht eher? Wie denn, wenn ich dich nicht sehe? Dann hätte ich dir ein Schloss gekauft und keine Blumen. Ein Schloss? Du kannst mir das Schlauhaus in Strawberry kaufen, wenn du möchtest. Ach so, ein Schloss zum Wohnen. Ich hab gerade gedacht. Du musst mir nur zeigen, welches. Ich auch. Wie mit dem Medikamentenschrank oder so. Nee, ich hab noch was anderes gedacht. Kann ich dir gerne mal zeigen. Was? 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 So ein Schloss mit Burgmauer und... Nee, ich denke, sie hat ein anderes Schloss. Okay, jetzt bin ich nicht derjenige dran. Entschuldig. Also. Mithrius, lassen Sie... Lassen Sie mich eins erklären. Wir sind ein gesittetes Haus. Richtig. Ich werde vor meiner Eheschließung weder das Bett noch das Zimmer mit ihm teilen. Okay, ich wünsche dich viel Erfolg bei. Das ist noch die gute alte Schule. Mithrius, der Erfolg trägt schon eine Krone. Welcher Erfolg? Entschuldigung. Naja, in dem, was meine wunderbare Partnerin gerade sagte. Okay, gut. Kommen wir auf die Nieren zurück. Also auf die... Also die... Also sie würden gerne bei Mithrius und sie hat eine Menge, denn die Interessengemeinschaft Valentine, auch wenn sie so ein bisschen zu Strawberry gehört, jeder macht mal Fehler, hat sich dazu entschlossen, der Firma eine kleine Starthilfe zu geben. Miss Buffalo und ich, wir haben das, was wir an Leder, Knochen, Nieren, Herzen und so hatten, haben wir den zur Verfügung gestellt, damit es denen ein bisschen leichter ist. Wir brauchen ja unbedingt Gerber und gleichfalls er hat den Miss... Auf wann sich die Zustände? Ja, natürlich. Gleichfalls hat... Kommen Sie ruhig hier hinauf. Ich denke, wir... Ja, ich kann noch ein bisschen Platz machen, dass wir nicht so auf der halben Treppe stehen müssen. Richtig. Und Miss Jones hatte denn die Herrschaften eben dann nochmal nach Ennisburg gefahren, auch als Starthilfe, damit die Salz holen können, damit die die Bestellung abarbeiten können. Ja, ist doch schön. Ja. Richtig, genau. Und ich bedanke mich immer noch sehr herzlich für die Unterstützung. So war es jetzt nicht gemeint. Das war jetzt nur zur Erklärung, warum Sie wegen den Nieren... Also wegen... Ich verstehe schon. Mr. Magnum, Sie brauchen sich nicht im Kopf und Kragen zu reden. Mr. Magnum, atmen Sie, bevor Sie was sagen, einmal ganz tief durch. Nehmen Sie den Gürtel nicht so eng, dann können Sie auch besser atmen. Richtig. Das ist wie mit Ihrem Pferd. Ja, aber da... Dann passt das da nicht zwischen... Wenn Sie... Wenn Sie den Gürtel Ihres Pferdes zu eng schneiden, geht das nach hinten los. Ich hoffe ja doch, dass Ihr Pferd kein Gürtel trägt, sondern einen Gurt vom Sattel. Ja, Gürtel, Gurt... Sie wissen doch, was ich meine Himmelarschel... Lassen Sie mal mein Marshall zufrieden. Als ich hier angekommen bin, fragte mich eine Gestütbesitzerin, was möchten Sie für ein Pferd haben. Ich sagte eins mit vier Beinen und einen Kopf. Oh, wow. Also lassen Sie mal Marschel. Apropos Pferd, ich muss heute noch zum McFarlane's Ranch. Zum McFarlane's Ranch? Ja. Gibt es da auch ein Gestüt oder wie das was denn? Ja, die Dame, die dort... Ich glaube, sie hieß Mrs. West. Ah, ja. Die züchtet... Na los, ja. Irgendwo kommt mir der Name bekannt vor. Ähm, wie ist das eigentlich? Ich möchte jetzt um gerne immer gleich hoch zur Miss Taylor. Wie sieht das aus? Gibt es hier in der Nähe auch ein Gestüt, wo man Pferde beschlagen lassen kann? Oder geht das nur um bei Miss Taylor? Ja. Ich denke, die Dame kann das auch tun hier. Miss Davis, glaube ich, war ihr Name. Richtig? das mache ich auch. Okay, wunderbar. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass sie... Alles gut. Kennen Sie sich denn schon? Ja, Schatz. Ich habe die Dame einmal im Vorbeilaufen gesehen. Okay, also Miss... Seit heute weiß ich das aber auch. Miss Davis, das ist Miss... Ja. Morningstar. Ja. Alias Dr. Morningstar. Alias Frau Immobilienmaklerin Morningstar. Das ist schön. Ich habe die Schöne gesucht. Und Miss Morningstar, das ist Miss Davis, die Pferdetrainerin von Valentine. Oh. Und Privatsüchterin von Kriolus und Dandelion. Ich kriege nicht einmal etwas hin, verdammt der scheiße Magnum, ey. Das kann doch nicht sein. Das sind zusätzliche... Mr. Magnum, bei Fuß. Können die Dame ja auch selber sein. Bevor ich zum McFarins-Range runterreite, könnte ich ja mich mit Ihnen auseinandersetzen. Komm, komm, komm. Das könnten Sie, ja. Naja, der Weg darunter dauert halt. Mr. Magnum. Hm. Ich weiß, wie schwer das unter Frauen ist. Hm. Ich denke, ich habe was für Sie, was Sie etwas beruhigen könnten. Lassen Sie mich Ihnen das einmal geben. Dann trinken Sie jetzt und dann sind Sie ganz ruhig. Naja, klar. Das ist eine Dienstanweisung. Ja, ja. Ich habe zur Beruhigung meine Zigarren, meine Zigaretten oder meine Pfeife. Okay. Die trinken jetzt nur Whisky. Genau. Das ist so. Hey. Oh ja. Wunderbar. Jetzt denke ich, können wir wieder zu den Damen. Natürlich. Dürfte ich denn eine Frage stellen, Miss Davis? Natürlich. Was ich einrechnen muss für einen Andanusier? Also, im Großen und Ganzen züchte ich die eigentlich nur für mich Privates. Ach so. Mit Ausnahmen, dass ich welche verkaufe. Also, der Fuchs, der da steht, ist zum Beispiel einer meiner gerade gezüchteten Fünfjährigen. Im Normalfall, sage ich mal, roundabout, ohne Beschlag. Lassen Sie mich kurz nachrechnen. 120 Dollar ungefähr. Mhm. 100 und 120. Wunderbar. Die sind ja doch ein bisschen standfester, wenn es um Wildtiere geht. Gibt es bessere, aber ja. Ja doch. Zum Beispiel. Fokstrotter zum Beispiel. Creolus, Fokstrotter. Was? Hören Sie da. Bitte? Glattrubber. Warum? Sumse. Ich habe mir zum Beispiel einen Gladen Whisky gegeben. Breton ist ein Kalkblut. Deswegen entspannt er so ein bisschen. Nein, für mich nicht unter den Hintern. Zinker zum Beispiel sind auch sehr gute Verlasspferde. Die sprengen wahrscheinlich den zeitigen geltlichen Rahmen. Etwas entspannter macht das doch alles so anders. Nicht? Nee. Ich reite aktuell einen Nokota. Eigentlich war der gedacht für die Postarbeit, aber da sich das ziemlich weit nach hinten schieben wird wahrscheinlich, brauche ich natürlich ein Pferd, was gut für die Jagd auch geeignet ist. Also ich habe einen fünfjährigen Tinker, der gerade im Training ist, aus eigener Zucht. Da bin ich froh, wenn der ein guter Herde kommt, weil der geht bei mir jetzt zum Stil. Sie können mir den ja ruhig einmal zeigen, wenn Sie möchten. Das können wir gerne machen, ja. Wir bleiben hier einfach mal stehen. Um so ein weiter? Okay. Sie können ja gleich wiederkommen. Ich brauche vielleicht noch ärztlichen Beistand. Wir haben Sie. Mr. Marsch. Degradieren Sie gerade mich und befördern Mr. Meghan? Nee, den habe ich gestern, nee, vor vier Tagen schon befördert und degradiert an einem. Sehr schön. Der einzige, der Vorherrschaft hat, bin immer noch ich. Ja. Wofür brauchen Sie denn einen ärztlichen Beistand? Weiß ich nicht. Sie reden so viel Pferdisch. Sie dürfen auch gerne raufspringen, wenn nehme ich sie mit. Ach, die reden so viel Schmerzen an sich. Ach, kommst du da rauf. Die reden Pferdisch. Ja, ich kann das auch nicht. Das ist so geil. Für mich sind die Tiere da, um geritten zu werden und wenn sie nicht mehr können, gehen sie zum Abdecker. Genau. Ja, habe ich heute zum Beispiel auch einen abgegeben. Wobei, Miss Davis bietet tatsächlich einen Planenruft an. Habe ich schon verlauten lassen. Und wo kriege ich meine Pferdesalami her? Von mir, mein Schatz. Das sind die besten Dienste, die du jemals gegessen hast. Ich musste jetzt gerade, oh mein Gott, ich musste gerade jetzt dreimal üben. Mein Gott. Das sind die besten Dienste, die du jemals gegessen hast. Oh Gott. Sie haben unseren Gott geklaut? Ich gehe mal in die Kirche und schaue, wenn er da heißt. Muss ich denn eine Anzeige schreiben, Chef? Nein. Gut. Nein, Schatz. Ich meinte auf meine Dienstfahrer, nicht auf die. Wie ist denn, wie ist, ich freue mich voll für die Doc. Ich freue mich voll. Ich finde das voll klasse. Ich finde das voll klasse, dass sie jetzt im Doc sind. Also, Immobilienmarklerin ist auch klasse, weil ich speier auf mein Häuschen. Schatz. Ja. Ich denke, wir haben morgen noch eine Nachuntersuchung von meinen Schussverletzungen. Oh ja. Oh ja. Ich kann aber nicht zu Ihnen gehen. Warum nicht? Nein. Natürlich. Mr. Magnum. Ich habe eine Spritzenphobie. Wenn der Marshall das mitbekommt, dann schmeißt du mich raus. Das kriege ich. Mr. Magnum. Mr. Magnum. Hätten Sie das nicht das ein oder andere Mal erwähnt, wüsste ich auch nichts davon. Aber ich weiß davon. Oha. Ich hatte Ihnen damals schon gesagt. Ich werde Ihnen persönlich die Spritze in das Bein jagen. Na, das tut weh. Das ist gemein. Das ist... Ich brauche keine Spritze. Marshall, Sie irgendwann ehelichen. Mhm. Bin ich hier Sparger? Nee. Ja. Ja. Ganz kurz. Boah! Geht's Ihnen gut, Mr. Jones? Mr. Jones, soll ich Ihnen helfen? Kommen Sie hier. Ich hier einmal, kommen Sie hier die Treppen hoch. Nein, warten Sie. Lassen Sie mich erst mal das Pferd anbinden. Naja. Ist alles in Ordnung soweit bei Ihnen? Ja, Sie bindet nur das Pferd noch immer. Äh. Ich glaube, Sie fragen. Der Marshall ist... Und ich... Du's früher? Talk. Ja, Schatz, für dich als Erklärung. Ja, dann möchte ich jetzt gerne Erklärung. Ja, als ich gestern angeschossen wurde, hat vielleicht Mr. Magnum mich voll geblutet, während ich geblutet hab. Wir sind Blutsbrüder. Mr. Magnum, äh, in der Defizit, dass er das Blutsbrüder schafft. Aha. Dennoch bin ich der Meinung, dass ich sein Vorgesetzter bin und, äh, sollte er Kacke bauen, kriegt er von mir auf Pauls Maul. Ja. Mr. Magnum. Stopp. Ich gebe Ihnen einen kleinen Rat. Ja. Ja. Okay, mich. Ganz klein. Welchen denn? Irgendwann bei mir auf dem Tisch. Ja. Eine Behandlung kann sehr lang dauern. Wissen Sie was? Das sind alles Ausschlücher, so wie es jetzt ausstellt. Für Sie, für Sie, äh, für den Marshall halte ich jeden Schmerz aus, auch stundenlang. Achso, sehr gut. Dann, äh, habe ich nichts gesagt. Und jetzt, wo er mein Bruder ist, noch länger. Ich wollte es noch mal gesagt haben. Jetzt kommen Sie doch bitte hoch, Miss Jones. Hier, nehmen Sie mal den Arm. Also, jetzt bitte. Und dann bringen Sie doch bitte mal die Dame ins Hotel und dass sie sich auch waschen kann. Naja. Mr. Magnum, gewirrten Sie ganz kurz. Also, da kam es in so einem, also wirklich, wie können Sie die Dame so rumlaufen lassen? Mr. Magnum, geben Sie ja dies einmal bitte, äh, zum, äh, selber in Ihre Kleidung. Naja, sicher. Ich, 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 ich wasche mich gleich. Ich wollte nur etwas vom Marsch hier wissen. Ja, machen Sie sich erst mal sauber. Mr. Magnum begleitet Sie da jetzt. Der Schlamm kann teilweise... Kommt die Müslung hervorrufen. Richtig. Nicht in einem Valentine, weil das ist Haieschlamm. Natürlich. Deswegen hatte ich das letzte Mal auf Pocken. Ja, das war... Ich kaufe dieses Pferd wieder, wirklich. Vor meiner Zeit. Wieso? Ist das so, so widerspenstig, oder? Dieses Pferd befindet sich seit über einer Woche bei mir im Training. Ja. Und es verbessert sich gar nicht. Dieses Pferd habe ich gekauft von einem Händler, der mir versichert hat, dass sie gut lernfähig ist. Ja, Sie sehen es ja. Ja. Das ist das fünfte Mal, dass sie mich bereits abwirkt. Unfassbar. Äh, Hank. Äh, die junge Dame braucht mal einen Bart. Ja. Bitte. Bitte. Das mit der Blutsbrüderschaft, das ist eine geile Nummer. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ey, ich finde es so schade mit dem Gottesdienst. Oh, ich könnte Rüdiger auch zum Wanderprediger machen. Ich könnte Rüdiger auch zum Wanderprediger machen. Ja, kann ich mir vorstellen. Sie spielt, egal was sie spielt, sie spielt alles großartig. Wirklich. Ich verrate nicht, wer sie noch ist. Aber sie ist großartig. Wirklich. Wir haben hier wirklich Spieler, die richtig was auf dem Kasten haben. Ja, und das meine ich, ne Koko. Wir haben hier wirklich Spieler, die was drauf haben. Das, die, die Morningstar, die jetzt beim Marschiff steht, das, das glauben die Leute nicht. Wenn rauskommt, wenn irgendwann mal rauskommt, wer sie ist, ne? Dann glauben die Leute es nicht. Also, hier gibt es wirklich zur Zeit, äh, mehrere Spieler, die zwei Chars haben. Ähm, die, die zwei Chars haben, sind aber auch so gut. Echt? Ne, das hört man nicht. Okay. Nun, viel besser. Sieht auch viel besser. Also, es heißt nicht, dass sie vorher nicht gut ausgesehen. Oh, mein Gott. Ja. Äh. Mr. Magnum, Mrs. Jones, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Naja, sicher. Wunderbar. Ja, wo die haben? Ja. Bitte? Ja, wieder. Ja. Mr. Magnum. Wer lässt das vorhaben? Äh, großartig. Ja? Ja, wirklich. Also, äh, die Miss... Wir... Also, das nimmt ja auch Maßen an. Also, wir haben ja jetzt, ähm... Äh, die Familie Rios, die, äh, Gerber sind. Ja? Ja. Äh, die habe ich gestern kennengelernt. Und ich habe noch ein bisschen Leder da gehabt, wissen Sie? Ein bisschen, äh, Herzen, Nieren und so ein Kram. Ähm. Ähm, und hatte gestern Abend denen, äh, gesagt, so von wegen, wenn Sie möchten, dann gebe ich denen das als Starthilfe, weil die ja komplett neu anfangen. Und, äh, 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 da hat man sich sehr bedankt. Äh, das habe ich dann heute Morgen bei, äh, Miss Buffalo erwähnt. Und dann fing Miss Buffalo an, äh, auch noch die Kutsche voll zu hauen. Und, äh... Miss Buffalo ist wer? Äh, die Rancherin bei der McStone Ranch. Die war früher mal bei der Emerald Ranch. Ah, verstehe. Und, äh, ja, und dann kam Miss Johnson noch vorbei und hat die Herrschaften nach Annisburg gebracht, damit die sich Salz holen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, dieser Zusammenhalt gerade, den, den, äh, feiere ich sehr. Ja, das freut mich gerade. Schön zu hören. Ne, also das eine ist ja, die Infrastruktur zu verbessern, aber das andere ist natürlich auch, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Mhm. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Wege. Ja. Freut mich in der Tat zu hören. Ja. Und wie sind Sie zufrieden bei sich? Nun, ich kann nicht glauben. Ja, ne? Außer, dass mir irgendwie jeder seine älteren Pferde geben möchte, weil sich wohl das Gerücht aufgetan hat, dass ich die alle zu mir an Pension nehme. Nein, zu Miss Davis. Ja, da streiten sich irgendwie die Geister. Die einen meinen wohl zu Miss Jones und die anderen meinen wohl zu Miss Davis. Nein, zu Miss Davis. Miss Davis hat angeboten, hier einen Gnadenhof aufzumachen. Und das soll das Alleinstellungsmerkmal von ihr sein. Oh, wer hat das denn wieder falsch rum erzählt? Das weiß ich nicht. Aber, nun, ich habe bisher schon den Fünften gehabt, der mir seinen Fernseher entgegengelt. Das ist nicht witzig. Es tut mir ja leid. Ich bin eine erfolgreiche Züchterin. Ich komme aus einer einflussreichen und erfolgreichen Züchterfamilie. Meine Familie hat für Monarchen gezüchtet. Und, naja, jetzt stehe ich hier wie eine Dame, die einen Hof hat oder die angestellt ist auf einem Gestüt, aber Pensionspferde aufnimmt. Zeugt das nicht von Tierliebe? Oder eine Art Gnadenhof. Ja, zeugt das nicht von Tierliebe? Ja, natürlich, aber Sie dürfen nicht vergessen, dass da auch ein gewisser Ruf mit dranhängt. Verstehen Sie? Ja, dass Sie sich um die Tiere sorgen. Ja, aber, nun ja. Es mag sein, dass wir die ein oder anderen Pferde entgegennehmen. Und auch ich habe das schon getan, insbesondere Dienstpferde. Aber bisher ging ich davon aus, dass es daran liegt, dass wir die Pferde entsprechend ausbilden für den Dienst. Und dann auch wieder an uns. Mhm, mhm. Ich verstehe. Annehmen, verstehen Sie? Ja, ja. Ich möchte auf keinen Fall, dass Mrs. Taylors Ruf darunter leidet. Stellen Sie sich das mal vor. Ja, aber da, also da, mit Verlaub, aber da widerspreche ich Ihnen, also, deshalb haben wir das ja so gemacht oder haben das so besprochen, weil das natürlich einen Ruf auch stärken kann, ja? Ja, also das muss ja nicht negativ, solange die Pferde da wirklich ihr Leben fristen können bis zum Ende des Tages und nicht vorher irgendwie abgeschoben werden oder, oder, äh, erschossen werden, ist doch alles gut. Das kann ja den Ruf verbessern, aber... Ich verstehe, was Sie meinen, aber wenn man mir Pferde andrehen möchte, die noch nicht mal das 20. Lebensjahr erreicht haben, verstehen Sie, was ich meine? Ja, schicken Sie die alle zu, zu Miss Davis hierher, wenn Sie mögen. Ja, sagen Sie, sollen zur Pferdetrainerin von, von, äh, Valentine gehen und dann die da abgeben. Weil die bewegt sie auch noch und, und, äh, die hat da ja jetzt so einen schönen Parcours, so, wo, wo, äh, die auch langsame Übungen machen können, bestimmt. Ähm, schicken Sie die alle dahin. Müssen Sie sich gar nicht mit den Herrschaften abgeben. Nun ja, was bedeutet abgeben? Vielleicht falsch formuliert worden von mir, aber... Ich möchte nicht, ich möchte nicht Gerüchte wegen eine Abstahlkammer werden. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Mhm. Ach, Mr. Magnum. Marshall. Marshall. Ja. Sie sagen den Leuten, dass die, dieser Rest, dieser, dieser Gnadenhof bei Miss Davis ist, richtig? In Valentine, oder? So, wie es mir zugetragen wurde, ja. Genau, gut, weil, äh, Miss Jones gerade, äh, erzählte, dass etliche Personen zu ihr kommen und die Pferde alle bei der Taylor, beim Taylorgestüt abgeben wollen. Äh, äh, tatsächlich, äh, war es eine Fehlinformation im Vorfeld von mir. Äh, äh... Ja, die machen wir kurz, ne? Ja, durchaus, Mr. Merckham, durchaus. Ich bin derzeit noch, beziehungsweise habe ich vor, am morgigen Tag mit Miss Davis diesbezüglich noch einmal zu reden. Dass sie unsere alten Dienstferde zumindest einmal annimmt. Was der Rest der Bevölkerung macht, ist mir ja persönlich erstmal scheißegal. Aber dann hat Miss Jones und Miss Taylor erstmal weniger Pferde, die sie bemütteln müssen. Nein, verstehen Sie das nicht falsch. Ich nehme die Pferde sehr gerne an mich. Und es geht mir auch nicht darum, aber ich selber bin darüber nicht informiert worden, dass es eben auch zu meinen Aufgaben gehört, diese Pferde an mich zu nehmen. Und wie gesagt, Sie haben das vorhin auch angeboten, dass es mir gerne entgegengegeben werden kann. Aber ich hatte, wie gesagt, auch schon Personen, die ihre Pferde abgeben wollten, die noch nicht mal 20 waren. Einfach nur zum Abstellen. Verstehen Sie, was ich meine? Das sehe ich dann natürlich nicht ein. Es geht hier nicht um Pferde, die alt sind und in Pension gehen und einen schönen Lebensabend genießen sollen. Da werde ich immer sagen, in Ordnung, aber ich möchte nicht, dass die Pferde auf eine Art gestellt werden, weil sie einfach nicht mehr interessant sind. Verstehen Sie? Das hast du aber immer anders gesagt. Durchaus. Das soll natürlich auch hier im Sheriff an sich umliegen. Das hast du eben anders gesagt. Du hast eben gesagt, Frau Wien, das schadet deinem Ruf. Oh, verzeiht Sie. Werden Sie des Dienstes enthoben bzw. in den Ruhestand geschickt? Es geht auch nicht um die Dienstpferde, sondern es geht um Privatpferde. Naja, ich glaube aber, da wird die... Ja gut, damit habe ich jetzt nicht unbedingt viel zu tun. Nein, nein, es war aber eine allgemeine Information. Nein, nein, ich glaube aber, da kann auch die... dass sich verselbstständigen, ja? Wenn man mitbekommt, okay, die Sheriffs, Deputies, der Marshal, die geben die Pferde ab bei Miss Taylor, dann kann es schnell sich verselbstständigen und das heißt, ja, dann kann ich ja auch mein Pferd bei Miss Taylor abgeben. Ja, genau. Die Sache ist dabei, jeder der Bevölkerung ist die Bevölkerung. Wir sind die Sheriffs und Marschles. Ja, ich meine... Was wir machen, sollen die Herzen, die Leute sich gar nicht zu Herzen nehmen. Ja, das tun die ja. Nur weil ich in Wendheim auf die Latrine gehe, muss nicht jeder andere da hinrennen. Naja, die sind aber so ein Vorbild. Aber ich bin eigentlich auch wegen was ganz anderem her oder wollte wegen was ganz anderem her herkommen. Marschle, ähm, ich habe jetzt gehört, dass Sie noch einen Deputy haben. Also Sie haben jetzt zwei Deputies? Äh, Mr. Metters, richtig. Achso, doch nur einen. Ja, der... Äh, der eine, der Deputy. Ähm, der hat jetzt ein Pferd, richtig? Richtig. Richtig. Das war das, was Sie mir vorhin gegeben haben. Ähm, genau. Aber, äh, aber, äh, Mr. Taylor hat Ihnen ein Pferd, äh, ausgegeben, was auch diensttauglich ist. Mhm. Also hat er jetzt schon zwei Pferde dann? Richtig, genau. Ah ja, gut. Das eine ist ein Privatpferd, aber das ist diensttauglich. Also für, für unsere Zwecke, äh, gemacht, sag ich jetzt mal, ganz... Gezüchtet. Gezüchtet, äh, und, äh, äh, ja. Nun ja, gut, dann hat sich meine Frage ja erübrigt. Was war denn Ihre Frage? Nun, meine Frage wäre gewesen, ob es noch ein Dienstpferd gibt, was, äh, ausgehend nicht werden muss. Ach nee, Moment, Mr. West hatten Sie gesagt? Der hatte ja noch welche, richtig? Mr. West hatte, äh, meine Erkenntnis nach vier Pferde, davon müsste er jetzt noch zwei haben. Ja, na genau, zwei wollte er mir abgeben, müsste er noch zwei haben. Zwei diensttaugliche Pferde. Nun ja, mir geht es, wie gesagt, nur darum, dass ich einen gewissen Vorlauf habe, um entsprechend an die Pferde zu kommen, die sie brauchen. Durchaus, sie wären, äh... Wirklich, William, du bist jetzt schon wieder müde. Ja. Ein wenig. Ein wenig. Also, ähm, das mit dem, mit dem Vorlauf, das kann ich, darf ich, wenn ich darf, äh, würde ich dazu was sagen, ähm, korrigieren Sie mich, Marshall. Ähm, wir haben immer mal wieder, immer mal wieder Interessenten, misst du uns, ähm, so wie jetzt auch noch einen weiteren Interessenten. Nur, wir können natürlich nicht wissen, ob die denn auch wirklich den Dienst antreten, ne? Nur, weil jemand sagt, äh, ich hab Interesse, ich melde mich in zwei Tagen, ist es ein wenig schwierig für uns denn sonst, äh, im Vorfeld das zu kommunizieren, ne? Weil, wenn die Herren nicht da kommen, ja, dann stehen sie auch mit den Pferden da, ne? Nein, darum geht es nicht. Okay. Es ist so, dass, äh, ich ja sowieso vorhabe, ein, naja, sagen wir, eine gewisse Anzahl von Dienstpferden in meinen Stellen einzukwartieren. Aber, nur weil ich sie eingepartiert habe, heißt das nicht unbedingt, dass sie auch schon vollständig trainiert sind, verstehen Sie? Ich arbeite mit sehr vielen Pferden tagtäglich, hab dazu noch eine Fohlenaufzucht, die ich beaufsichtigen muss. Und, naja, also, wenn ich dann weiß, es wird jetzt ein Pferd benötigt, dann kann ich mich da mehr auf das Training kussieren. Ja, das ist, äh, darum geht es. Also, es ist sowieso so, dass es einen gewissen Vorlauf gibt an Pferden, aber es ist auch so, dass man nicht sehr leicht an diese Rassen kommt. Also, man muss schon den Dialog gehen mit den Händlern und sich die Pferde vor Ort anschauen. Und, ja, das ist nun mal auch sehr zeitintensiv. Äh, ja? Eigentlich könnte man jedes Pferd in den Dienst stellen, aber es sollte natürlich auch zum Reiter passen, von daher. Äh, meine Damen, aufgrund der Tatsache, dass der Marshal, auch wegen seiner schweren Verletzung von gestern, äh, wahrscheinlich demnächst ins Bett sollte, würde ich Ihnen den Marshal noch einmal kurz entfernen, weil wir noch eine dienstliche Sache zu klären haben. Äh, deshalb würde ich Sie bitten, dass Sie uns einmal kurz entschuldigen. Ja, das meine ich, ja. Ich wollte nur die Damen nicht einfach so stehen lassen. Er wollte sich förmlich entfernen. Naja, sehen Sie. Die Damen sind für die Menschen. Oh, nein. Ach, er nun wieder. Bist du mehr genommen? Hm. Da ging gleich, wie, 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 wie man den Herrn einmal entfernt hat. Nein. Nicht, nicht heute. So, gehen Sie einmal bitte aus dem Department raus. Nicht heute. Nein, alles gut, ich rede ja nur mit Ihnen. Gehen Sie, würden Sie uns den Gefallen tun? Es ist eine dienstliche, äh, Besprechung. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Hey, Sie müssen gleich in die Fresse hauen. Sie, Sie. Das ist nicht gesagt. Lassen Sie mich das machen. Du besaust. Oh Gott. Danke. Die Ratte. Also, wir sind uns einig, dass ich, dass ich die Herrschaften dann nachher gleich in meinem Räum sehe, ja? Ja, bitte. Ja. Ich habe nur gesagt, nicht mache. Er wollte doch gerade rausgehen. Ich habe nur gesagt, nicht mache. Er wollte doch gerade rausgehen. So, äh, wir klären jetzt einmal kurz, kurz unser Ding. Dann, äh, gehen Sie als erstes in Behandlung. Ich sperre den in die Zelle und dann gehe ich, Rubel, zur Behandlung. Jawohl. Ähm. Ich habe heute bei Miss Buffalo einen Joint beschlagnahmt. Ja. Diesen Joint habe ich in unsere Asservatenliste eingetragen. Dort war schon ein Joint eingetragen. Dann korrigieren Sie das einfach auf zwei. Ja. Dann habe ich den Joint in unser Lager gelegt. Mr. Magnum, ich war in der Zwischenzeit, äh, wo Sie nicht hier war, hier und habe den schon, äh, mit, äh, genommen. Okay, das bedeutet, ich korrigiere das nochmal auf einen Joint, weil dann ist die Anzahl wieder korrekt. Nee, nee. Sie können das gerne auf zwei, äh, belassen, weil wir haben ja zwei. Weil, äh, einer liegt da schon eben vor, äh, Alte-Watt. Ah, okay, gut. Ja, okay, dann korrigiere ich das jetzt. Okay. Wunderbar, danke Ihnen vielmals. Gut, wunderbar. Dann gehen Sie sich verarsten lassen, ich trage das nach und dann sperre ich den Herrn weg. Ja, wunderbar. Wunderbar. So, Sir, ist jetzt alles gut? Oder muss ich Sie jetzt noch irgendwie, muss ich Ihnen jetzt noch eine verpassen? Na, gehen Sie mal. Oh, nein. Oh, nein. Also, das ist ja gar nicht mehr für etwas wie Universe. Oh, nein, ich trage das wie, wir werden. Oh, meinigo, das ist ja gar nicht recht. Ja, traz das hin. Ja, claim das hin. Und das hin. Und die assumptions bin ich schon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 BUSH Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wollte gerade sagen, ist das euch hinweg? Böser Mech nun? Weil ich sag, dass das Häuschen weg ist? Oder weil ich nicht beim Gottesdienst war, was nicht ging, weil wir die große Pferdeschau hatten. Okay. 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 So. Okay. 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 Ich weiß gar nicht, ich freue mich noch was zu essen und zu trinken. Was ist für eine Kutsche? Was ist für eine Kutsche? So, ich habe keine Sandwichen mehr, ich habe keine... Mal gucken. Oh, die Grashüpfer, den Grashüpfer müssen wir aufpassen. Okay. 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 Choo-choo! Sooo... Vielen Dank. So, auf den Dings. Auf der... Auf der Pferderange ist jetzt... Der... Marschall. Auf der Pferderange ist jetzt... Oh, Hartin habe ich aber richtig spät gesehen. So, auf der Pferderange ist jetzt... Ah, no! Ha, ha, ha! Ha, ha! Was ist? Was ist? Ich musste die Reaktionszeit testen, ne? Boah, ey, meine Panik gekriegt gerade. Ja, nicht, dass die Anwohner von Valentine gefährdet sind, Madame. Ah, super. Ja. Ich fahr schon extra langsam, ja? Ja, ist auch wichtig hier in Valentine und Umgebung. Machst du dein Patrouille, was machst du gerade? Ja, ja, genau. Ah, braver Junge. Aber ich bin auf dem Weg zurück nach Valentine. Wo willst du hin? Valentine. Na ja, sicher, das. Sehen wir uns dort. Aber dann soll ich ja sagen, pack dein Pferd rein und fahren mit. Nein, der muss ja auch mal bewegt werden. Ja, okay. Wie? 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 Dieses Hirte? Wie? Wie? Boah, Alter, ist der schnell. Der Zug. Ich würde ja mal interessieren, ob der ihn gleisen kann. Der Zug. Die Gabelböcke sind ja auch alle Dead Smog-Gefärder. Ja, ja. Ich habe da vorhin auch einen gehabt. Der schoss auf einmal mitten aus dem Gebüsch auf mich zu. Ey, ich habe drei Gabelböcke über den Schienen gelaufen. Ich wollte gerade noch so bremsen. Ja, ja. Alter, mein Mann. So, ich war gar nicht fliegen. Wo hast du gesegnet? Äh, ich war nicht da. Was ist da los? Naja, wir hatten noch einen Termin mit Marshall und deshalb habe ich es nicht pünktlich geschafft. Und man geht nicht in eine Messe für spätet rein. Ja, ja, richtig. Richtig, richtig. Ein wunderschön... Oha! Ein wunderschön. Audi. Audi. Können wir helfen? Oha, ich habe gerade nur auf meiner Karte gelesstaut. Ähm, ich wollte nur wissen, ähm... Da gibt es doch so einen, ähm, eine Person, die immer Gesenke gibt. Ähm, ich finde, ich lade auf der Karte nicht. Wie beim Fantenie. Also, so mittig zwischen Routen und Fantenie ist er heute. Ja, am... Im Sumpf irgendwo. Mhm. Mr. Miyagi, sind Sie das? Ich bin das, ja. Mr. Miyagi, ich bin Sheriff Magnum. Ach, Sie haben mir, ähm, dieses, äh, wie soll ich sagen... Gesagt, Sie sollen mir diesen Ausweis machen. Richtig, genau. Ja, schön, Sie wiederzusehen. Ja, freut mich auch, Sie wiederzusehen. Alter, herrlich. Wie geht es Ihnen? Ja, mir geht es, äh, wie sagen Sie, blendend, ich glaube, ne? Ja, ja. Ähm, äh, und, und, äh, wo, wo, ich habe Sie lange nicht mehr gesehen? Waren Sie in Blackwater viel unterwegs oder wo sind Sie unterwegs? Also, ich bin ehrlich, ich war gefühlt hier, äh, im ganzen Land unterwegs gewesen. Okay. Ich habe, äh, äh, sagen wir so, mein Pferd hat jetzt drei bis vier Kilo weniger, ja. Ähm, ich war immer auf der Suche, hab niemanden gesehen und dann habe ich halt hier bei Mr. Maiskolben, ich weiß seine Name nicht, der ist immer so ein bisschen süchtern, ähm, hat mir, ähm, gesagt, ich kann für ihn diese, äh, Maisaufträge machen, dass ich immer das hin und her fahre. Ja, und das habe ich jetzt, ähm, hier gemacht, dann mal da, aber ich habe mich jetzt erst mal zentriert hier, ähm, aufgehalten und habe das dann gemacht. Ich habe auch den, diesen, ähm, wie heißt der vom Saloon hier? Max Stone. Ja, mit dem habe ich, äh, voll, zwei Tage nicht, glaube ich, gesprochen. Ja. Hm. Ja, aber da sind Sie in der richtigen Stadt, denken Sie daran, make Valentine great again. Hier. Ja. Gell, ich habe, ich muss sagen, ich habe geliebe äugelt mit, mit, äh, Valentine, aber auch mit Slowberry. Wie bitte? Ich habe geliebe äugelt. Nein, 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 nein. Das war, das war, ich wollte Sie nicht weiter ausreden lassen. Wie bitte? Ich mag nur ihm ausreden lassen. Nein, man, man, man beendet nicht, also man, man macht nicht Valentine in einem Satz mit einer anderen Stadt. Also es gibt nur, also, euh, Mr. Mia, warten Sie, Mr., oh ja, Mr. Mia, jetzt warten Sie. Ich glaube, ich habe da einen Frieder gemacht, oder? Ich weiß ja nicht. Ja, aber nein, aber eines ist ein Rüllbüchsel. Mr. Miyagi. Ja, oder? Mr. Valentine hat einen 34-Punkte-Plan, der uns in die Zukunft bringen wird. Ausgearbeitet von der Interessengemeinschaft Valentine. Unter dem ersten Vorsitzenden Jonas Magnum, dem zweiten Vorsitzenden Ben Mather. Das ist dir. Warte mal, ich muss mir das mal aufschreiben. Na ja, gerne doch. Also Magnum ohne Z, ja, und Ben Mathers ohne L. Testen. So, also 34 Punkte, ja. 34 Punkte. Genau. Erster Punkt, wir brauchen hier erstmal einen Sheriff. Abgehakt. Magnum ist Sheriff. Zweitens, wir brauchen, wir brauchen viel mehr Traffic hier an der Bahnstation. Gucken Sie, Miss Johnson ist mit dem Zug da. So, erledigt. Zack. Wir brauchen Deputy hier in der Stadt. Zack, erledigt. Bums. Zack. Dann, wir brauchen einen Saloon. Zack, bumm, erledigt. Wir brauchen eine weitere Ranch. Boom, zack, erledigt. Verstehen Sie, wenn ich weiter so mache, in diesem Tempo, verdammte Scheiße, dann werden das nicht 30, 40 Jahre, Mr. Miyagi, seien Sie Visionär. Man kann vieles schaffen mit vielen Händen. Ja, das stimmt. Aber vielleicht mein Vater hat auch gesagt, viele Hände verderben die Landschaft. Ja. Der magst du nicht die Kopfmann-Fährte und das ist ja da. Naja, klar. Das mit der Landschaft ist gut, dass Sie es ansprechen. Also, mein Gefährte und jetzt Deputy, Ben Matters, war ja in China, ja, und hat Steine besorgt. Wir werden Valentine noch pflastern. Also, der ist extra auf dieser chinesischen Mauer, da gibt es wohl so eine ganz große Mauer, ja, so, und da ist er rauf, mit den Leuten dort vor Ort und dann haben die Steine runtergeworfen und die Steine, die nicht zerbrochen sind, die hat er verladen lassen, die sind gerade auf dem Schiff hierher und dann wird Valentine gefließt, ja. Helst der. Ja. Wenn wir damit, wenn wir damit fertig sind, dann haben wir natürlich noch kleinere Schritte, aber, Mr. Miyagi, ich sag Ihnen das, wir haben, wir planen 20 Tresore anzuschaffen. Sie fragen sich, warum wollen wir die neue Staatsbank werden? Nein, wir wollen das Dynamit sichern. Hm, der Szene. Ja, weil hinter dem Stall, wenn Sie in diese Richtung schauen, wird alles weggesprengt, bis runter zum Dakota River, ja? Ja, der wird da ausgehoben und dann kommt da ein großer Hafen hin, größer als der in Saint-Tenis. Hm. Dann folgt eine Schienenverlegung, dass, wenn ältere Menschen mit ihren Pferden oder Kutschen zu unserem Stall fahren, ja, und den Gottesdienst besuchen wollen, nicht mehr zu Fuß gehen müssen. Nein, sie werden mit der Straßenbahn vom Stall zur Kirche, von der Kirche hierher, das wird ein Ringsystem. Das wollen sie alles in 34 Jahren schaffen? Natürlich. Ich glaube, hm. Die ersten 10 Punkte haben wir ja schon so gut wie fertig. Wir haben eine große Werbeanzeige gestartet. Hm. Ja. Eine Seite. Make Valentine great again. Hm. Wir versorgen, wir versorgen neue Mitbürger. Hier, Miss Johnson, ganz großartig, heute ein Herz für Neugründer, ja? Äh, äh, wir haben, äh, neun Gerber, okay, die sitzen da so ein bisschen, also am Rande von, also später wird das Valentine sein, ähm, und, äh, okay. Erzählen Sie weiter, ich höre Ihnen aufmerksam zu. Ja, geht sofort, Alter. Ah, ist, äh, ist schön, der Wetter leer ist unten. Ja. Äh, äh, so, die haben wir gestern getroffen. Ja? Heute? Ne, gestern. Gestern habe ich ihr gesagt, von wegen, ich bringe ihr eine Kutsche vorbei, wo ein bisschen Leder so, so, ne, damit die erstmal anfangen können zu arbeiten. Die sollen ihre Arbeitskraft, die sollen die Motivation, die sollen die Seele, die sollen die Vibes vom Valentine aufnehmen, verstehen Sie? Und dann sind wir da heute hin und eine weitere Mitbürgerin hat sich bereit erklärt, die Kutsche noch weiterzuführen. Halleluja! Und die Kutsche war so voll, sodass Mrs. Johnson, die mit dem Zug fahren musste und dann sind wir sogar noch Ellisbury gefahren und haben das Salz geholt und jetzt. Halleluja! Ja, Gott segne, Valentine. Halleluja, das ist der Weg, man hat mich gerettet. Na ja, klar. Hm. Das, das bringt mich jetzt auf eine, äh, gute Flage, das passt ganz gut. Äh, wenn Sie sagen... Ja, ich habe noch einen Platz für Sie als Deputy in meinem Sheriff Department frei. Ich hatte eigentlich an eine Wüchselmacher gedacht, aber... Ach so. Ja, die Deputies und so brauchen die auch immer ein bisschen Muniz zu, nur dann nicht ich... Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Äh, tatsächlich würden wir uns freuen, äh, wenn wir hier einen Büchsenmacher hätten. Ich weiß allerdings nicht, äh, diese, diese Lizenzen verteilt ja irgendwie, ich weiß gar nicht, Johnson? Ja. Äh, nee, Johnson verteilt sie nicht, aber, ähm, ähm, das, das macht das, macht der Governor, ne? Ähm, ich glaube, der Governor gibt die Lizenz, den Marsch, der Marsch hat die Lizenz an den Wüchselmacher. Ja, ja, ja. Irgendwie so habe ich mitgekriegt, aber, wer bin ich dazu urteilt? Ja, ich weiß das auch nicht, aber ich sage Ihnen auf jeden Fall, also Interesse hätten wir, ne? Ja, ich habe auch Interesse, weil, ja, das sagen wir so, ich komme, äh, nicht, äh, damit wir gleich klasse, denn ich bin kein Chilnesel, ich bin ein Yalpaner. Ja, macht ja nicht. Der wollte nur sagen. Nö. Weil hier, ne, ist ein schöner Ölrapfanderie, da auch noch, äh, und, ähm, wir haben eine lange Tradition, mit, äh, Seas-Pulver zu arbeiten, machen immer dieses Klöse-Feuerwerk und solchen Sachen. Ah, wenn wir das hier weg springen. Und wir haben eine große Tradition, auch was mit zu swaffeln und so angeht, ja. Ich mag Kar-Boom, Kar-Boom ist schön. Ja, hier. Denke ich auch. Hier, deshalb, deshalb, äh, heißt, äh, diese Lady hier ja auch, Boom. Ich dachte, jetzt Kar-Boom, aber, ja, Boom. Nee, das ist Boom. Wack, ne, wusstest du schon, wie meine Mappe heißt? Nee. Weil ich immer alles vergessen, heißt die Reminder. Das ist auch sehr gut, ja. Das ist der Miyagi. Ähm, ich werde mit Dr. Mountbetten sprechen. Dann machen Sie das gerne. Das ist der Herr, der die Zeitung rausbringt. Tut mir leid, mach mal. Ähm. Und ich werde eine Anzeige in Auftrag geben, Valentine braucht einen Büchsemacher. Ja, Miyagi vor. Miyagi 18, 99. Vote! Ich seh sie da. Ich seh sie da. Ich seh sie da. Ich kann, ich kann den Schwefelgeruch. Kann ich förmlich auf der anderen Seite in mein Büro riechen, Miyagi? Warten Sie kurz. Nee, das bin ich nicht. Okay. Ja. Das riecht doch Regen. Was? Wieso Regen? Wann ich nicht. Sag mal, weinst du? Oh, da ist das der Regen. Ja, das ist der Du. Sie waren jetzt glatter gefahren mit dem Zug. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Nein. Also sie ist gefahren. Sie ist der Zug. Ja, ja. Sie ist gefahren. Ich bin Direktorin der Training Company. Ah, du verstehst du. Okay. Ich hab das, äh, ich glaub gestern, hab ich's, äh, oder vorgestern, ich weiß nicht mehr. Hab die auch einen Zug vorbeifahren sehen. Doch, ich verträglich. Ah ja. Fass dir. Ja, ja. Also wieder fahr ich und mein Bruder. Ah, wie viele Bahnhöfe hat denn Strawberry? Ha, 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 ha. Ähm, Entschuldigung. Aber die Landschaft ist aber auch schön dort. Wie bitte? Also, Magnum, ich liebe Valentine. Ja. Strawberry ist was zu klein, aber die Landschaft ist wirklich schön um Strawberry herum. Wäre Strawberry größer und nicht so toll wie Valentine, okay. Aber jetzt ist Valentine besser. Verdammte Scheiße, was hat Strawberry? Bäume, guck nach hinter dir, Johnson, da sind Bäume. Was hat Strawberry? Berge, guck hinter dir, Berge. Was willst du noch mehr? Das ist aber der Aufbau. Aber ich sage, ähm, aber ich hatte im gleichen Satz... Der Aufbau. Magnum, ich hatte im gleichen Satz gesagt, dass Valentine besser ist. Also hör auf, hier so einen Kram herumzumachen, ja? Das Ding ist doch, ich hab das vorhin schon mit dem Marshall. Ich hab morgen ein Treffen mit dem Marshall. Ja? Und jetzt kriegen sie, Mr. Miyagi, sie kriegen jetzt exklusiv Informationen, Mr. Miyagi. Ja, da bin ich ja immer gespannt. Ja, wenn, das weiß nur noch Miss Davis, die Frau Doktorin und Miss Johnson dann, ja? Mhm. Sie müssen mir das auf den heiligen Boden von Valentine schwören, dass sie das niemandem weiteren verraten. Auf den heiligen Schlamm von Valentine. Amen. Ich werde keinem was weiter erzählen. Okay. Ich hab's wahrscheinlich eh wieder vergessen, weil ich bin alt. Das macht nichts. Das macht nichts. Das, was wir vorhaben, werden sie auch später noch auf ihrer Karte sehen. Wir werden morgen eine Begehung machen vom Valentine und jetzt halten sie sich fest. Valentine im Bezirke aufteilen. Bombs. Ui. Äh, okay. South Side, East Side, West Side. Fronten Side. Was? T-Side. Ja. Okay, da hab ich dann eine Flagge. Was ist dann der Laden des Büchselnmacherl? Das ist dann die Ost-Ost-Zeit, ja? Äh. Fern-Ost. Das kommt drauf an, wie weit sie entfernt sind von dem Laden. Ich möchte, dass die South Side dann Johnson Side heißt. Also wenn sie direkt auf der Hauptstraße sind, dann ist das schon Nah-Ost, ja? Aber wenn sie hinten bei der Kirche sind, ist das schon leicht Fern-Ost. Also wenn ich dann hinten aus dem Laden rauslaufe, dann ist es dann Fern-Ost-Zeit fest, der ist so. Ja. Ich habe das Prinzip verstanden. Ja, bitte. Ja. Glauben sie, Strawberry wird sein, wird das in Bezirke aufteilen? Kann ich Ihnen gar nicht sagen. Mr. Miyagi, Sie sind ein Mann von Vision, das sieht man doch. Sie sind ein Weltmann. Ja, sie, 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 sie wollen nach vorne schauen, sie wollen ein Abenteuer erleben, aber trotzdem Gesellschaft haben. Sie wollen, ähm, ein sicheres Einkommen haben, sie wollen, äh, äh, ach. Ja, beruhig dich. Naja, wir haben ihn noch nicht ganz, Johnson, wir haben ihn noch nicht ganz. Mr. Miyagi. Mr. Miyagi, Sie kommen her, Punkt. Super, fertig. Okay, dann bin ich dabei. Das ist doch ganz einfach. Nicht ohne heißen Brei reden. Naja, klar, wir hatten Herrn Miyagi schon, als ich gesagt habe, Tag, ich bin Sheriff Mecknam. Von dir nochmal, guck mal, guck mal. So, ja, ich kriege noch mal einen schönen schwarzen Tee, ja. Oh, vielen Dank. Ja, na, 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 na. Haben Sie auch glühenden Tee? Äh, ich kann ihn glühend machen, ich kann, äh, was einfach reinwerfen. Nein, eigentlich, einen glühenden Tee, keinen glühenden Tee. Grünen, grünen, weil der beruhigender ist. Soll ich einen Apfel reinwerfen? Nein. Ich glaube, wir würden uns mal über Teesorten unterhalten. Nein, Mr. Miyagi, das ist doch, das ist doch so, Sie fangen ja als Büchsenmacher dann an, Mr. Miyagi, aber Sie sind doch ein Mann von Welt, habe ich eben gesagt. Sie sind ein Mann mit Vision und der Büchsenmacher ist doch einfach nur der Startschuss für Ihr Miyagi-Imperium. Ich sehe doch schon förmlich das Teehaus von Welt. Hat man als Zigarette auch noch einer? Ich mache, ich mache dann auch dann für diverse Hotels so ein Leidigungsunternehmen und mache dann Aufschlagen, aufschlagen, polieren, aufschlagen. Ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich kann das alles nicht mehr, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Herrlich. Vielleicht kommt sie wieder an und sagt, von wegen, sie hat kein Geld fürs Bad. Doch, ich habe doch was im Bier. Achso. Das ist auch gegräte Ding. Ist der Miyagi, Sie wollten was sagen. Ja, ich finde auf jeden Fall die Idee flabelhaft, also von daher, ja. Sehr schön. Wir würden uns freuen. Ja, wir müssen, also wir müssen da zweigleisig fahren. Ha, 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 ha. Übrigens bekommen wir noch einen größeren Bahnhof in Miyagi. Ah, das war, ja, das war damals ein Handschlagdeal mit der Railroad Company. Nicht Railwood, Railway. Railway, Railway, Railway. Genau, mit Chuchu Company. Johnny, dass wenn wir die Straßen pflastern, dann bauen die uns einen größeren Bahnhof. Eigentlich wollten wir einen mit Glaskuppel, aber wir sind ja kompromissbereit. Man muss im Leben auch mal Kompromisse eingehen, Mr. Miyagi. Das kenne ich ja. Und wir wollen nicht alles bestimmen, alles haben, alles machen. Nein, wir gehen auch Kompromisse ein. Okay, wir kriegen keinen Bahnhof mit Glaskuppel, aber wir kriegen einen größeren Bahnhof. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Ja. Ich springe nicht Blackwater weg und vergrößere das gleich bis zum Meer. Nein, wir vergrößern nur den Dakota River. Aber, aber Magnum, soll ich dich mal glücklich machen? Und Mr. Miyagi, das sagen wir auch nicht weiter? Mr. Miyagi ist dabei, also... Nein, nein, nicht das glücklich machen. Achso. Wir müssen ganz viel von Blackwater abreißen für unseren Bahnhof. Oha! Wenn die verkleinert? Ja. Ja, aber die verlegen denn ja Sachen. Also das wird ja auch... Naja, aber auf jeden Fall müssen ein paar Häuser weg, damit sie wieder durch können. Also wird sie trotzdem wieder ein Stückchen größer. Naja. Ja, und dann hängen wir noch ein paar Leute und... Hallo! Hallo! Und dann hängen wir noch ein paar Leute. Guten Tag. Guten Tag. Das ist der County Sheriff. Ich wollte sie im Stall eigentlich. Ich wollte sie gerade vorstellen, Sheriff. Ja, machen Sie das. So, Mr. Miyagi, die junge Dame ist Sheriff Lane aus Saint-Denis. Und der junge Mann ist der County Sheriff Lane, der für überall zuständig ist. Aber auch aus Saint-Denis. Die Bekanntschaft zu machen. Genau, und das ist Mr. Miyagi. Mr. Miyagi... Ja. Mr. Miyagi, äh... Äh... Wünscht sich irgendwann mal Büxenmacher zu werden und... Ja, wir können ihn leider nicht abhalten. Seit einer Viertelstunde predigt er mir, wie toll Valentine ist und... Valentine? Sagen Sie, haben Sie sich das wirklich gut überlegt. Mr. Miyagi? Ja, ich hatte keine andere Wahl, also... Es hat mich alles hier angelacht. Also, ich kann Ihnen, äh, Sontini empfehlen. Da muss sie nichts anlachen, da haben sie wirklich Luxus. Mr. Miyagi, denken Sie da dran. Denken Sie da dran. Vote Miyagi, 1899. Ach, so ein Blödsinn. Ich sag mal so, ähm... Ich brauch nicht viel dieses, ähm... Wie soll ich sagen... Ich war neulich mal in Sontini gewesen und es war mir einfach zu viele Menschen gewesen. Bei uns ist alles ein bisschen gediegener, Mr. Miyagi, alles ruhiger, ne? Denken Sie da dran... Ein bisschen teigiger. Denken Sie da dran, dass das Teehaus, was wir laut unserem 48-Punkte-Plan, ähm, äh, auch noch... Sir Magnum, Sie haben gar keinen Platz in Valentine dafür. Doch. Ne. Doch. Soll ich ein Geheimnis verraten? Hm. Wir bauen zweistöckig. Ach ja. Und wir machen... Wir haben ja noch gesagt, wir machen ein Leinigungsunternehmen. Ein was? Ein Leinigungsunternehmen. Ich geh dann her, oder meine, äh, Angestellten und geh dann hier zum Beispiel dran und machen dann hier Auftlagen, Polieren. Auftlagen, Polieren. Hätten Sie das jetzt nicht erklärt, hätte ich gesagt, wenn Sie Leinen brauchen, kommen Sie nach Santany, da können Sie sich genug Kleidung kaufen. Aber ich brauch doch kein Lein. Leinen. Leinen. Tücher. Ah ja, vielleicht. Das sind Stoffe für Kleider. Ja, ja, ich, ich, ich... Mr., ich will Ihnen nicht zu laden, aber ich weiß, was Leinen sind. Das muss ich bekommen. Das kommt aus daher, wo ich herkomme, machen wir Leinen. Leinen. Leinen kommt aus Japan? Asien. Echt? Ja. Okay. Das wusste ich gar nicht. Ja, jetzt wissen Sie den Meer. Ja, ich kaufe das immer bei uns im... Jönen. Hm. Beim Schneider. Ja, hätten Sie mal die Steine mitgebracht für Valentine. Nein. Nein. Das kommt noch. Nein, die Schiffe sind ja unterwegs. Ach ja. Ja, hat Herr Metters gesagt. Ja, und Herr Metters sagt, naja. Wie bitte? Ich weiß ja nicht. Ja. Der steht zu sein... Der hat gesagt, dass er heute nicht da ist. Und sehen Sie, er ist heute nicht da. Er hält sein Wort. Er drückt sich vor der Arbeit eventuell. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich überhaupt... Also gar nicht. Ja, nachdem es geregnet hat, ist es auf jeden Fall noch schlammiger. Wenn es soweit ist, sehen wir es ja, das Ergebnis. Dann ist alles in Ordnung. Ja. Ich bin auch... Ich bin nur gerade sehr froh und dankbar an dem heutigen Tag, wo der einzige Gottesdienst im gesamten County in Valentine stattfand. Bin ich dankbar. Man darf auch nicht dankbar sein. Ja, der einzige ist es ja nicht. Vergessen Sie die Kirche in Blackwater nicht und in St. Diniers recht nicht. Also wir haben zwei große Kirchen. Ja, aber die haben heute keine Messe abgehalten. Am Heiligen Sonntag. Ja, wo sollen Sie das wissen? Am Heiligen Pfingst Sonntag. Dann haben die kein Budget für Werbung. Naja, vielleicht schon. Nur, vielleicht haben Sie wertvollere Werbung als zu Mr. Magnum rumzugehen, zu bitten. Erzählen Sie es bitte allen rum. Naja, so geht das. Das ist die beste Werbung. Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist die beste Werbung. Weil die Leute vertrauen einander. Wenn Ihr Mann auf Sie zukommt und sagt von wegen, hey, da gibt es die besten Pferde, vertrauen Sie ihm, weil Sie ihn kennen. Das ist der Sinn und Zweck von Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn da einfach nur ein Schild irgendwo steht, hier gibt es die besten Pferde, glauben Sie das nicht so sehr? Naja. Ist dem nicht so? Ich würde sagen, die Pferde bei uns in Sonntag sind deutlich hübscher als hier aus Valentine. Ja, ein Pferd muss nicht hübsch sein, ein Pferd muss praktisch sein. Außer es heißt Emi. Also ich mag mein Pferd. Außer es heißt Emi. Auch in Tasse. Was? Ich mag einfach mal ausziehen, aber ich hasse es. Einen Charakter. Ach so. Oh mein Gott. Ich mag auch mein Pferd. Heißt Helmine. Helmine? Helmine, ja. Okay. Ja, das ist ein... Nett. ...interessanter Name. Ich habe vergessen, wie meins heißt. Die Pizza? Ich habe nicht umsonst eine Waffe namens Reminder. Ich vergesse immer alles. Weißt du, was für einen Zug du fährst? Ich weiß, dass sie Liberty heißt. Okay, sie kennt den Namen ihres Zugs, aber nicht von ihrem Fett. Okay. Ja. Die können mir einen Gefeinden haben. Haben sie was zu trinken dabei? Natürlich, kommen sie zur Seite. Gerade frisch geholt. Und wohin bin ich mit Open Depression gefahren? Wollen sie Apfelsaft oder Karottensaft? Das ist vollkommen egal. Ja, lesen. Lesen, ich bin nicht alleine. Ich brauche ein bisschen Flüssigkeit. Sagen sie mal, was sie dafür bekommt. Das ist ja mein Bruder. Und mit Nick. Ist der Johnson? Edward. Ist der Johnson? Und mit Nick Alistar. Welch eine schöne Kombination. Sagen sie mir bitte, dass sie wenigstens den Namen ihres Pferdes noch wissen. Nee, nee. Hören sie mal bitte. Oder haben sie den auch schon vergessen? Nein, ich, 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 dachte, es war Naomi. Keine Ahnung. Das war eine Frage. Wir diskutieren darüber, wer den Namen seiner Pferde noch kennt. Das ist Mr. Johnson, ne? Das ist der zweite, zweite Chef bei der Bahn. Sehen Sie? Die internationale, die internationale, ne? Die kommen alle nach Valentine. Sehen Sie? Das ist Mr. Magnum. Mr. Magnum, wir kommen alle nur nach Valentine, weil man aktuell weiß, dass hier mindestens immer irgendwer zu treffen ist. Hey Johnson! Ich wollte gerade sagen, ob ich nochmal schreien muss. Gucken Sie, Mr. Magnum, wir sind hier alle freundlich mit deiner Nacht. Hey Johnson! Ja, ich kann nicht sagen. Ist schön, Sie wieder zu sein. Komm, mal zur Seite, Johnson. Ich habe gerade schon wieder Bekanntschaft mit deinen Lieblingsbandiden gemacht. Schlamm geworfen. Ich habe was für dich. Komm mal mit, Johnson. Hier ganz frisch. Ganz frisch. Äh, wo war es denn hier? Da. Ich habe mir gedacht, da steht hier. Weißt du? Hast du bekommen, ne? Ja. Ich, äh, ich werde es bei Gelegenheit mal ausprobieren. Ich habe die selber Hand geschnitzt. Könnte meinen wir sein, in Sonneny. Ich habe die Hand geschnitzt. Ja? Ich saß so an meinem Lagerfeuer und dachte so, Ja. Wer bedeutet dir hier etwas? Und da fielst du mir ein und dann... Der wehfelder Gedanke war ich dann. Also, es hat nichts zu sagen, wenn ich jetzt sage, 256. Warum nein? Ich hatte fast mit mehr gerechnet. Nein, aber dann dachte ich so, was macht eine Pfeife? Eine Pfeife qualmt. Und dann hatte ich diesen Zug, den Liberty vor mir und dann habe ich... Ich wünsche dir viel Spaß damit. Okay, ich werde sie in Ehren halten. Naja, sicher doch. Äh... Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht so stehen. Ich kann nicht so stehen. Miss McAllister, sie ehren uns wieder mit ihrer Anweser. Aber was ich sagen wollte, dass McAllister und Esko sind zusammengekommen. Na ja, vielleicht hatten sie den gleichen Weg. Ja, fand ich so schön. Wir sind beide immer zusammen. So ist herrlich. Miss McAllister, wie geht es Ihnen? Wir haben uns getroffen und sind dann gemeinsam hergeritten. Wie geht es Ihnen, Miss McAllister? Danke, sehr gut. Und Ihnen, Mr. Mc? Ja, wunderbestens, wunderbestens. Ich habe Sie vorhin beim Gottesdienst gesehen, richtig? Das ist so richtig, ja. Ja, sehr schön. Ja, wann sich der Zustand oder stört? Natürlich. Vielleicht mag der County Sheriff auch ein bisschen zur Seite gehen, dann ist der Mr. Miyagi nicht so. Charlie, du musst deine Schultern ein wenig zusammennehmen. Nicht, dass Mr. Magnet wieder Angst kriegt. Nein, ich fühle mich sehr geschützt. Nein, ich fühle mich sehr geschützt. Ja, das ist... Also, ich heiße Amelia Johnson und habe ein Problem mit Zügen. Hallo, Amelia. Okay, das wird nicht so gut. Ich bin Ashford und habe auch ein Problem mit Zügen. Also, ich bin Miss Davies und ich mag Züge. Ja, so. Ich mag auch Steine. Es geht alles in eine falsche Richtung. Das ist... Diese Kreisidee war nicht gut. Wir befinden uns hier in Wellenthalen in einem sehr kleinen Kreis. Die Kreisidee war nicht gut. Die Kreisidee war nicht gut. Welche Form wäre Ihnen lieber? Ein Rechteck. Ein Ei bestimmt. Ei. Ein Dreieck. Ein Trichter. Mr. Miyagi. Mr. Magnet Ei. Wir haben übrigens einen der modernsten Pferdetrainingsplätze im gesamten County, Mr. Miyagi. Der wieder Werbung für seine Stadt. Ich sag's Ihnen, ich sag's Ihnen, Mr. Miyagi. So gut wie hier können Sie Ihr Pferd nicht trainieren. Ja, jetzt sollten Sie mal eine Stunde nehmen. Das ist wirklich so, Mr. Miyagi. Ich sag's. Ja, dass Sie Rechteckdaten nehmen sollen. Und? Muss ich wohl mal nehmen. Mein Pferd werfen ihn dauernd runter. Bekommt man da auch neue Pferde? Obwohl es voll trainiert ist. Nee, neue Pferde bekommen Sie da nicht, ne? Miss Davis? Ich hab Verkaufspferde doch. Haben Sie doch? Ja. Okay. Das eine oder andere habe ich da. Mr. Miyagi. Äh. Ich glaube, Mr. Magnet nur wohl etwa jedes zweite Wort. Waren Sie schon auf dem Pferdetrainingsplatz? Oh nein. Oh nein. Ich bin mir sicher, das soll doch die Ahnung trainiert. Wenn Sie sonst von Valentin schwärmen. Ich übertreibe Sie dir ein wenig. Diese andere Fliege. Wieso? Ich hab auch den Boden verlassen. Ich will fliegen weg. Wieso glauben Sie, dass andere Dinge nicht stimmen? Haben wir nicht einen wundervollen Gottesdienst heute gehabt? Ich hab es leider nicht geschafft. Ich kann das nicht beurteilen. Haben wir nicht in letzter Zeit sehr viel Zugverkehr hier? Ja, das doch auf jeden Fall. Haben wir nicht Zuwachs im Sheriff's Office gehabt? Ich traue mich nicht. Ja, aber vor allem haben Sie noch immer viel Schlamm auf den Straßen. Ja. Das ist auch sehr mühsam. Naja, man hat es überall, sobald man einmal die Stadt betritt, würde ich behaupten. Das ist auch sehr mühsam, den jeden Morgen wieder zu produzieren. Produzieren den? Ich dachte, der ist einfach da. Ja, Mr. Mecklen setzt sich jeden Morgen mitten auf die Stadt. Ich stelle mir gerade auf, der komische Dierfohr. Ich kann mir vorstellen, dass der Schlamm der beste Exportprodukt der Stadt ist. Mr. Miyagi, mögen Sie noch einmal zur Seite kommen? Wir haben einen richtig starken, einen richtig schön starken Kaffee, der Mecklen am frühen Morgen Wissen Sie? Wissen Sie, die Herrschaften sind alle sehr amüsant und so und wissen Sie, dass wir sehr viel Umsatz hier mit unserem Badehaus machen? Ich war selber schon drin gewesen, weil ich sehr delictisch war, ja. Das ist der Grund, warum der Hotelier und ich eine Abmachung haben. Wir fahren jeden Morgen mit einer Wasserkutsche runter zum Dakota River, bewässern die Hauptstraße, dass die Leute schmutzig werden, ja, und unser Badehaus besuchen. Das ist der Geschäftssinn von Valentine. Ähm, Mr. Magnum, Sie sind ein Slitzelohr. Mir gefällt das. Ja, das da drüben, das sind Neider. Das sind Leute, die der Meinung sind, so, man braucht keine Vision. Wissen Sie? So machen wir das hier. Naja, das stimmt schon. Naja, ich wollte das nur mal kurz erklärt haben, ne? Manchmal artet es alles ins lächerliche aus. Wo ist Mr. Johnson hin? Seine Waffe suchen. Oh, okay. Und Mr. Lane? Er ist der Meinung, er hat sie vielleicht im Zug packen. Schaut er gerade nach. Naja. Und wo ist der County Sheriff? Er kommt sofort. Achso. Ja. Fährt nicht in Wäldern. Ach ja. Er kommt. Ach ja. Ach ja. Also, wir suchen immer noch gerne. Was? Was? Da habe ich tatsächlich mit Ihrem Bruder schon gesprochen. Vielleicht sprechen Sie sich da mit ihm mal ab. Oh meinst. Es wird! Mr. McNammon können ja mal ganz kurz sprechen. Natürlich. Nur um Hengner zu schreien. Kommen Sie. Himmel. Das ist schon in Ordnung. Hatte der Marshall mit Ihnen gesprochen? Wir hatten ihn ja noch kurz vor Valentine angesprochen. Er hat die Dinge rausgenommen und die unsere unsere Kasse ist ja leer. Was ist mit unserer Kasse? Unsere Kasse ist ja leer. Wie? Unsere Kasse ist ja leer. Unsere Sterios Kasse ist ja leer. Ich habe ihm gerade gestern 15 Dollar gegeben. Nein. Mein Mann verdient 15 Dollar in einer halben Stunde ist es wirklich. Wir brauchen neue Gelder. Wir müssen dem Arsch Bescheid geben, dass er sich bitte mit dem Government in Verbindung setzt und es kann sein, dass wir morgen eventuell das Geld abhören müssen, dass wir den Geldtransporter diskutieren müssen. Ach, okay. Ich habe gerade gedacht, so von wegen, wollen Sie? Dass jemand die ausgeaubt hat? Ja. Erst verschwinden, in Anführungsstrichen verschwinden Asservate und jetzt die Asservate sind da weg. Aber die Kasse ist leer. Die Kasse ist leer. Wie soll ich denn jetzt mein Geld kriegen? Ach, wir bekommen jetzt alle kein Gehalt mehr, weil wir kein Geld mehr haben? Naja, kann sein. Ist halt aktuell wenig leer. Aber ich glaube noch, ich glaube morgen müssen wir uns darum kümmern, dass das Geld wieder aufgefüllt wird. Deswegen müssen wir mit dem Marshall sprechen. Dem gehört das Pferd mit der Lampe? Welches ich gleich erschließe? Oh, schießen Sie da nicht drauf, das ganze Pferd. Ach, da ist er, wenn man vor dem Teufel spricht. Aber was ich mich gerade frage, wer zum Teufel hat mein Pferd abgemacht? Äh, keiner bewusst. Wirklich keiner bewusst. Das war eben noch angebunden. Ja, aber das hat keiner bewusst abgemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang reiten soll, es sind überall Menschen. Make Valentine great again. Ja, das ist richtig. Haben sie ein weißes Gewehr? Ja. Tatsache. Schick. weißes Gewehr mit, ähm, Rutenkopfhänden tatsächlich. Oh mein Gott. Okay, ich leg mich nicht, ich hätte mich auch vorher nicht mit ihnen angelegt. Aber, hm. Solange da nicht noch Kerben schon drin sind, sind da Kerben drinne? Nein, das sind keine Kerben. Ja, tatsächlich müsste Elaine und ich weiß nicht, warum die immer alle schreien müssen. Ich weiß das nicht, warum die immer alle schreien müssen. Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch gerade ein bisschen Leute geredet. Ja. Gut, auf Wiedersehen, die Herrschaften. Wir machen uns mal wieder auf den Weg in eine saubere Stadt. Auf Wiedersehen. Ey, ich schwöre, die kriegt irgendwann so, hm. Glaube ich. Mr. Magnum? Ja. Ja, ich weiß, das ist eine dreckige Stadt, aber sie ist so dreckig, dass komischerweise ganz viele Leute hier sind. Mr. Magnum. Alles gut. Ich kann das nicht mehr hören, ey. Mr. Magnum, ich muss eigentlich fragen, ob alles gut bei Ihnen ist. Ja, alles wunderbar. Sehr schön. Danke Ihnen vielmals, Marshall. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend nachher, Marshall. Und danke noch mal fürs Trinken, Mac. Gerne, gerne. Jederzeit wieder. Äh, kommen Sie vorsichtig, äh, kommen Sie sicher an. Das wollte ich sagen. Ich denke, ich denke, wir haben einen sehr guten Geleitschutz. Ja, wir sehen uns morgen auf meinem Rundritt, ne? Äh, ja. Wunderbar. Sicher. Äh, ich, äh, werde mal mit dem neuen, äh, mit dem Herrn sprechen, der Interesse hat, Büxenmacher geworden zu werden. Hm. Äh, Valentine, oder? Ja. Waren Sie ihn auch von mir vor? Ja, Sie können ihm das ja mal erklären, wie es alle... Wie? Waren Sie ihn von mir vor, sonst zünde ich ihn an. Sie wollen ihn nicht anzünden, der kommt aus Japan, der kennt sich mit Sprengstoffen aus. Das ist mir scheißegal, ob der aus Japan oder aus Paderborn oder sonst woher kommt. Äh, wenn er seine Bücher nicht ordentlich führt, zünde ich ihn an. Ach so, ja. Erstmal muss er das Geschäft überhaupt genehmigt bekommen. Ja, das ist ja wohl die andere Sache, aber er war sich schon vor. Äh, Maxim, wir fahren jetzt weiter? Ja, tüddelü. Ja. Guten Tag, äh, wollen Sie nach Santé nie, oder? Ja. Wir fahren jetzt auch nach Santé. Oh, geht's Ihnen gut? Das kommt davon, wenn man... Ah ja. Gut. Äh, ja, Mr. Miyagi. Wir kriegen das schon hin. Oder? Ja, ich denke, er auch. Naja. Ja, wirklich... Das Problem ist, ich habe schon, da wo ich herkomme, immer viele Probleme mit vielen Minzenmosseln und ähm... Don Daniel ist nicht weiter von weg. Von Taria. Naja. Also hier ist es natürlich auch, ne? Valentine wird belebter, wird belebter. Sie sehen das ja hier gerade, ne? Mmh. So, äh, äh... Aber, äh... Schönen Tag noch. Fleischfalls. Fleischfalls. Tschüddelü. Bleibt ihr in... Ach, kleinen Moment bitte. Ne, die wollen nach Santé nie. Bleibt ihr in Santé nie, oder was? Was denn? Bleibt ihr in Santé nie? Sollt ihr nochmal zurückkommen, oder? Ne. Ne. Wenn ihr in Santé nie bleibt, dann bleibt ihr. Ich würde dann gefälligst wegbleiben, ne? Nein. Nein, ich habe nur gedacht, warum fahrt ihr jetzt nach Santé nie? Weil wir die Mrs. McAllister einstellen. Ja, denn, äh, herzlichen Glückwunsch. Schön. Als was? Erstmal so als Praktikantin für alles nicht gesagt. Ja, Trainingsfahrt noch. Valentine. Jippie, jay, jay. Äh, Gangnam? Ja. Außerdem ist die Stadt so zu klein für zwei Schnurrwerte von dem Belli war. Also, fahr ich schon mal einen Keller ein, weil so ein bisschen bezüglich, ähm, Bärde und Kutschen und so. Sehen Sie, da hat gerade jemand einen neuen Job bekommen, Mr. Miyagi. Mhm, 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 mhm. Wo? Wo? Hier in Valentine. Ja. Ja. Nicht in Strawberry. Ja, da, hier, ich habe schon das Gefühl, hier wird mehr Nägeln mit Köpfe gemacht. Mhm. Genau. Mhm, mhm, mhm. Ja. Ja. Das war übrigens die junge Dame eben da auf dem Pferd, ne? Das war die Immobilienmaklerin. Mhm. Glauben Sie, glauben Sie, dass eine Immobilienmaklerin dahin geht, wo keine Geschäfte hin geht? Oder der Marschel. Die höchsten Gesetzeshöter der Gesetzeshöter. Das klingt dann noch nach einer Klose und so würde ich sagen. Achso, äh, Mr. Magnum. Ja, Miss Davis. Ich habe mit, äh, Mr. Edson gesprochen. Mhm. Äh, wenn Sie Training haben wollen mit Ihren Sheriffs, äh, Deputies, wie auch immer Sie es betiteln wollen, dann sollen die Sheriffs das selber entscheiden. Okay, super. Und, äh, preislich, äh, sollen Sie es ihm dann weiter tragen, Ed sagt das. Mhm. Ja, wir kriegen da schon was hin. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass wir mal schauen, dass wir vielleicht eine Nutzungsgebühr für Ihr Trainings, für das Geläufe da machen, ne? Ja, das kriegen wir alles hin. Denke ich auch. Und Sie, Mr. Miyagi, auf Vertrauensbasis, merken Sie das? Mhm. Merken Sie das? Ja, das, das schleibe ich auch los. Ja. Per Klauen ist immer eine, muss eine gute Basis sein. Und hier ist es auch egal, wo man herkommt, hier ist jeder willkommen. Das stimmt. Das stimmt auch, ja. Ja, das stimmt nicht. Ich hab die ersten zehn Tage, weil sie erzählten, äh, äh, dass sie, dass sie es gut finden, dass der Herr ihnen immer diesen Job, äh, äh, den Mais-Transport angeboten hat, ne? Mhm. Ähm, ich war tatsächlich die ganze Zeit vorne beschäftigt und hab die Holzbretter gemacht. Der Herr beim Mais zahlt hier mehr, ja? Mhm. Aber ich hab hier die erste Woche 120 Schichten gefahren und hab hier die Häuser alle mit, mit Holz beschlagen und so. Mhm. 120. Das ist auch eine ganze Menge. Ja. Das war auch eine Knochen, Knochen, Knochenjob, sag ich Ihnen ganz ehrlich, aber, aber deshalb fühlt man sich hier eben, das ist der Grund, wissen Sie, warum ich mich hier so verbunden fühle? Mhm. So, man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat's mit aufgebaut, ne, oder restauriert, so, und, äh, deshalb dieser Einsatz, ne? Ich krieg das nicht bezahlt, äh, sondern das ist der Einsatz. Das stimmt, ja. Ja. Also, dem, ich verstehe nicht, äh, warum sie gesagt hat, äh, äh, ich soll nach Sonntag nie kommen, ähm, da gibt's doch schon jemanden, den ich gesehen habe. Mhm. Oder generell, so, äh, ähm, gerade in dieser Strasse, wo, äh, dieser Büchselmacherl ist, da ist doch viel los. Ja, das ist da bei der Arztpraxis oder so, ne? Mhm. Ja. Äh, tatsächlich weiß ich das nicht, ob, 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 äh, die vielleicht noch einen zweiten dort suchen oder so, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also, ähm, ich, da bin ich wirklich, ich hab keine Ahnung, also, ich weiß, was wir hier noch suchen, das weiß ich, ähm, aber zum Beispiel, wir suchen zum Beispiel auch noch eine Ärztin, aber wir haben im, im gesamten County gerade Arztmangel und natürlich ist denn Valentine nicht an allererster Stelle, ne, das, das ist auch in Ordnung, ja? Mhm, ähm, 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 wir haben, wir suchen die ganze Zeit einen Büchselmacher, ähm, und der letzte Büchselmacher ist aber nach, äh, Blackwater geschickt worden. Hey, das ist dann auch in Ordnung, ne? Ey, wenn wir verlieren, dann verlieren wir eben, ja? Mhm. Ähm, so. Naja, das eine kommt und das andere geht, ne? Genau, und wir kämpfen eben weiterhin dafür, ja? Und, äh, wenn die Leute sagen, äh, sie sind überzeugt davon, ja, dann hat man vielleicht auch eine Chance, ne? Ja, das glaub ich. Im Grunde muss man immer alles erstmal ausprobieren. Wenn's funktioniert, dann ist es so, wenn's halt nicht passt, dann passt das halt nicht. Gött auch. Und, ähm, also ich, ich war ein bisschen erstaunt tatsächlich, darf ich Sie nochmal fragen, wann waren Sie jetzt in, in Valentine die letzten Tage? Gestern war ich, äh, habe ich viel geslafen, ähm, aber davor, die, ich glaube, die letzten drei Tage oder so war ich hier öfters gewesen. Ich habe meistens hier, äh, mich um diese Meistlieferungen bekümmelt und habe auch einmal mit dem Herren, äh, den Herren vom Salon, ich hab's ja wieder den Namen. Ja, Glenn, Glenn McStone, ja. Ja, dann habe ich mal kurz gesprochen, ja, äh, und ansonsten, ja. Heute ist, heute ist Sonntag, ne? Mhm. Gestern waren Sie denn nicht da? Nee, heute ist Sonntag, ist heute Sonntag? Heute ist Sonntag, ja. Gut, das bedeutet, gestern haben Sie geschlafen, das bedeutet, äh, Freitag, ja, ich glaube, Freitag waren wir, da hatten wir sehr viel in, in, in Blackwater zu tun, deshalb waren wir nicht hier. Ja, aber sonst bin ich, äh, eigentlich abends und nachts immer noch da. Ja, und eigentlich ist doch in den letzten Tagen hier viel los gewesen, oder nicht, Miss Davis? Ja, eigentlich schon, wir waren aber relativ, äh, viel los, ja. Ja, sehr gut, es kommt immer doll auf an, ähm, ich sag jetzt mal, ich bin meistens so, ab 18 Uhr bin ich meistens aus dem Haus, ja, und ich sag's mal so, ich war dann zwei, drei Stunden, war ich dann unterwegs gewesen, dann habe ich mich wieder hingelegt, und wenn, sag ich mal, viele erst da so dann lauskommen aus ihren Häusern, ist es halt ein bisschen zwielig. Ja, also 18 Uhr, also Punkt 18 Uhr ist es bei mir auch wirklich so, dass ich, äh, zum Beispiel meine erste Runde reite, ne, so, dann bin ich erstmal die erste halbe Stunde schon mal unterwegs, so, und, äh, äh, die meisten haben natürlich auch ihre Geschäfte, wie gesagt, das Valentine wird gerade erst aufgebaut, und die müssen ihre Gewerke auffüllen, Bestellungen bearbeiten und so ein Kram, ne, so, so, dass die ersten Stunden dann meist, äh, weniger los ist, ähm, ähm, und meist so ab, äh, ja, 22, 23 Uhr wird's dann auch schon wieder, dass die ersten Leute auch wieder sagen, sie gehen, sie sich wieder hinlegen, ne? Ja. Ja, das ist, wenn man's halt, äh, das Zeug zum Teil sich selber organisieren muss, ist halt so, verstehe ich ja auch. Also wir hoffen, dass wir ab nächste Woche, äh, ist es ja auch geplant, es gibt ja eigentlich diesen Markt in Blackwater, ja, den Wochenmarkt, ähm, es soll aber auch, äh, äh, einmal die Woche, äh, der Markt hier in, in Valentine stattfinden. Also, denn es gibt, ne, zweimal die Woche Markt, einmal in Blackwater und einmal in Valentine. Mhm. Ne? Und das wird dann natürlich auch nochmal ein bisschen Bewegung hierher bringen. Ja, denke ich auch. Ja. Ja, es ist halt, äh, die Zeit ist auch ein bisschen zwielig aktuell, denke ich mal, dass, äh, viele, ähm, den Weg hierher nicht finden. Ja, wir haben auch viele Leute, die, die, äh, morgens, morgens aufstehen und sehen, was für gutes Wetter es ist, und sich ihre Kutsche schnappen und, äh, äh, irgendwo picknicken und so, ne? Also das kommt ja auch noch hinzu, ne? Jetzt wo, wo, wo die Temperaturen alle angenehm sind, wirst du jetzt auf gerade, jetzt wird's ein bisschen kühler, aber so grundsätzlich, ne? Das sind natürlich auch solche Geschichten. Ja. Ja. Gut. Das stimmt. Mr. Miyagi, jetzt wird's langsam dunkel. Wenn sie da jetzt noch runterreiten, passen sie auf sich auf. Ja, mach ich, ja. Weil, ähm, wenn sie nochmal auf die Karte schauen, ähm, der, der Händler ist ja da in, nach so einer Kurve, ne? Neben dem B, sag ich jetzt mal, ne? Mhm, mhm, mhm. So, und, ich muss mal eben gucken. Man kommt von, man kommt von der Emerald, dann da, da, da. Da in diesem Kurvenbereich, also alles, was am Rande ist, zwischen New Hannover und, und, äh, Lemon, äh, Lemoyne, ähm, da sind immer mal wieder Banditen. Mhm, das sehe. Ja, deshalb passen sie da ein bisschen auf. Ja. Ja, da in dem Kurvengebiet ist, ist das echt ein bisschen schwieriger. Ja, ich, ich hoffe, dass ich irgendwann in der Lage bin, dass ich entweder genug vom Geld habe oder mir dann selber meine Waffel bauen kann, dass ich da, ja, da ein bisschen, äh, sicher da bin. Ja, das kriegen wir auch hin, das kriegen wir auch hin. Ja. Gut. Ich werde jetzt nochmal ins Büro gehen und nochmal meinen Tagesbericht schreiben. Schrift, Schriftstücke müssen auch immer geschrieben werden. Wie eine gute Buchführung. Viel Spaß beim Slibern. Ich danke Ihnen vielmals. Ja. Ja. Boah, Sie sollten sich hinlegen, Miss Davis. Ja, das werde ich jetzt so tun. Na ja. Alles so weit, fertig. Jetzt wird es mitgehen. Gute Gespräche geführt heute, ne? Ich tue Gespräche. Ja. Gut, dann, äh, Ihnen gute Besserung, Miss Davis, Mr. Miyagi, viel Erfolg. Ja. Und auch, dass wir uns, äh, bald hier, äh, als Nachbarn wiedersehen. Ja. Ja, und wenn irgendwas ist, kommen Sie hier vorbei und sprechen mit uns. Jo, mach ich, alles klar. Okay. Dann erstmal, haudi. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ah, ein freundlicher Mann. Hm. Wenn der jetzt nur noch bleibt, dann... Naja, man muss immer... ...wenn wieder ein, ja. Man muss immer schauen, ne? Man weiß nicht, wie die Pläne vom Governor sind. Wie er die Gewerke verteilt, ne? Weil, ich kann das schon verstehen, wenn die... ...wenn der Governor auch sagt, so, ja, er will das alles ein bisschen verteilen. Aber, äh, Santa Nier hat eigentlich einen Büchsenmacher. Blackwater hat einen Büchsenmacher. Blackwater hat einen Büchsenmacher. Das heißt, wir in der Mitte könnten eigentlich auch noch einen nehmen. Ja, vielleicht machen sie das aber wirklich mit Strawberry, ne? Das weiß man nicht. Ja, das finde ich zu nah an Blackwater. Stimmt, das ist ziemlich nah an Blackwater, ne? Richtig. Ja, das stimmt. So einige Dinge, die in meinen Augen keinen Sinn machen, was die Verteilung der Gewerke angeht. Naja. Aber zumindest, denke ich mal, haben wir ihn soweit überzeugt, dass der sonst auch, ähm, äh, wenn der Wochenmarkt ist, einfach so vorbeikommt. Ne? Egal, wo er sitzt. Dann wird er sagen, von wegen, ja, okay, den, den Markt in, in Valentine, den muss er unbedingt mitnehmen. Ja, wir werden's sehen, ne? Genau. Ah, was stinkt hier hier? Na klar. Ey, die Wildgeräte sind hier manchmal auch wild. Gut, dann kommen sie gut nach Hause. Ja, denen noch einen schönen Abend und viel Erfolg beim, äh, Schreiben. Danke Ihnen. Bis dann. Wiedersehen. Tschüss. Nee, ich muss von mir in der Arena gehen. Das hab ich gesehen. Hm. Ich muss von mir in der Arena gehen. Was ich mir tue, wenn ich das Pferd nicht anleihen kann. Vielen Dank. Na komm schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, du verdammtes dämliches Ding. Vielen Dank. Vielen Dank. Nachträglich zum Geburtstag. Alles Gute zum 35. Möge Gesundheit, Wohlstand und Glück dein weiteres Leben begleiten. So. Hallo, wer hat denn diesen Mördermonitor? Ähm. So. 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 Das kann einfach nicht angehen, ey. So. 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 approach does installation an area of the要ition. So. 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 Scheiße. Ja, ich mach das jetzt einfach in den Chat rein. Ja, ich schreib das einfach in den Chat rein, das ist mir geil jetzt. Da bin ich nicht mehr rein. Ja, ich komm nicht mehr rein, Can. Ich hab das jetzt dreimal versucht. Der, der... Der hängt sich auf. Kannst du nicht ändern. Ja, dieses... Ja, kann ich machen. So, jetzt muss ich den hier nochmal zumachen. Das ist einfach freudig. Ähm, enden. Äh, Steam... Als Administrator ausführen. Ja, bitte, gerne, Abfahrt. Ja, ich kann jetzt auch... Also... Also, ich probier das jetzt hier nochmal aus, aber dann mach ich auch Schluss. Also wirklich, ich hab jetzt keine Lust, äh, jetzt noch eine Stunde lang jetzt hier irgendwie... Irgendwie alles mögliche auszuprobieren. Hat er den jetzt gestartet? Ja, den hat er gestartet. Gut. Ich bin eingeloggt. Ja, das bin ich. So, in den Cache werde ich jetzt nicht während des Streams löschen. Dann geh ich in... In Datenordner rein und so. Das werde ich jetzt hier nicht machen. Ja. Äh, das werde ich morgen machen. Ich, äh... Es tut mir leid, wenn ihr da jetzt sauer seid, aber... Ey. Ich hab jetzt heute irgendwie gut und gerne 15 Stunden gestreamt oder so. Äh, ich hab jetzt auch ein bisschen was... Ein bisschen was über mich gehen lassen heute. Ne? Das gehört dazu. Aber dass dieses Scheißspiel jetzt schon wieder nicht startet. Ey, jetzt... Jetzt mach ich für heute Feierabend. Jetzt werde ich nämlich jetzt auch sauer. Und das ist nicht gut. Ähm, nochmal sorry. Ähm, ich werd gleich den Support anschreiben, dass, äh, ich mich... Dass ich ausgeloggt bleibe. Ähm, und werd auch damit Konsequenzen leben, wenn ich welche bekommen sollte. Aber jetzt ist wirklich mal Feierabend für heute. Ach, ihr seid auch süß. Dafür machst du eine Batch-Datei. Geil, 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 Terry. Terry. Terry Magnum ist hier, ne? Ich weiß nicht, ob du dich verlaufen hast. Terry, ich weiß nicht, ob du dich verlaufen hast. Dass du jetzt hier ankommst. Ja, mach mal eben eine Batch-Datei oder so. Ey, Terry. Terry, was ist denn mit dir falsch? Das stimmt mit dir jetzt nicht. Ah. Alter Falter, ey. Du machst so eine Batch-Datei, ey. Ja, das ist klar. Ey, nee, wirklich. Ähm, vielen Dank jetzt auch für die netten Worte. Jetzt noch Coco und, und... Chan und... Ähm, ja, sorry, aber... Ey, ich denke, wir haben heute eine Menge, Menge erlebt. Erstmal... Stellenweise hatten wir wieder richtig, äh, geile Geschichten. Wir haben wieder sehr viel gelacht. Ähm, ein, zwei Sachen. Die haben wir ja auch sogar IC schon angesprochen. Äh, wo wir, wo wir nochmal als Sheriffs, Marshals, Deputies irgendwie miteinander reden müssen. Ähm, dass wir das nochmal verbessern. Das ist schade um den Gottesdienst. Aber ich bin mir sicher, wir werden hier den einen oder anderen Gottesdienst auf dem Server noch erleben. Definitiv. Ähm. Ey, ich danke euch, ihr Wahnsinnigen. Ihr seid komplett gestört, ne? Ich guck mal eben rein. Ich guck mal eben... Das mach ich nochmal eben. Achso, das kann ich doch da drüber machen. Inhalt so... Das waren heute Morgen... Acht Stunden und neun und... Ach, ne. Ne, heute Morgen waren es vier Stunden. Und jetzt waren das nochmal... Acht Stunden, äh, fast neun Stunden. Ja. Also 13 Stunden knapp streamen. Ähm. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, auch dass ihr echt so wahnsinnig wart und irgendwie um 8.30 Uhr schon mit dabei wart. Oder um 8.00 Uhr, wann ich angefangen hab. Ey. Ist super geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, 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 Dankeschön an das Team. Äh, von Westlife. Äh, Roleplay. Für das geile Update. Also ich glaube, morgen geht's wirklich auch mal nach Strawberry, um... Damit wir auch das uns anschauen können, was wir vorhin im Clip so leicht gesehen... Was ich im Clip gesehen habe. Ähm. So, äh, morgen müsste Matters wieder da sein. Eventuell kommt Black morgen dazu. Äh, könnte ganz spannend werden. Und, ja. Ich wünsche euch jetzt allen eine gute Nacht. Liebe Grüße an alle RPler, egal auf welchen Servern, ähm... Fühlt euch gedrückt. Schlaft gut. Träumt was Schönes. Passt auf euch auf. Und in Hamburg. Sagt der Mecklenum Tschüss. Schlaft gut. 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 Vielen Dank.